Rose kämpft sich so durchs Leben einfach. Leck mir doch, Arsch. Oh, mein Hals juckt jetzt schon. Ich weiß nicht, ob es jemals, das wäre zu viel Arbeit, glaube ich, auch mit den ganzen Klamotten, die müsstest du hier alle umnünzen, ob es jemals, ja, so dickere Charaktere auf Glucky 5 gibt. Aber die gibt es, glaube ich, auch in GTA nicht, ne? Du kannst das ja nicht komplett neu programmieren. Guck mal, geht das hier? Ne, schade. Bischofs. Sehr geehrte Mrs. Finkers, hiermit wären sie als Tatverdächtige seiner... Äh, wie groß gemacht! ...seiner polizeilichen Vernehmung vorgeladen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ihr Termin vereinbaren Sie bitte bis zum 20.12. Dudie, ach du Scheiße. Ja, nee. Hier ist die noch... Ja. Eine... Als Zeugin bin ich auch noch bis zum 18.12. Ja, natürlich ignoriert die das alles. Dave. Wuh! Hey! Hinteringang. Ah, 14. Warte mal noch später. Dave J. Ach, David! Wer ist Dave? Ach, David! Hier ist natürlich richtig schön warm drin. Ich muss gleich erst mal wieder reinkommen, dass wir wieder dauern. 2. 5. 4. 4. 4. 4. 4. Euro. Dollar, wollte ich jetzt schon sagen. Guck mal. Oh, guck mal. Rose-Chan. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, simulay. Vielen, vielen Dank für fünf verschenkte Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Auf YouTube heute gibt es eine Lucky Five Spendenaktion für den Kältebus in Kooperation mit betterplace.de. Da seht ihr schon, da ist unten rechts, seht ihr, da ist schon ordentlich was zusammengekommen. Deswegen bin ich heute sehr spontan mit Rose unterwegs und freue mich schon. Und weiß nicht, was heute passiert. Ach Gott, sie kann schon sehr cute sein. Ja, das sehe ich immer. Das ist der Max-Tanz. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe immer Max mit diesem Tanz. Ich finde diesen Tanz so unweiblich eigentlich, ne? Aber bei Max ist es immer so mega weiblich. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich habe keine Tipps da draußen. Ja. 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 No. Ja, kann man nicht da hoch? Ja. Ja. Das ist Rose einfach. Das ist er einfach. Ich habe immer immer so das Gefühl, hier passiert was. Deswegen mache ich jetzt noch mal Screenshots von Rose. Guck mal, Maurice. Wir werden mal draußen gucken, was da so los ist. Wir haben 290 Dollar. Ich weiß, was ich mit ihr mache, aber darf ich schon raus? Leck mir, was ist das kalt? Oh, fuck! Scheiße. Das ist ja viel zu kalt hier. Da jucken mir ja die Klöten. Oh, Scheiße. Wieso war die Wohnung gekündigt? Wieso war die Wohnung gekündigt? Hä? No, my money. Ist das ein Aquarium? Nee, doch nicht. Das ist jetzt gerade aus dem Aquarium hier. Was ist das hier für eine Figur? Oh, oh. Es ist gut, ja. Es ist gut, ja? Wie? Da steht ja auf Deutsch. Es ist gut, ja. Das ist ein deutscher Punkt. Oh, mein Gott. Brit of UK Special. Seht ihr das da? Es ist gut, ja. What the fuck? Wollen wir eigentlich essen und trinken? Ja. Oh, wir haben... Ah, die sind kaputt. Schade. Wir müssen mal draußen in den Müll werfen. Das können wir vielleicht noch machen. An wem gehen die Spenden? Einfach aus dem Verzeichen Spenden im Chat schreiben. Dann beantwortet es dir alle Fragen. Dass ihr euch gemerkt habt, wie... Gemerkt habt, wie wirklich... Ich seid so doof. Also keine richtigen Mülltonnen, ne? Dass ihr euch einfach gemerkt habt, wie viel die Kacke... Äh, wie die Kakerlaken hießen. Boah, losfällt sich einer ab, ey. Müsst du da rein? Kacke, ich muss die Dietrich halt irgendwo loswerden. Hier ist halt U-Tool, ne? In der Nähe. Deswegen wollte ich mir eigentlich da ein Brecheisen holen. Ich wollte mir selbstständig ein Brecheisen holen. Einen AOK-Shopper hab ich leider nicht. Dennis ist noch im RP, sagt er, ne? Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto einfach? Aha, er ist schon mit dem RP-Charakter da. Oh, der hatte... Doch, der hatte mehr an als Rose, ne? Ist auch schon Event-Charakter. Okay, alles gut. Dann weiß ich Bescheid. Ich liebe alles. Du kannst ja machen, was du willst. Das ist so gut. Ich liebe es. Ja, heute war ja der Wein... Ach, du Kacke. Shit, jetzt hat Rose das gesehen. You can't freeze in her. If your heart is already frozen. Oh. Diese Liebesgeschichten immer... Boah. Also, ich muss auch mal sagen, Ethan Leidt, ne? Meine Güte! Der sieht ja jetzt ganz anders aus. Das sieht echt gut aus. Krass. Ethan, was ist denn mit dir geworden? Ich vermisse den Venture-Streit so sehr. Seet-Test bei Mr. Glassen mache ich nicht. Sonst muss er gar nicht eine Brille haben. Oder ist das Pflicht oder so? Ne, ich mache keinen Seet-Test mehr. Den feile ich. Den feile ich sowieso. Alito Bakery. Uh. Ich war noch nie da. Genau, der Weihnachts-Lkw. Mit dem Weihnachtsmann. Speed-Dating. Achso, das ist wirklich Speed-Dating. Ich weiß gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie so... Oh, cool. Ach, Evan. Sehr schön. Mhm. Danke, Santa. Den hat der Dennis gespielt heute. Und hat mit diesem Lkw hier Geschenke verteilt. An die Bürger. Guck mal hier auch. Flywheel sagt Danke. Die hatten aber noch mehr. Ey, ich hole mir hier nie wieder was. Das können wir noch alles von gestern. Ja, die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich rauskomme oder nicht. Oh, nö. Die hat ja auch kein Gefährt, gar nichts. Warum liegt mir ein Gefährt? Die braucht ein Auto. Mist, ich wollte sagen, ey Mann, wo ist mein Auto? Ah, ne, Pedi nicht anrufen. Wir bleiben hier schön an der Cover. Wir machen da gar nichts. Wir machen da einfach gar nichts. Mit Ariane will ich dich das niemals trauen. Mit Rose schon. Kacke, ey. Ein Feuer selber kann man ja auch nicht machen, ne? Wie könnte mit so einer brennenden Fackel losgehen? Scheiße. Oh, shit. Ach, guck mal hier. Halten. Ich liebe es so sehr, ey. Oh, es ist toll. Ja. Rose kann sowas. Rose kann sowas. Aber geht gleich los. Geht gleich los. Trinken haben wir. Wir haben eine leckere Erbsensuppe. Da müssen wir schon mal nachtanken. Ihr wisst ja, wieso, ne? Ah, die hat schöne Fingernägel. Hä? Rose hat voll die schönen Fingernägel. Okay. Alter, ist das kalt. Fick das Scheiße. Oh, ist das kalt. Was ist das für eine Wichse hier? Wo ist das Scheiße jetzt hier? Wo ist Jutool? Das war doch hier irgendwo. Warte mal. War das da? Da ist es. Boah. Ja, ja. Also es müssten so viele Sachen angepasst werden bei dickeren Charakteren. Boah, Rose sieht schon halb tot aus. Ob sie heute erfrieren wird? Ich hab jetzt auch nix hier draußen. Kein Feuer oder sowas, wo man sich einfach hinstellen könnte, ne? Ich will halt tatsächlich ein Brecheisen holen und selbstständig irgendwas jetzt, äh, einen Laden überfallen. Das wäre ganz nice. Äh, nicht einen Laden überfallen, aber so eine Kasse aufmachen. Ganz traurig. Ganz sadde Angelegenheit hier. Was ist denn los? Ich kann jetzt nicht hier die ganze Zeit drin bleiben. Ich muss raus. Kann ich so tun, als würde man uns eine Jacke anziehen? Hier. Da. Oh, das hab ich gar nicht. Warte. Ja, wenn sie sich jetzt hier einfach was nimmt. Haben wir da eigentlich irgendwas drin? Da sind, da ist eine graue Trainingshose drin. Und ein Männerhemd. Okay. Ja, alles für Männer. Gut, dann ziehen wir ihr das natürlich mal an. So, das haben wir jetzt an. So, das ist so doof. So, weil Rose kann sich das ja anziehen. So. Schön warm. Das ist so doof. Hab ich postet oder sowas? Ne, auch nicht. Oh, das wäre so schön. Ich würde gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich würde mich gerne irgendwie verewigen hier. Wisst ihr, wie ich meine? Rose sollte sich irgendwie verewigen. Ich weiß wie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt raus kann oder ob das jetzt gegen die Regeln ist. Ich bin mega verwirrt. Hilfe. Zu hüv, zu hüv. Warum erreiche ich Rob nicht? Klar kannst du raus, was ist dagegen. Guck mal, was sie anhat. Die wird nicht lange überleben, glaube ich. Weiß halt nicht, wie ich es ausspielen soll. Ich kann ihr kleine Klamotten anziehen. Ich kann ihr kleine Klamotten anziehen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, oder wir können uns das vorstellen, dass sie so eine dicke Jacke hat. Die Beine können ja frei bleiben. Und vielleicht auch ein bisschen schneller sich bewegt und das war's. Hat er genug Fettschicht? Ich habe auch eine gute Fettschicht. Aber wenn ich rausgehe, friere ich trotzdem. So. Jetzt mal ganz kurz ruhen da vorne. Müsste ja U-Tool sein. Man darf eine Axt mit sich rumtragen und ein Brecheisen. Shit. Warte mal, U-Tool da vorne. Oh. Holy shit. Holy U-Tool of the universe. Da vorne bist du ja. So, zu U-Tool können wir zu Fuß. Den Rest müssen wir halt mit dem Taxi machen. So, wir gehen nochmal kurz nach Hause. So, uns aufwärmen und dann gehen wir nochmal los nach Richtung U-Tool. Und muten uns natürlich. Sollte man auch machen. Hm. Zehn Dunkin Donuts. Ist da auch ein Boston Cream dabei? Ja, könnt ihr gerne. Könnt ihr gerne. Leute, mit so sagen, wenn man fett ist, ne? So wie Rose. Oder so dick ist wie die Paaren. Dass man da nicht friert und so. Solche Kommentare bitte unterlassen. Bitte unterlassen, weil wir werden die ab jetzt rauslöschen. Hey Rose, wie geht's dir? Ist ein bisschen kalt. Es ist ein bisschen kalt. Wie geht dir? Wie geht dir? Wie geht dir? Wie geht dir? Moment. Weiter. So, hier war es jetzt, ne? Oder bin ich jetzt... Vielleicht können wir uns bei U-Tool, wenn die aufhaben, so ne Arbeitsjacke holen, die anziehen. Wir sehen sie nicht. Aber das so ausspielen, als hätten wir jetzt so ne Arbeitsjacke an. Das könnte man ja machen. Wird du ins VPD kommen? Hier ist es warm. Mir geht's sehr gut. Danke. Und selbst? Ach, Zuckerboy. Rose kann sich nicht entscheiden. Du, der Harald. Was soll man tun? So, warte. Wir sind gleich da. Okay. Ich muss leider ein bisschen mit ihr traben. Ronzo. Die Romanze ist so spannend. Ronzo, Romanze. Ja. Ich finde immer, dass der Winters sehr gemein zu Ariane war. Aber auch sehr, sehr gemein zu Rose. Nicht immer noch. Ich finde, das ist voll der urböse Charakter. So, jetzt. Die ist ja gar nicht... Shit, die ist ja verletzt. Oh, Mann, ey. Boah, was? 450? So viel hab ich nicht. Oh, Kacke. Scheiße. Ich wollt mir jetzt einfach... Och, Mann, oh. Post-its. Lappen. Nehmen wir jetzt mal so... Kann ich mir nicht nur 15 nehmen? Geht das nicht? Nee. Scheiße. Kacke. Boah, das ist echt blöd. 450, so viel hab ich nicht. Oder? Wir verdienen ja auch nichts, ne? Wann ist das denn passiert? What? Scheiße, die, ey. Boah, ich wünschte, ich hatte jetzt einen Dietrich. Shit, ich muss... Oh, Mann. Hier gibt's doch nichts zum Wärmen, ne? Hier gibt's nichts zum Wärmen. Ich geh mal rein. Also, ich guck mal, ob die offen haben. Dann würd ich reingehen jetzt. Ich weiß, ob wir das Grinell werden. Geld haben. Scheiß Kapital. Ich so... Soll ich klauen? Oh, soll ich... Oh mein Gott, du bist so leid. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Shit, die haben alles, die haben alles natürlich zugemacht. Die haben alles zugemacht. Ich muss... Oh nein, ich muss erst Bescheid sagen und dann kann ich was nehmen. Oder haben die vielleicht irgendwo aus der Seine offen gelassen? Über den... Entschuldigung. Hallo. Hallo, wo haben Sie hier Pullover? Ja. Folgen Sie mir. Ja. Hier in dem Regal einmal. Danke, junger Mann. Gerne. Oh, jetzt schon, das wäre zu früh, oder? So, jetzt hat sie... Sie hat ein Kampfpullover jetzt an. Kann sie denn so eine Weste anziehen? Noch eine Frage. Mhm. Der Pullover, der grau, wie teuer ist der? Ähm, welcher denn? Schauen wir mal. Sekunde, ich gewinne den. Ich hab den ja gerade schon an. Bitteschön. Ah, der Kampfpullover. Kleinen Moment, ich schau mal nach. Ja. Hm, der würde... 90 Dollar kosten. Boah, Sche. Können Sie nicht einen kleinen Rabatt drauf machen? Mir ist so kalt. Ich hab leider nicht so viel. Ich hab nur 50 Dollar bei. Ja, das war ja, bevor die Dame erfriert. Machen Sie das mit auf meine Rechnung. Oh, Dankeschön. Der ist aber voll lieb von Ihnen. Viel, viel Dank. Nur, Sache, Mann. Bezahlen Sie das? Ich bezahl das, ja, ja. Also, das war meine Rechnung, das... Oh, es gibt doch noch gute Menschen hier in diesem Staat. Vielen, vielen Dank. So, da geb ich Ihnen schon mal den Pulli. So, den zieh ich direkt an. Das ist viel wärmer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Sitz, Mann. Dankeschön. Einen schönen Tag wünsch ich noch. Danke gleich. Ebenso. Nein, ich wollt grad klauen. Das sind die so nett. Warum sind die denn so nett zu groß? Warum sollst du diesen Pullover an? Sie hat diesen Pullover an. So, das ist shit. Hat Pullover gekauft. Ja, ich konnte nicht. Boah, ich bin so froh, das ist so nett. Da vorne ist ein 7-11. Da geh ich auch hin und dann rufen wir ein Taxi. Dann fahren wir in die Stadt. Scheiße, ich muss Rose halt auch mal was scheiße. Ich muss hier auch mal scheiße spielen. Die lassen mich alle nicht. Der war so nett. Oh, sie ist verletzt. Die arme Frau ist einfach verletzt. Und geht jetzt hier an den Highway. Hier so an der Seite. Das ist so schrecklich, oder? Das ist so schrecklich. Aber im Savi lernen wir erstmal schön aufwärmen. Aber sie hat jetzt einen Pullover an. Ja, sie hat einfach ihre richtige Weihnachtsstory. Scheiße, oh, an Weihnachten. Ich muss aber böse spielen. Und ich, meine Stimme war gerade nicht richtig. Meine Stimme war voll sanft eigentlich für Rose. Viel zu sanft. Catgirl, Josie, vielen, vielen Dank. Alle mit ihrer Art um so einen süßen Rose. Ja. Ja. Die Menschen einfach, ey. Guck mal, hier sind auch noch Häuschen. Oh, Mama. Der schlechte Wille zählt. Oh, Rob. Alter. Oh, Schimmer. Hätte ich doch jetzt. Oh, hätte ich doch jetzt einfach. Oh, Mann. Ey, yo. Ich krieg bestimmt voll viel aus der Kasse hier. Also, ja. Oder ist das das Ding, was einem überfallen kann? Scheiße, ey. Ich kann mir kein Brecheisen leisten. Wie kommen wir denn jetzt an Geld? Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie wir an Geld kommen. Oh, wir haben keine Waffe. Wir können keine Leute überfallen. Wir können keine Leute überfallen. Wir haben keine Waffe. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mehr kriminell sein. Ja, Rose ist so arm für Verbrechen. Oh, shit. An Weihnachten, Leute überfallen. In GTA ist auch so mies. Das ist aber kein gutes Erfnis, ne? Man kann hier irgendwas klauen. Ist da bestimmt irgendwo auch ein Müllein, wo ich gleich mal die Sachen loswerden kann. Warte mal, ich schreib mal ganz kurz Rob. Pullover. Ab. Pullover. Geschenk. So, komm. Kaut J. Lach. Boah, krass. Sehr, sehr krass. Kann man das vielleicht kaufen? Ariane holt sich das hier. Und gönnt sich. Macht ein Riesengeschäft. Puh, ja dann gucken wir mal. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Warte. Wir sind jetzt in Sandy Shore. Wir können auch einen Bus warten. Das können wir auch machen. Müssen wir mal ein ganzes Stückchen hier hinlaufen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie oft hier der Bus noch fährt, jetzt wo ein Tag vor Heiligabend ist. Genug Geld für ein Taxi. Oh. Oh. Da ist die 123-123, die hat's ja schon angerufen. Ich brauche ein Auto, Junge. Ich brauche ein Auto. Das ist ein bisschen holprig heute. Ich habe überlegt, ob ich auf Venture irgendwie random Nummern irgendwie anrufe, weil das ist auch doof. Oh, ich glaube, das ist ein Mülltonnen. Arme Rose an Weihnachten. Oh, sie hat ja gerade den Pulli gekriegt an Weihnachten. Das war sehr, sehr schön. Oh, guck mal. Ich muss hier noch ein Bild machen. Ein Bild von Rose noch. Ja, hallo. Rose, wie geht's dir? Oh, Zuckerbeider bist du ja. Mir nix ganz gut. Ich hab mir jetzt, ich hab ein Pulli geschenkt bekommen. Geschenkt? Das ist aber nett. Ja, war nie auch. Hast du auch eine lange Hose? Nee, leider nicht. Rose, weißt du, was du willst? Hast du ein Auto, Rose? Nein, auch nicht. Wo bist du denn? In 1,247, das komplett leer ist. Die haben gar nichts. Das ist für Scheiße hier in Sandy Shores. Nee, neben YouTube. Neben YouTube. Was hältst du davon, wenn du da bleibst? Ich rufe jetzt ein Taxi. Das soll dich zum BPD fahren. Dann bezahle ich das Taxi. Ja. Und dann bist du erstmal hier im Warmen. Und dann gucken wir mal, dass wir dir noch eine lange Hose besorgen. Ist das eine Idee? Du bist ein Engel. Ein Weihnachtsengel, weißt du das? Dankeschön. Du bist einfach der Beste. Dankeschön. Kein Problem. Wollen wir das so machen? Ja. Okay, dann rufe ich dir jetzt ein Taxi, ja? Ja, vielen, vielen Dank. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ich weiß, dass Rob im BPD ist. Du bist im Gefängnis da. Zuckerbein, was machst du hier? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich bin mir nicht sicher gerade, ob ich es trauen soll. Ich weiß, ich soll nämlich ins BPD. Die rennen direkt in die Falle, ey. Ganz doof bin ich nicht, ey. Zuckerbein würde es doch nie hintergehen. Scheiße. Ich kann das ja immer gar kein Taxi rufen, ne? Jace Hechtler, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Höchstens andere Taxi-Unternehmen. Wie krieg ich denn den Bruder jetzt da raus? Scheiße. Scheiße. Wieso sind mir keine Taxen da? Ich will es natürlich selber. Ich will es natürlich selber. Du verarschst mich doch. Du verarschst mich doch nicht. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, ich bräuchte ganz dringend ein Taxi nach U-Tool. Ganz dringend ist schlecht. Wir sind sehr ausgelassen. Ich habe acht Fahrten im Vorlauf. Ich kann sie aufschreiben, aber es wird dauern. Wie lange ungefähr? Rechnen Sie mit vielleicht 20 Minuten. Oh, scheiße. Wissen Sie, ob die Busse heute fahren? Rufen Sie am besten mal bei der 100-100 an. Das ist deren Leitstelle. Die können Ihnen das sagen. Ich weiß es überhaupt nicht tatsächlich. Okay, danke schön. Gerne. Falls Sie doch noch ein Taxi brauchen, rufen Sie gerne gleich nochmal an. Aber wie gesagt, ich habe gerade nicht im Print der Laden kaputt. Okay, alles gut. Dann trotzdem vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Nee, komm. Wir spielen das Spielchen jetzt mit. Wir spielen das Spielchen jetzt mit. Wir spielen das Spielchen jetzt mit. Das ist auch doof. Wir machen es einfach mal mit. Wir gönnen wir denen einfach das RP. Die werden uns ja jetzt nicht komplett wegsperren. Also für immer. Und dann sind wir da irgendwie fünf Stunden in der Zelle. Das glaube ich nicht. Aber lasst euch gesagt haben, ich bin mir ziemlich sicher. Wir haben ja die SMS bekommen. Der Bruder ist im Knast. Ich könnte jetzt was machen, aber ich will es auch nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich könnte jetzt zum Bus halt... Warte mal, können wir den Bus anrufen? Weil die kriegen nämlich so schnell jetzt auch ein Taxi nicht hierhin. Es sei denn, ich glaube, ein Polizeiwagen wird gleich hier vorfahren. Ich gucke mal ganz kurz. Ähm. Hm. Jo. So, Sekunde jetzt bitte einmal. Ich muss einfach mal ganz kurz... Oh, Mann! Den Knopf hier drücken. Nein! Hä? Oh, ich drehe durch hier. Das ist ja unschuldig. Ja, ich bin unschuldig, aber ich glaube, das ist ein Polizisten. Ja, voll egal. Ist das ein Müll? Oh, ich brauche einen großen Müll, verdammt nochmal. Unbedingt. Ich brauche einen großen Müll. Jetzt brauche ich den gerade wirklich ganz dringend. Warte mal. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich brauche einen fucking großen Müll. Ja, endlich. Nein! Oh! Achso, ich habe wirklich... Scheiße, hätte ich jetzt ein Tüntriche! Oh, da, okay, da sind Müll dran. Hm, hm, hm. Ich glaube, es ist etwas nützliches, was ich benutzen kann. Schade. Also, ich kann euch sagen, was passiert, hundertprozentig. Er ist ja, er ist der Einzige, der einen guten Draht zu Rose hat, deswegen. Und Rose soll es gleich mitgenommen werden. Rose soll im PD einmal als Zeugin und einmal als Beschuldigte, hat sich aber nicht gemeldet. Jetzt bräuchten wir David einfach, ey. Äh. Das Einzige, es gibt halt noch was, wo wir uns melden könnten. Äh, äh, äh. Ist das wirklich ein Taxi? Das ist aber kein Taxi. Nicht so wirklich Taxi, aber ausnahmsweise. Schreien Sie ein. Halten Sie mich für völlig bescheuert. Was? Gucken Sie mich mal an, ich bin eine alte Frau. Hören Sie auf, mich zu verarschen. Sie müssen mich jetzt ins MD fahren, bitte. Mir geht's nicht gut. Oh, mir geht's überhaupt gar nicht gut, das sehen Sie doch. Ich muss ganz dringend, das MD. Ja. Ja. Ich glaub, ich geb gleich rum, im Schnee. Hallo, Tanaka von PD. Ich brauch einmal bitte, ja, hallo. Ich brauch bitte einmal dringend einen Rettungswagen und vielleicht auch einen Notarzt zur YouTube-Dankstelle. Wir haben hier eine Dame, die, äh, ja. Bin gestürzt, ganz furchtbar. Laut eigenen Angeben, äh, hingefallen, äh, im älteren Alter, gebrechlich, gibt an, starke Schmerzen zu haben und so weiter. Ja. 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 Definitiv. Ja, genau. Die Tankstelle unter YouTube. Ja. Oh, mir ist ein bisschen schwindig. Ja, alles klar. Ein bisschen. Ein bisschen schwindig. Ja, dann halten Sie mal die Dame. Kann ich mich irgendwo abstützen? Ja, Sie können sich bei mir abstützen. Ja. Ich helfe noch mal hoch. Oh. Dankeschön, mein Junge. Okay. Kein Problem. Ja. Da ist der Dame mal hier die Rettungsdecke drüber. Mhm. Also. Ich hab mir grad einen Pullover geholt. Das geht schon. Da haben Sie die Decke noch drüber, dann wird es Ihnen auch nochmal ein bisschen Wärme. Dankeschön. Haben Sie einen heißen Kakao mit Schuss? Haben Sie genug gegessen und genug getrunken? Ich hätte gern heiße Schokolade mit Schuss. Okay, den kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Der ganze Scheißladen hinter mir ist nämlich leer. Okay. Das ist richtiger Scheiß. Kann Ihnen aus meiner Thermoskasse noch einen etwas warmen Espresso anbieten? Ja, den würde ich gerne nehmen. Okay, dann bekommen Sie den. Ja, bitteschön. Oh, vielen, vielen Dank. Dankeschön. 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 Oh, ja. Oh, ich fühl mich jetzt wieder mit. Ich hab wieder viel mehr Energie. Wow. Viel, viel besser. Perfekt. Das freut mich zu hören. Ja. Das MD ist informiert. Das kommt gleich vorbei. Mhm. Nehmen Sie dann einmal mit zum MD. Sagen Sie mal. Ja. Mein Bruder Rob Finkers meldet sich gar nicht bei mir. Mhm. Haben Sie mal was von Ihnen gehört? Dann darf ich Ihnen keine Auskunft drüber geben. Ist das so? Ja, das ist so. Mhm. Das ist schon ganz komisch, dass hier eigentlich ein Taxi kommen. Hab ich schon ein bisschen was gedacht, aber dachte ich warte trotzdem mal. Mhm. Ich will ja trotzdem Vertrauen. Wie lange muss ich jetzt hier warten? Das MD ist gerade unterwegs. Ich gehe davon aus, von der Stadt brauchen Sie nur noch ein, zwei Minuten, dann sollten Sie da sein. Von der Stadt aus, okay. Genau. Wieso erreiche ich denn meinen Bruder nicht, verdammt? Das finde ich alles immer noch wirklich seltsam. Und jetzt habe ich meinen eigenen Namen hier eingegeben, um mich zu suchen. Verdammt nochmal. Ich muss mal ganz kurz meinen Freund anrufen. Der nicht Zuckerboy ist. Bitte Harald, jetzt brauche ich dich, Harald. Harald, bitte, bitte Harald. Scheiße, ich glaube, der ist gestorben. Das ist ja ziemlich still hier. Äh, wie bitte? Das ist ja ziemlich still hier. Ja, gut, wir sind halt in der Wüste, nicht so, äh, ein bisschen weiter ab von der Zivilisation. Wüste? Da ist ja der Nordpol hier. Da habe ich mich ganz schön erschrocken, als ich heute aufgestanden bin. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Im Wintereinbruch hat es hier viele überrecht. Boah. Sag mal, sind die jetzt hier vorbeigefahren, oder was? Hm, ich gehe davon aus, dass sie gerade treten. Sind sie sich sicher? Ja, haben wir ja noch. Na, da sind sie ja. Geil. Ich hoffe, die geben mir Schmerztabletten, oder sowas. Ja, mal schauen, wir sind jetzt plötzlich ja um sie gekümmert von MD-Laden. Dankeschön, da ist wirklich sehr einfreundlich von Ihnen. Kein Problem. Machen wir gerne, ist ja unser Job. So. Ich schütze hier einmal ein bisschen. Und mir ein bisschen... Wieso ist sie jetzt auf einmal nicht mehr verletzt? Die waren die ganze Zeit verletzt. Das ist doof. Verstehe ich jetzt nicht. Ich trau dir nicht, Zuckerberg. Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht über den Weg. Ja, ja. Durch den Kaffee hatten wir das gerade. Was bereden die denn jetzt so lange? Genau, der Kollege erklärt nur einmal den Fall, wie wir sie hier gefunden haben. Dass ihnen etwas schwindelig war. Genau, dass die Mediziner schon mal Bescheid wissen. Hallo. Hallo. Gute Frau, wie kann man Ihnen helfen? Ich wollte zu YouTube gehen. Und da bin ich von meinem Zuhause über diesen Hügel und bin einfach runtergekullert, weil das so rutschig war. Ja. Und da bin ich auf meinen Popo und auf meinen Rücken gefallen. Ist sie nicht ein bisschen kalt? Ich habe einen Pullover an. Ah, okay. Ja, ja. Das müsste reichen, weil da, wo ich herkomme, da sind wir Schlimmeres gewohnt. Okay. Also sie sind auf den Popo gefallen und der tut Ihnen jetzt auch weh? Ja, da waren überall Steine und ich glaube, ich habe mir hinten alles aufgeschürft. Okay, gut, dann gucke ich mir das mal an, ja? Ja, aber ich will meine Hose hier nicht runterziehen. Nee, müssen Sie nicht, keine Sorge. Ich gucke mir nur den Rücken an, nicht die Hose. Ja. Ja gut, ihr macht das schon. Nö, die ganze Zeit verschwindet. Nicht meine Barstelle, ich bin Polizist, kein Sunny. Mhm, danke euch. Der kann überhaupt, der kann kein Stück lachen. Der hat gar keinen Humor, der Typ. Ja. Ja. Also Ihnen ist auch schwindig, haben Sie auch Kopfschmerzen? Ja, ein bisschen. Okay, Joel, könntest du mal gerade nachgucken, ob die Pupillen so weit isokor sind? Ja, kommen Sie mal ein bisschen her und gucken Sie mal. Schauen Sie mal einmal kurz hin das Licht rein, ja? Ja. Oh, ist der ganz hell? Ja, 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 das ist sehr hell dran. Ja, aber ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, okay. Ist alles in Ordnung, ja. Gut, wunderbar. Also ich sehe hier ein paar kleine Kratzer und ein paar ganz kleine Schirrfhunden, die können dich behandeln. Ja. Joel, könntest du gerade dafür alles Nötige holen? Ein bisschen Bippertee, ein bisschen Desinfektionsmittel, Reinigungspets und sowas. Oh, das kann man vor Ort machen, das ist ja toll. Das kann man alles vor Ort machen, ja. So kleine Kratzer und Schirrfhunden, dafür haben wir extra die Materialien dabei. Oh, das ist ja super. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Wie stark sind denn Ihre Kopfschmerzen? Ich sag mal so, auf einer Skala von 1 bis 3. 1. 1, okay. Also nicht sehr wirklich stark. Nee, nicht so stark, aber ich glaube, das macht auch das Wetter. Ist ja viel zu warm für meine Verhältnisse. Ah, zu warm ist eben, aha. Ja, ja. Hab überlegt, ob ich mir einen Minirock oder sowas anziehe. Ach, einen Minirock. Wie dann verwirrt man die Männer bei so einem Wetter. Ja, nicht nur die Männer, also... Würdest du David auch verwirren? Ja, absolut. Also da wäre ich platt. Oh, dann bin ich gleich nochmal nach Hause. Mhm. Ja. Danke dir. So, nicht erschrecken. Das wird jetzt gerade ein bisschen nass. Ja, nass am Rücken kenne ich ja. Okay. Aber glauben Sie mir mal, wenn Sie jetzt einen Minirock hier tragen, ne, dann kriegen Sie aber ganz schnell eine Nierenbeckenentzündung. Ja, oder Muschischnupfen. Oder Muschischnupfen, ja. Ja. Und das ist nicht angenehm. Nee, das sag ich Ihnen, das ist wirklich nicht angenehm. Entschuldigung. Sind Sie denn zu Fuß unterwegs oder wie machen Sie das? Ja, ich hab einen Adaptivzone und er hat einfach mein Auto weggemacht. Ich erreiche den nicht. Okay. Haben Sie mal versucht, mit einem Taxi vielleicht irgendwo hinzukommen? Die haben gesagt, die können allerfrühstens in 20 Minuten hier sein. Okay. Ich wollte noch ein bisschen in die Stadt, aber ich glaube, ich gucke mir noch hier ein bisschen Sandy Shores an. Ich will ein bisschen spazieren und über meine Beziehung nachdenken. Ich bin nämlich mit jemandem vom SD zusammen, aber hab mich neu verliebt. Ah, okay. Kennen Sie Harald? Harald? Warten Sie Sekunde. Sekunde. Ja. Hallöchen, Datto, ich hab noch mal. Ich wollte ganz kurz fragen, sind Sie inzwischen weggekommen? Nee, ich bin immer noch hier am 24-7 neben YouTube. Immer noch, ja, alles klar. Ich hatte nämlich gerade einen Busfahrer neben mir sitzen und der hat gesagt, es ist eigentlich gerade niemand unterwegs. Oh, scheiße. Ich hätte jetzt noch eine Fahrt vor mir und danach würde ich sie abholen. Werdest recht? Das wäre fantastisch. Ich warte hier so lange. Alles klar, dann machen wir das so. Dann bis gleich, ne? Bis gleich. Tschüss. Joel, kannst du der lieben Frau eine Kühlkompresse geben für die Kopfschmerzen? Oh, das wäre wirklich sehr lieb. Dankeschön. Ja, kein Problem. Also, Sie haben jetzt eine neue Flamme. Ja. Harald heißt der. Ja. Der fährt Taxi. Ach, der fährt... Ach so. Ah ja. Ja, den hab ich schon mal gesehen, ja. Der hat gesagt, ich soll den Tiger nennen. Oh. Oh mein Gott, das ist so ein heißer Kerl. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, der ist das Problem. Ich hab ja einen Freund beim SD. Ich mein, ein bisschen verneint er das noch, aber wir wissen beide, dass es so ist. Der zieht mich immer mit seinen Augen aus. Enzo heißt der. Er, er, Enzo? Ja. Okay, ja. Ja, der schreibt mir auch ungelogen die ganze Zeit. Können Sie ja gucken. Zuletzt hat er jetzt geschrieben vor sechs Minuten. So, du fährst erstmal mit ins MD und dann schauen wir wegen deiner Hose. Ja, dann können Sie sich drei und drei zusammenzählen, ne? Was der meint mit der Hose. Ähm, okay. Ja. Ich hoffe, ich erreiche mein Bruder heute irgendwann mal. Äh, wie war Ihr Name? Frau Finkers, richtig? Ja, ja. Mrs. Finkers, äh, tut Ihnen denn noch was weh außer der Rücken? Weil ich wär jetzt soweit erstmal mit dem Rücken durch. Ja, wüssten Sie was? Ich fühl mich schon viel besser. Ihre zarten Fingerchen, die haben wirklich heilende Kräfte. Ja, das, das, da bin ich sehr dankbar. Ja. Mich haben heute alle so lieb behandelt, außer natürlich wieder die Polizisten. Mir hat jemand gerade ein Pullover geschenkt bei YouTube. Oh, das ist aber nett. Ja. Und sie sind auch ganz nett. Ja, das freut mich. Ja. Gut, können wir noch irgendwas für Sie tun? Nein, mir geht's soweit ganz gut. Dankeschön. Mhm. Gut, äh, haben Sie zufälligerweise Ihren Ausweis dabei? Den müsste ich nämlich nochmal kontrollieren. Ja, eigentlich nicht. Das ist bei uns leider so. Bitteschön. Mhm. Ich glaube, wir sind die Putzer erstmal los, oder? Gut, Mrs. Finkers, dann gebe ich Ihnen den gerade wieder. Dankeschön. Und er müsste sich noch eine ganz kleine Rechnung stellen. Aber bitte nicht so teuer, ich bin so arm. Sie sind so arm? Ja. Na, wenn Sie zu arm sind, dann können wir das über Helping Hands abrechnen. Also das wären jetzt einmalig 45 Dollar, wenn Ihnen das aber zu viel ist. Dann können wir 10 Dollar abrechnen und der Rest bezahlt dann Helping Hands. Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen, dann machen wir das so. Denn ich habe auf meinem Konto nur noch einen Dollar und ich habe nur noch ein bisschen Bargeld dabei. Oh. Okay. Ja. Das rechnen wir aber über Karten, die ab, äh, ja, Karten abgesehen. Okay, das ist scheiße. Karten ist gerichtet. Sekunde. Äh, ja, ja, ja. Ich liebe das Wunder, das ist ein Wunder der Technik dieser Automaten. Ja. Habt ihr Geld reingeschoben und jetzt geht's. Jetzt müsst ihr bezahlen können. Moment, ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Ja. Hier funktioniert's jetzt. So, dann machen wir einmal 10 Dollar. Und dann halte ich Ihnen das Gerätchen hier hin. Prima. Vielen Dank, junge Frau. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Gut, Mrs. Finkers. Dann stellen Sie sich am besten an den 24-7. Mache ich. Das ist wirklich nicht angenehm gerade draußen. Nee, es ist wirklich, Schweinigkeit ist doch ein bisschen an den Beinen, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Ja, kick die Arthritris wieder. Ja. Äh, Mrs. Finkers, sollte noch irgendwas sein, dann melden Sie sich einfach bei uns, ne? Oder kommen ins MD. Mache ich. Wir sind die ganze Zeit da. Mache ich. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dann Ihnen einen schönen Abend noch. Ihnen auch. Tschüss, viel Spaß mit dem Freund. Danke. Danke, tschüss. Sie sind ein tolles Paar, Sie beide. Wir sind kein Paar. Wir sind kein Paar. Wir sind kein Paar. Ja, ja, ja. Also ich meinte die beiden, das ist nämlich so aus. Ich hatte es aber hingegangen. Oh, ich dachte schon wieder, da ist irgendwie... Ups. Oh, nein, das wurde ich dann... Rose arbeitet da jetzt einfach. Wir haben nichts. Wir nehmen Sachspenden an. Und die Polizei hat aber den Taxifahrern schon Bescheid gesagt. Oh, der Enzo war wirklich nett, aber ich glaube ich nicht. Muss ein Geld kommen, ja. Scheiße. Verfickte Scheiße. Oh, der Enzo war wirklich mein Kopf ein bisschen kühlt. Oh, der Enzo war wirklich mein Kopf ein bisschen kühlt. Also ich kann das nicht wie Eddie und David das noch mit dem falschen schreiben. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich weiß, dass die gleich kommen. Liegt Rose einfach hier und versteckt sich. Sie ist einfach geslippt. Das ist ja auch echt nichts. Das ist so krass. Wie ist ein bisschen Obst? Das Meist ist doch noch da. Leute, Obst. Nichts. Es ist einfach ein super cooler KTBP. Ich muss aufstoßen. No. No. Ich mache Info von dem hier. Wo bist du? Und sie hat den Kampffpullover. Und sie hat den Kampffpullover. An diesem grauen, dicken Wollpullover, den noch Ariane hat. So. Warte mal. 5574. Ich sehe gar nicht. Liebe Motz, könnt ihr mir manchmal, wenn ich dann so frage, den Spendenstand durchgeben? Also nur, wenn ich frage, so hey Motz, einmal Spendenstand. Könnte ich mich denn mit Rose hinfahren lassen? Ich bin gerade eh zufällig. Ich bin gerade eh zufällig. Und sie hat die Chance und sammle ich den unterwegs mit einem. Das wäre kein Problem. Ja, sehr gerne. Dann fahre ich jetzt zum Füftob kein Problem. Bis dann. Ciao. So, hallöchen. Wohin darfst du sie gehen? Hallo. Ich müsste in die Stadt setzen. Setzen sie mich da in irgendeine kleine Gasse ab oder so, wo es schön warm ist. Kann ich machen, sehr gerne. Wir müssten nur ganz kurz einen Zwischenstopp in Sendichorts machen. Da muss doch jemand einsammeln, den ich vergessen habe. Also, ja, wir haben sie da vergessen. Wie ist das denn passiert? Wie das passiert ist, äh, ja, sagen wir es mal so, mein Telefon, er war vom Teufel spricht, Moment. Ja. Äh, ciao, ciao, ich bin ein Kugelfahrer. Jappo, halli, hallo. Ich bräuchte so ein Taxi. Ja, da sind sie richtig. Äh, wo darf ich sie holen? Flughafen, alles klar. Kann ich machen, ich sage, mit einer Wartezeit von bis zu 10 Minuten verbunden, ja? Alles klar, dann bis gleich, tschüss. Äh, ja, wo er vom Teufel spricht, ne, mein Telefon klingelt so oft, dass es inzwischen heiß ist. Ach du Scheiße, ist alles so schlimm. Also ich habe da so einen Taschenwärmer, der klingelt ständig, das ist super. Ach du, ach du, grün, ne. Zum Glück haben wir hier so einen USB-Anschluss im Taxi, wo ich mein Handy aufladen kann, sonst ist ja wahrscheinlich schon der Akku leer. Äh, und keine Ahnung, ich bin seit, keine Ahnung, wie lange schon am rotieren hier, wie ein Bekloppter und ich glaube, da habe ich immer etwas vergessen. Oh, und wo, wo wartet derjenige denn jetzt hier? Hier am 4.7. Ah, okay. Genau. Das ist ja wirklich ziemlich kalt einfach, richtiger Scheiße ist da, im Moment. Ja. So, da ist er. Das sieht ja ganz schön schick aus. Hallöchen, steigen Sie ein. Ach, ist da mein Taxi, was ich von einer Stunde gerufen habe. Ja, das ist ein bisschen untergegangen, tatsächlich. Achso, ja, das ist ja toll. Ja, jetzt sitzen sie doch mit, jetzt sitzen sie doch hier drinnen. Es ist da fein, nach. Sag das mal so, ich war in der Gegend und ihre Kollegin hat mich gerade angerufen und ich so, Kopfkratzen, äh, Scheiße. Ja, so Kopfkratzen, die ist vor einer Stunde so in acht Minuten, ich habe eh eine Tour nach Sandy. Hatten sie gesagt. Ja, und dann klingelte man noch 33 Millionen Mal, ne? Ja, richtig. Ja, das kann doch passieren. Also, ich sage sie, ich bin seit zwei Stunden oder so, ich bin seit zwei Stunden oder so nonstop nur am durch die Gegend heizen und ich komme zu nichts mehr. Und die Busse fahren nicht, ne? Wobei, da kommt ein Bus, wow. Ja, das ist jetzt aber Zufall. Das ist Zufall. Kann man auch mit Läufen sprechen. Ich stehe seit Stunden in Sandy Shores rum im Desert Inn und davor und warte und gucke, kein Bus, kein Taxi, nix. Und jetzt, klar. Jetzt kommt alles auf einmal. Ja, nee, ist klar. Ja, ich hatte gerade eben, äh, als ich mit Ihnen, Mem, das erste Mal telefoniert hatte, hatte ich einen Busfahrer im Taxi, kurzer Nachtsitz gehabt, dass er meinte, Bus könnte schwierig werden, da ist gerade nur einer da und der sitzt im Controlling, also der fährt nicht. Deswegen habe ich ihn nochmal zurückgerufen. Hat ein Busfahrer, der nicht fährt. Ja, genau, der macht irgendwas organisatorisches, Schreibtisch oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, der ist aber dann kein Busfahrer, oder? Das ist ja dann eher, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich fährt er auch Bus, aber der wird halt gerade nicht. Ja, der ist ein Bus, da. Ja, der fährt, der fährt Rollstuhl, wie heißen diese Bürostühle, das ist Bürostuhlfahrer, genau. Oh, der ist aber ähnlich wie so ein Trittbrettfahrer, Ja. Allerdings. Ja. So, Sven, wo müssen Sie eigentlich hin? Also im Thriftjob war das, ne? Ja, ja, richtig, wir wollten hier ein bisschen mal ins Unicorn reinschnüppern. Ins Unicorn, alles klar. Da würde ich das so machen, ich würde Sie auch beim Thriftjob rauslassen, wenn das recht wäre. Äh, ja, okay. Äh, obwohl ich müsste aber eigentlich wirklich irgendwo in der Stadt auf dem Weg, Stadtpark oder so. Irgendwo da. Ja. Ja, gut, das liegt quasi auf dem Weg, da schmeißen Sie sich beim Stadtpark raus, ne? Ja, das wäre wirklich super, danke schön. Alles klar, sehr gerne. Ne, ich erreiche heute auch wirklich keiner, ist ganz schlimm, ich weiß gar nicht, wo die heute alle sind. Ja, ist Weihnachten, ne? Es ist morgen. Ach gut. Das stimmt wohl. Faules Schweineinfall. Vorbereitung für Weihnachten halt, ne? Weißt du Bescheid? Was musst du denn auch vorbereiten? Weiß ich so nicht, ich fahre den Scheiß auch nicht. Ich bin bloß eingeladen zu einer Feier, aber mehr auch nicht. Oh. Ja, zwei Freunde feiern von mir und die haben gerade zufällig auch noch Streit. Oh, das geht dann nach einem normalen Weihnachten. Volle Beziehungskrise, ey, ich sag's Ihnen. Ja, richtig, normal Weihnachten, ne? Ja. Weihnachten ohne Familienstreit ist kein Weihnachten. Oh ja, hier wäre super, hier wäre super. Hier wäre super, alles klar. Dankeschön. So, dann rechne ich Ihnen aus, weiter, die haben Sie kostet. Ja. YouTube, wo war der Bumsladen noch gleich? Äh, hier. Alles klar, das sind dann 32 Dollar, bitte. 32. Ah, hier, lassen Sie es stecken. Ach, komm, der geht doch die Kohle zurück, den braucht ihr bestimmt noch hier. Das ist Weihnachten. Alles klar, dann mach ich das so. Wenn ich eh schon mitfahre, dann ist verlichtet. Ja, sind Sie auch so nett. Was ist denn heute? Floris, alle sind so nett zu mir. Dann gebe ich Ihnen das gerade zurück, bitteschön, das ist kein Problem. Vielen Dank, vielen Dank, Sir, danke schön und ich wünsche Ihnen noch eine gute Tour und viel Spaß im Unicorn. Ja, vielen Dank. Ja, und Ihnen viel Spaß beim Fahren. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Hört auf! Hört einfach auf! Ah, ist das nicht schön? Ja, aber ich muss auch böse sein. Warum lassen die mich alle nicht böse sein? Warum? Ich sage es nochmal zu Ariane, wenn die mich so nett sind. Nee, und Ariane ist einfach so süß und so ein Engel. Ich finde, Ariane spielt, also ich versuche die halt immer sehr süß zu spielen. Ja, Lache. Hm. Tja, wir könnten noch betteln irgendwo. Oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Rose Impostive, der neue Film aus Los Santos. Aber guck mal, passt gut zu dem Kältebus-Thema jetzt, ne? Sie hat ja einen Pulli an. Ähm, liebe Motz, weil was für einen Spendenstand haben wir jetzt? Ich sehe das nämlich nur leider sehr, sehr klein hier. Oh, Flaschensäuern können wir auch. Du gehst langsam. Ja, das ist der Charakter, der geht so langsam. 5.649. Uh. Vielen, vielen Dank. Danke. Los will ja die Darkseid-Join. Was ist denn mit Danny sein Charakter? Ich dachte, wir spielen jetzt zusammen. Was ist denn da los? Die haben dir das Handy weggenommen, ne? Der ist halt immer noch im Verhör. Die haben den hundertprozentig das... Da ist aber keiner, sondern in Grape Seed. Scheiße, Zuckerweil. No. No, no. Bütze kann ich Rose auch nicht anziehen, oder? Dann würde ich zu Binkos gehen. Alter, ich brauche ein Auto. Ich brauche unbedingt ein Auto. Ich brauche das, Junge. Beobachtest du mich? Warum hast du nicht meinen Anruf angenommen? Welchen Anruf? Ich hab dich angerufen. Sagen Sie mal, ist Ihnen nicht kalt? Ich hab einen Pullover an. Sieht man doch. Oh, denn sieh ich erst jetzt, dass du mich angeruft hast. Wo ist mein Auto? Ich brauch das ganz dringend. Ich kann mich hier nicht bewegen. Mir ist kalt. Ich hab den umgebaut, Ma'am. Ja, dann steigen Sie mal beide aus. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein Taxi. Ich brauche ein Auto. Steigen Sie hinein, wir zeigen den neuen Funktionen. Nein, Sie fahren mich zum PD und da will ich nicht hin. Nee, da hab ich jetzt ne Fahrt, da soll ich jemand abholen. Ich brauche mein Auto. Ja, David, das ist jetzt... Wo ist da so ein schlimmer Schlüssel wieder? Aber warum? Aber warum, aber warum, aber warum brauchst du denn Auto? Ich werde dich verklagen, das Diebstahl! Ich trug dich zurück. Lauf, wir fach. Die Schweine. Diese Schweine. Ich hätte was machen sollen. Ich hätte unbedingt was machen sollen. Ich muss jemanden ausruhen. Ich hab keine andere Möglichkeit. Das ist hier einfach gemütlich drin, beide. Ihr spricht den Mailbox von David. Du kommst ja zurück, oder es setzt was. Ich bin langsam sauer. Ach so. Wir machen was. Ist das Problem? Entschuldigung. Du bist das Problem. Ja. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Geld für eine arme alte Dame? Nur ein bisschen. Bisschen Geld? Ja. Wie viel wäre denn ein bisschen? Das, was Sie für ein bisschen halten. Auch wenn's nur ein Dollar ist. Es ist doch Weihnachten. Haben Sie recht. Okay. Haben Sie was geschickt gemacht, was ich als bisschen erachte. Okay. Es tut mir leid. Es ist mir wirklich sehr peinlich, das zu machen. Aber es geht leider nicht anders. Ich will nur essen und trinken. Dann warten Sie mal. Oh, das ist sehr großzügig. Vielen, vielen Dank. Und ein frohes Fest wünsche ich Ihnen. Gleichfalls. Ja, ebenso. Dankeschön. Tschüss. 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 Oh. Oh. Ich weiß absolut nicht, wenn man Dietrich hierher kriegt. Wenn man Dietrich hierher kriegt, wenn man Dietrich haben. Oh. Wenn ich die Polizei die ganze Zeit jetzt hier höre, ne? Oh. Ne. Warte mal. Wenn die mich verpetzt haben, ne? Da hab ich gar keinen Bock drauf. Dann geh ich mal lieber irgendwo anders hin. Was ja so lahm sind, ne? Ile, machst du hier? Haben Sie 200.000? Geben Sie es nicht alles für Alk aus. Ah, ich würde jetzt auch gerne so einen schönen Glühwein essen. Äh, trinken. Kann Rose jetzt doch kriminell werden. Alle Menschen sind nett. Scheiße. Scheiße. Ich brauche mal die Kachel. Ihr spricht in Mailbox von David Leroy. Da lasst du deine Nachricht nach den Bieb. Ist es so kalt? Wer ist so kalt, bitte? Ich brauche nur mein Auto wieder. Bitte helfen Sie mir da. Du, 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 du. Du, du. Bitte. Ich bin... Ich mach das mal so. Ich mach das mal so. Bin... Ei... Eiern... Arme... Alte... Es ist... Wehnach... Wehnach... Bitte... Bitte... Ein... Herz... Ein Herz... Ich muss auf... David schlechtes Gewissen irgendwie... Ich muss darauf appellieren. Es gibt... Telefonnummer... Von... Roter... Hexe... Ich hätte einfach drin bleiben sollen. Ich hätte einfach drin bleiben sollen. Im Taxi. Aber die hätte mich bestimmt dahin gefahren. Scheiße. Kannst du nicht auf die verlassen. Ich bin... type in aus. Ich bin... Ich bin... ...mit... Ich weiß noch nicht, wo David das hingepackt hat, ne? Die beiden streamen nicht? Die spielen einfach nur so, was für Penner. Loste Typen, Junge. Oh, ich geh da... Ich weiß nicht, ob das irgendwie Hintergrundbescheinung ist oder ob da wirklich jetzt Polizeiautos sind. PD-RP vermeiden nicht. Ich will jetzt nicht direkt irgendwie in deren Arme laufen. Ich hoffe die ganze Zeit, dass sie vielleicht Rose suchen. Das wäre voll schön. Warte, auch... So raste ich da und die ist off. Verdammt, ja, scheiße, ey. Oh, hier ist schon ein bisschen wärmer für Rose. Ja, ich muss ein bisschen. Der Karakter ist halt innerlich langsam. Oh, guck mal wie schön. Oh ja, Rose. Wir haben Geld verdient, finde ich gut. Wir haben einfach Geld verdient. Da oben, da vorne sind. Was machen die denn mit Rob, Mann? Ob ihr ja nicht versucht, Rose und ihren Bruder umzubringen oder so? Also ich bin davon ausgegangen, dass Rose stirbt schon bei der ersten Aufnahme. Und mich wundert es bis heute, dass die Frau noch lebt. Mich wundert es bis heute. Winters wird sie bestimmt erschießen, weil sie sich einfach nicht leiden kann, weil das so voll der Teufelscharakter ist. Ja, nacherst bestimmt Zuckerbeule, ne? Den roten Hexen hasst dich. Ich bring... Bring... Ich bring sie... Um. Ich bring sie um. Wo... Wo ist sie? Wo ist sie? Warte. Behandeln. Behandeln. Wie. Scheiße. Ich fand mich echt nur die Polizei Rose sucht. Das wäre schön. Aber ich glaube eher nicht. Locker die Lieblinger als Ariane. Da vorne ist das MD. Ich kann Barbara direkt hören, ja. Hier können wir nicht runter. Scheiße. So, da vorne hin. Wir können einfach ins MD und mal gucken, ob wir uns da aufwärmen können. Wir gehen einfach nur da so rein. Das ist MD, aber sie jetzt nicht mitgenommen hat, weil eigentlich dachte ich, dass der Polizist die vielleicht irgendwie, ähm... Ja, quasi, gebrieft hat und gesagt hat, hey, nimmt die jetzt mit. Ne? Weil die ist eigentlich ein Gewahrsam, weil... Die könnte... Also, ich könnte ja... Ich könnte gesucht werden, wegen diesen Sachen hier, ne? Das Tatverdächtige. LSBD-Notruf vor allem. Ja. Oh, der Doody, der ist so lieb. Oh Mann, mir kommt das zurück. Rob, verdammt, wo bist du? Hör mal, ich bin aus dem Clust abgebaut. Ich... Ich glaube, die wollten mich gerade reinstecken. Ich bin gerade auch auf der Flucht quasi. Nee, ich hab dich suchen lassen, weil du hast keine Klamotten, oder ist es kalt. Ich hab ein Pullover. Wo bist du denn? Ich hab... Ich bin... Ich bin in der Nähe des MDs. Auf einem Dach. Hast du ein Kraftfahrzeug? Nee, leider nicht. Ich hab einen Adoptivsohn, der hat einfach mein Auto geklaut. Also muss ich zum MD kommen. Ja, ich warte auf... Ich warte beim MD auf dich, okay? Schwester, ich hab... Schwester, hör mal zu. Ja. Ich brauch ein Brecheis. Ich hab alles... Was? Eine Weile. Ich hab den Schlüssel. Von der Karre. Wir brauchen die Karre wieder. Vom... Vom Fink, hast von unserem... Von unserem... Hier, von der... Von der Fink. Wo hast du das her? Ich hab mal... Hab ich in meiner Arschwalte gefunden. Da saß ich die ganze Zeit drauf. Ach du Scheiße. Jetzt halte ich fest, pass auf. Ich geh jetzt gleich die Bank überfallen. Ja, aber ich hab keine Waffe, nix. Ich hab alles. Okay, lass mich dir was erzählen, ja? Ja, lass mal nicht. Ich wollte heute... Na, hör zu. Ich wollte heute Leute überfallen. Ja. Aber alle... Alle sind so nett zu mir, umgeben Geld. Es hört nicht auf. Jemand hat meine Taxifahrt bezahlt. Mir wurde ein Pullover gekauft. Ich versteh nicht, was los ist. Ich glaub, dass ich... Warte, ist ein Zeltlager, Schwester, oder was? Ich weiß. Ich weiß es nicht. Das ist ganz komisch. Ich glaub, die Leute sind nett. Okay, bis gleich. Ich komm zum MD. Wir treffen uns davor. Meine Schwester. Bis gleich, Bruder. Von unserem Sohn von Fink. Ja, hi, hi, hi. Ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört. So, what? So. Sie rennt übrigens nicht wirklich. Das ist, wenn ich einmal die Taste anditsche. Aber sie rennt nicht wirklich. Rettpflege-Alarm, ja. Also, ich will auf jeden Fall David und Barbara sowas von entführen. David hat einfach das Ding versteckt. Was für ein Arschloch. David ist einfach so voll der Teufel, Leute. Er ist einfach voll der Teufel. Hä? Oh nö, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Oh nö, warte mal. Dann bin ich da oben hoch und da ist das MD. Okay, warte. Ich will eine Waffe. Ich will eine Waffe. Und dann kriegen die erstmal beide MD-RP. Weil die so frech zu Rose waren. Beide kriegen sie erstmal MD-RP. Einmal mit dem Messer so pieksen. Auf einmal Barbara tot. Und ich so, oh. Oh. Banküberfall ist natürlich geil. Wir würden natürlich Rob alles machen lassen, weil ich weiß wirklich nicht so viel von Banküberfall. Ich muss das Auto dann gleich kommen. Oh nein. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Überfall. Ach Frau Finkers, wir sortieren gerade altes Geld aus. Nehmen Sie sich doch was weg vom Stapel. Oh, das müssen wir auch machen. 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 Mann! Mann! Dir hilft dich auch und dann solltest du überlegen in den Duschen zu gehen. Dir hilft dich auch nicht mehr. Du bist tot. Ich werde dich finden. Du bist tot, ich werde dich finden. Dann müssen wir eine andere Animation hier machen. Das. Was ist denn das? Ne, das ist er nicht. Ich muss mal ein bisschen hier hinstellen, damit es nicht so kalt ist. Ich glaube, ich warte mal hier drin. Ich warte hier nur auf jemanden, hier ist warm drin. Ja, hier ist warm drin. Sollen wir Ihnen ein paar Klamotten geben, Mrs. Finkers? Eine Hose wäre ganz nett. Eine andere. Ich hole Ihnen. Ja, ich hole Ihnen eine Hose. Dankeschön. Sehr gerne. Möchten Sie vielleicht auch noch was warmes zum Trinken haben oder was warmes zum Essen? Was warmes zu trinken wäre wirklich super, aber kein Kaffee bitte. Kakao? Ja, Kakao! Ja, gut. Dann versorge ich Ihnen was. Dankeschön. Okay. Gerne, gerne. Ich mag die mit den bunten Haaren. Die hat eine mega sympathische Stimme und Lache. Ja, mag sie auch. Ey! Ich krieg jetzt eine Hose um was warmes zu trinken. Sekunde. Schwester, deine Titten hängen wieder an den Knie. Zieh die mal richtig hoch da. Meine Titten hängen da, wo dein Bauch hängt, Mann. Wie geht es dir? Kehr zu, wo ist das Auto? Warte mal. Wir sind hier überwacht. Und mit deinem Bruder erst mal eine Umarmung hier kommen. Guck mal, dass wir umarmen hier. Ja. Was geht, Alter? Na gut, ne? Ja. Hast du schon ein bisschen gebettelt? Na bitte, bitte was? Hast du schon ein bisschen gebettelt? Ja, was willst du? Wie viel brauchst du? Wir brauchen eine Taxe in den Norden. In den Norden? Da komm ich gerade her. Ich brauch 450 Dollar für ein Brecheisen. Ich hab das doch schon alles. Ja, geil. Dann brauch ich das mal wirklich. Ich komm grad nix machen. Wir gehen gleich eine Supershop überfallen. Ja, ich brauch das. Ich wollte das gerade machen, aber ich hab die Kasse nicht aufgekriegt. Nein, aber hat er es aber auch da rumgerödelt, oder wat? Halten wir gerade Händchen. Sekunde, kleine Schweine. Ja. Warte, ich hab ne Idee. Warte mal. Schau mal den Endersten hab ich gehört. Der soll ja ganz toll sein, ne? Warte mal, ja, hier, warte mal. Warte mal, ja, ja. Jutentachi spricht. Unternetzer. Ich bin gerade hier beim LSMD und hier ist ne Mann. Der schießt hier rum. Hier liegen zwei Tote in der Lobby. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin... Ja, ich bin voll drauf. Ach du Scheiße. Wo glaubt der Endersten jetzt herkommt? Mir hat jemand gerade gesagt, dass er mich ermorden will. Ist jetzt wer denn? Den mach ich platt, da setz ich mich drauf, Schwester. Verfickte rote Hexe. Schreit du grad. Wer schreit mir jetzt? Moment, welche rote Hexe? Mein adaptierter Sohn hat mir einfach mein Dingens hier, mein Mahadi geklaut. Mein Auto. Ich hab grad die... Ich hab grad Lexi Rocks getroffen. Kennst du die? Ne. Du? Wie ist das? Bin ne Schauspielerin. Ja. Und die war... Die hatte so ne richtig angenehme Stimme, ne? Rote Haare. Ja. Kenn die nicht. Ey. Du brauchst mal ne Masabi an. Wir brauchen ne Auto. Ich ruf mal den Wasabi an. Hörst du die Nummer hier? Mach mal. Ja, warte mal. Ich hab jemanden für dich zum anrufen. Ich bin grad richtig pisst. Die hat mich beim PD verpfiffen. Wer? Ich will meine Harley wieder haben. Dave. Wie ist das denn hier? Warte mal. Ich hab deine Nummer. Hallo. Okay, da weiß ich schon mal wer das ist. Jetzt regelt das hier. Boah, ist das ein schöner Arzt. Guck mal. Das würde ich auch mal gerne. Hey. Hör mir zu. Ja, denn deine Hand jaucht? Die hat's denn grade mit den bunten Haaren brauchen wir ein bisschen zu lange. Die wollte mir... Und jetzt hör mal. Ich glaub wir sollten gehen. Warte ich muss... Ach ne, da ist die. Die hat mich doch nicht verarscht. Guck mal. Hier, ding's an. Wasabi, warte mal. Ja, ich geb dir gleich noch mal die ganze Haut nochmal anrufen. Hallo, ja. Ja. Mrs. Fingers. Ich, äh... Ähm. Hi. Wasabi, wo bist du denn? Mrs. Fingers. Wir haben leider kein Kakao mehr da, aber äh... Ich komm vorbei. Soll ich den Kappuccino vorbeibringen? Oder lieber nicht? Ach, das geht schon. Mein Bruder, der hat gesagt, wir werden uns gleich irgendwo nochmal unterstellen in so einer obdachlosen Unterkunft. Ja, sicher. Haben Sie vielleicht... Haben Sie vielleicht zwei, drei Dollar für uns, bitte. Wir sind bedürftig. Zwei, drei Dollar für Sie? Was denn jetzt hier los? Gucken Sie mal, der kommt mit ne Pistole hier rein. Wer? Ja. Keine Sorge. Ja, wasabi? Ich kann Ihnen ein bisschen was geben. Ich kann Ihnen ein bisschen was geben. Warten Sie einen ganz kurzen Moment. Meine Güte, der ist aber richtig süffig im Abgang. Komm mal mit. Ja, warte. Ja, worauf denn? Ja, die wird ja noch ins Geld geben. Ja, warte, dann setz ich mich nochmal kurz hin. Setz mich hier hin, setz mich hier hin. Setz mich hier in den Rollstuhl, warte. Ja, warte. Dann packst du mich rein. Setz mich mal in den Rollstuhl. Mrs. Fingers, ich geb Ihnen mal ein bisschen was, ja? Dankeschön, mein Mädchen. Oh, die Hose ist sehr bequem. Dass die so meine Größe hatten, das ist aber ungewöhnlich. Jetzt halt. Wir haben alles Mögliche hier. Wie heißen Sie denn, Sie Hübschen? Oh, nein. Harley, mein Name. Harley. Ja, holen Sie sich davon, was warmes ist. Etwas um das Motorrad, Harley? Ich geb das mal meinem Bruder, der freut sich. Ich bin der Finanzverwalter in der Familie. Aber nee, ich geb dir das nicht. Doch, gib mir das jetzt her, Schwester. Du versäust das wieder und gehst ins Casino. Nimm euch gar nicht. Ja, sicher. Hier. Guck mal, wie nett die Frau ist. Warte, ich stell deinen Rollstuhl erstmal wieder hin. Ist das ernst? 300 Dollar haben sie uns hier. Ihr Mann sollte sie glücklich schätzen, ne? Ich sage Ihnen. Aber sie kann auch meine Freundin werden. Meine Schwester, die würde sie gerne in der Familie aufnehmen. Ja. Ja. Ich hab einen Freund, aber danke schön. Wer heißt denn Ihr Freund da? Niko heißt mein Freund. Boah, hat ein kraftiger Name. Da will ich ihn mal angucken. Bitte. Äh. Ich spuck mir dann einmal in die Hand und gebe einmal durch die Hand. Oh, da arbeitet die, oder was? Äh, ja, der ist aber gerade anscheinend in Behandlung. Ist ja der schöne Arzt, der hier draußen gegangen ist. War so eine schöne Doktor. Ah. Ja, ja, der ist gerade rausgegangen, ja. Wow. Ist aber... Schwester, wir müssen jetzt los hier. Okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, die Finca sagen Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, danke. Ihnen auch. Dankeschön. Frohe Weihnachten. Vielen Dank. Danke dir auch, Eva. Das ist ne gute Frage. Euch auch frohe Weihnachten. Danke. Dir auch. Ciao. Boah, das... Hase. Ähm, hm. Boah, da ist er ja, der Freund. Guck mal, Schwesterchen. Da ist er. Da. Meine Güte. Haben Sie einmal Sahnerübchen. Hören Sie mal. Da haben Sie aber... Da würde ich aber sagen... ...nen Ahrligen. Hören Sie mal, da ist aber Glas rein hier, oder? Boah. Das ist doch auch mal der Gehtnummer ist. Einladen in den Norden. Einladen in den Norden. Ja, wir könnten so ne Doppeltreffen machen. Ja. Oh. Telefon. Gabi, wo bist du denn? Man zückt gar nicht hin. Ich bin hier gehalten mit den anderen Zwingerpärchen. Was ist los? Ja, dann komm ich vorbei. Kennst du ne jute Taxi aus? Da ist der 1, 2, 3, 1, 2, 3? Ja, die anderen da. Äh. Downtown Cab müsste doch sein, oder? 3, 2, 2, 4, 6, 9. Das ist ja ein halber Aufsatz hier. Was muss ich da wählen? 3, 2, 2, 4, 6, 9. Warte mal, ich glaube, ich hab dir mein Telefon. Warte mal. Meine Güte, wenn er anfängt zu reden, fühlt sich das an, als wenn wir bumsen. Entschuldigung. Tut mir leid. Verzeihung. Okay. Ich hab das hier für das. Ich weiß, er ist großartig. Er ist der Beste. Ist ja wirklich ne richtig tolle, ne? Oh, Bella. Oh, Bella. Bella, ciao, ciao, ciao. Ja. Junge, wir wollen jetzt... Meine Güte. Man könnte meinen, dass sie das Ziel komponiert haben. Ja, sicher. Schön. Boah, so wie sie reden, ne? Ich sag ihnen, ganz ehrlich, sie müssten wir, glaube ich, ein Kondom gleich anziehen, einmal. Nur von ihrer Stimme. Okay. Boah, sie sind aber ne hübsche Bengel da, so sag ich, ne? Ja. Ich sag ja immer, wissen Sie, das hat mein Vater auch gesagt, ein bisschen bi, schadet nie, ne? Ja, 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 ja. Ja, sicher. Finde ich richtig, ne? Ja. Ja, wenns, wenns. Ja, das Geräusch kenn ich schon mal. So, wir machen uns dann jetzt mal auf den Weg, ne? Ja. Wir fahren mit der Bosteschwester. Der Herald, jetzt komm. Ich weiß, dass die viele schöne Kinder machen werden. Oh, Weihnachten, weiß. Es war... Es war... Was? Ja. Das ist super. Ja. Das sieht man an der Knie nicht mehr. Ja, dankeschön. Okay, hör mal zu jetzt. Ja, sicher. Ich bin nächstes Mal nach YouTube gelatschen, hab mir da... Ah, das ist mit YouTube. YouTube. Achso. Da hab ich mir ein Kampfpullover geholt. Richtig schön wollig warm. Dich hinkommen. Ja, jetzt sag doch mal... Oh, ne. Kommt auch Polizei zu. Krieg ich echt, äh, krieg ich Herpes. So, jetzt hör mal, hör mal. Was ist denn jetzt? Wie kommen wir denn jetzt hier weg, Mann? Wer ist denn ab mit der Bus? Ja, der Bus fährt nicht. Da fährt nur einer. Ja, da warten wir doch ganz kurz. Kurz? Ja, sicher, Schwester. Ich rufe da jetzt an. Mach mal. Auf jeden Fall hat mir die rote Hexe geschrieben. Ich bin... Ich werd tot sein. Wer ist denn die rote Hexe? Gib mir mal die Nummer. Die rote Hexe. Ja, hier. Die hab ich nicht mal eingespeichert, die Nummer. Kannst du die bitte mal... Kannst du die bitte mal richtig fertig machen? Ja, sag mal. Ja, sag mal die Nummer. Warte Sekunde. 5 5 5 7 2 9. 5 5 5 7 2 9. 3 2 0. Und dann rufe ich dich... 3 2... 3 2 was? 3 2 was? 3 2 0. Null. Ja. Der hat gesagt, ich bin tot. Und ist weggefahren und wollte PD rufen im Taxi. So, ich rufe den Bus rein. Hallo? Wer ist denn da dran am Telefon? Chantal, hör mal zu. Hier ist... Mr. Space. Mr. Space. Und wenn du, kleines Flätschen, noch einmal meine Schwester... Ja, ich bin Single. Ich nehm alles, was noch... Äh, alles... Also, ich mach alles. Du sollst sie nicht anmachen. Das ist ja bisschen wie ich hatte nie, ne? Na klar kenne ich Hannah Montana. Hä, warte mal. Was kenn ich? Ich glaube, ich verwechsel die Person grad. Warte mal eben hier. Ich muss mal ganz kurz zum fetten Klotz hier zusammentreten. Ich versteh das nicht. Warte, noch mal. Jetzt können sie doch mal wiederholen. Die haben Telefon. Best of Bofrost? Die sollen uns abholen. Wollts? Ja, kenn ich. Oh, ich muss mal ganz kurz warten. Ich muss mal groß. Los Santos Transit. Los Santos Transit. Heine-Man. Wie kann ich helfen? Ja, hallo. Ähm, ich hatte eine Frage. Ja. Wir bräuchten unbedingt einen Bus zum M-S-Ton. Ich habe gesehen, dass ein einziger Pferd. Wissen Sie, wann der ungefähr hier ist? Kommt doch mal an, wo sind Sie denn? An welcher Haltestelle? Beim MD, direkt auf der Seite des MDs. Da sind wir dann um 22.23 Uhr. Okay, danke, dann weiß ich Bescheid. Eventuell zwei Minuten Verspätung aktuell. Okay, alles gut. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Schönen Tag noch, tschüss. Ja, auch so. Ja. Du bist so schlimm. Weil ich seid für die Lauscheiße gewesen. Da sind ein paar ganz schön frech. Dass euch das nicht auf die Füße fällt. Da, 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 da. Da 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 Jingle bells, jingle bells, vierzig dollar spend Jingle bells, oh jingle bells, tiger lingo bells Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, I'd find a taste of wine in the one white sport and stay I gave my heart to a stranger Was ist das denn jetzt für eine Quatsch? Ach so, Entschuldigung Wart Ich hab grad ein bisschen gesungen, weil ich dachte ich krieg Geld Ich hab grad gesungen Jingle bells, was denn? Um deine Bus Äh, um dreiundzwanzig mit vielleicht zwei Minuten Verspätung Ah, gut, dann warte mal noch ganz kurz Wollen wir den Bus übernehmen? Wollen wir denn sagen, der Busfahrer soll aussteigen und dann bedrohen wir den? Nee, da haben wir keine Waffe dabei, nee Ja, scheiße, warum, nee, nee, lass das erstmal noch nicht machen Weißt du, wo das Auto ist? Weißt du, wo das Auto ist? Sekunde Hey, Rubi, unbekannt, die ganze Zeit an Ey, geh doch ran, da Waaaaat Ja, wer nicht redet, der kann er auch nicht, ja Keine Ahnung, ey Und grad noch mutiger Ja, auf jeden Fall, du hast mir noch die Harley geschenkt und die hat mir so'n feiner Wichser geklaut Der hat mir auch den Schlüssel nicht wiedergegeben Nee, ich weiß nur, was der Mensch in den Schlüssel Ist auf den Sack Ich will mein Auto Bei den Vanilla Unicorn ist jemand fertig Ist das denn da? Bei Vanilla Unicorn, was ist? Jojo! Komm mal vorbei, ey Ich hab gehört, sie suchen sowas wie ein Auto, man Ohne Taxe, warte, ich ruf an, da Bei Jojo ist da, der wartet auf mich Ich hatte hier der Wer ist das denn? Der hinten dran, bade Kennst du mich hier im Brea? Nein, Jojo, kennst du mich hier im Brea? Bleicht Von alten Zeiten Brea Von alten Zeiten, oh nein, bitte nicht diese Fischsache Ich hab doch schon gesagt, ich hab mich einfach ne Woche nicht gewaschen, verdammt nochmal Oh, nee Steh jetzt auf Ja, warte, wir schauen mal zum Unicorn, sagst du Ja, ich will jetzt aber, wir müssen erst an das Auto kommen Jetzt hör mal zu jetzt, jetzt Ja Dig to the plan Dig to the plan, Michael, warte mal Ich will singen und will dafür Geld kriegen Ja, warte mal ein paar Ja Geht nicht dran bei der Taxi, ich glaub die haben mich geblockt Was? Oh, Scott, hallo, ich brauch ein Taxi am, äh Emergency Revisivity Unit Also Medical Department Ja, sicher, wir stehen da vorne Ja, klar Der kommt Ja, ja, ja Ja, fahren wir jetzt erst nach Sandy, schau das Auto holen, sagst du? Ja, bitte Ja, ja Da gibt's den 24-7, da will ich gucken, ob was in der Kasse drin ist Nee, warte mal, wir gucken woanders spontan Ja, okay, oder so Ja, sicher Ja Warum wirst du dich anders lösen, wenn ich anfange zu bumsen? Mach mal Telefonsextrotten an den Kriegen, aber ist ein bisschen Geld Ja, ja klar Ich kenne eine andere Song Was denn? Geh, pass auf Hattesch muss dafür immer, ihr Ja Äh Warte Da Ficken, Bumsen, Blasen Alles auf den Rasen Ist der Rasen nass? Nass Macht es keinen Spaß Spaß Ist der Rasen trocken? Trocken Ist es Zeit zum Poppen? Poppen Sicher Aber ich hab aktuell ne Lieblingssong Ja Ich hab' da ne Taxi gerufen Der Ditchkop Mal gucken, was zuerst da ist Umsonst Bus oder teuer Taxi Scheiße Mein rücken, der juckt so wie die bären ist der telefon an zwei finkers mein engel da bisher wieder ich rufe dich gleich an der treffen wir uns aber schöne heftchen mit dauert bei mir manchmal ein bisschen meine freundin da die eine da wasabi ne die wasabi ist eine blöde kuh werden jetzt wer ist eine freundin ich mal mit mein freund bald schluss ich habe jemand anders kennengelernt wer ist denn ein freund ich will meine harley wieder haben ich fühle mich echt nicht gut das ist ein besonderes gefühl wer hat für mich habe ich emotional darin gebunden ich will den typen ja und er ist nass der ist nass du graus da das geht richtig schöne dazug das taxi unternehmen ist aber auch müll ne und der bus hat ja gesagt 15 nach oder ne 23 eine minute dann da mit zwei minuten verspätung ja ich find bus besser ja umsonst ja 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 fährt er denn von mir aus in den Norden weiß ich nicht er geltet herauszufinden in der mission wir kapern den bus wenn er nicht dahin fährt wir sollen erst im autofall glaub mir ja ich weiß das doch ist doch gut mit dir ist gar hier immer alles du verrückten ne mit dir ich bin ganz harmlos ja ich mach ja nie was guck mal da der maize bin dauer ne ja irgendwann gehört er uns meinst du das wirklich ja irgendwann da seh ich dich da oben mit so nem wirklich so nem schnösel anzug ich hab Angst dass du den aufisst ich hab da so ne kammer da sind ganz viele hotte kleine junge äh also ne hotte junge boys drin oder rauf erstmal ne currywurst nein hotte junge boys mein ich ach so die sind da drin meine Güte du musst ja heute ab was du was du sagst du weißt was ich wein ab 18 äh 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 hä wie warst du mir das toll über meine eigene Border gesteuert also taxi jetzt benimm dich oh ja ok hier ja boh guten tag guten tag hallo einmal kurz zu Vanilla Unicorn erstmal grüß Gott grüß Gott miteinander ich würd wirklich auf meine Namen ja nur mal gucken nur mal gucken wo wollen sie denn hin na fahren sie mal bitte nach Sandy Shows äh zu Honey Styner da hab ich Hunger ja gerne da fahren wir doch direkt hin gell da fahren wir hin gell ja in der Gegend wie ist er weiß unser junger Mann so wie denn wie heißen sie der Franz der Franz der Freund wo ist denn die Sissi he war sie nicht wie heißen sie ich bin der Rob er ob und das ist meine Schwester ne ich bin die Rose die Rose wie die Rose wie die Rose ja Rob und Rose ja sicher wir sind Geschwister ne super die Finkers sind wir ne die Finkers sind wir ja wir sind stadtbekannt ich hab noch nix von ihnen gehört ja dann sind sie mit den falschen Leuten unterwegs na richtig mein Bruder hier ich sag ihnen der macht den besten Schwadermagen im ganzen Norden mögen sie Schwadermagen mein Junge Litzl Litzl Schwadermagen der hat ne Keller ne große ja Litzl ein Schnitzel ne meine Hüte hab ich mal falsch verstanden ja ich glaube mal ein Schnitzel ist lecker ja du denn ist es so schlagfertig what the fuck aber nur vom Kolb vor was vom Kalb das sind Babys noch das darf man nicht machen ich warte immer bis die alle ausgewachsen sind dann fresse ich die Schwester sag mal was dazu sind ja ganz schön rutschig hier meine Güte leck mir mal leck mich am Zückerli wenn sie wissen so ob das Unicorn heute auf hat ich muss mal wieder ein bisschen Druck ablassen ich war es nicht ich war es nicht was waren sie nicht wie ist denn die Nummer sagen sie mal das war sie nicht schauen sie auf wen was waren sie nicht was haben sie denn getan ich sag was schwestern was hat er nicht gemacht ich weiß ja ich weiß ja er hat es ja nicht getan oder hat er gesagt dass er es getan hat oder nicht ey was hat der gemacht aber ich weiß sie was ja ich glaube der hat gar nichts getan ja sie was hab ich gemacht wir haben doch immer gesagt ich war das nicht was waren sie nicht ich weiß das nicht was waren sie nicht weiß er doch nix weißt der Spindel überklärt hier ihr überfüllt bitte gleich wenn wir Alkohol drauf haben haben sie gesoffen was haben wir gesoffen wir wünscht er wär ein bisschen wärmer deswegen ist die Heizung an weil sie war nicht an da sind die Fenster oben ne Gott sei Dank na da freilich was glaubst denn da hat es sonst ein Zapfen da drinnen ja boah Schwester nicht den Tornado machen da fahrt wir schneller ne was ist der Tornado ich kann das verstehen ich habe ein ähnliches Problem was jetzt sind die Fenster offen was haben sie da für ein ähnliches Problem ich habe auch Flatulenzen ja chronisch ach scheiße Schwester hier wird noch einen ja das ist wirklich das ist ein chronisches Leiden das wirklich mal bei mir ist das an medizinisch katastrophal das können sie da gar nicht vorstellen oh das ist ja wirklich ne Kacke ich sag's immer bei mir wenn ich Würstchen esse ne Kacke ist es nicht das ist eher ja geschießen ja oh na sicher sind mir recht sympathisch also manchmal muss ich wirklich in der Sekunden aufs Heisel laufen und ihm hinsetzen wo hinlaufen heiß laufen sie wo laufen sie hin aufs Heisel was ist denn der Heisel Heisel ja was ist das denn ja das kommt aufs selbe raus das stimmt schon ja da haben sie recht weißt denn was das ist da was sprechen sie immer auf ne Sprache hier ja afrikanisch was ist das sprechen was ist denn Heisel ist ein Dialekt na gut gucken sie mal hier was kostet das jetzt der Quatsch hier ja wir sind ja noch nicht einmal da ja wo müssen wir denn genau hinlaufen ja zum Hanni Steiner wollte ah ok das ist eine gute Selbstbeherrschung ein anderer hätte sich angespielt ach was kostet das ja schau mal nach das ist ja modern ich bin um 30 Dollar bitte also ich guck mal hier mein Junge jetzt gib mal ein bisschen Trinkgeld das war einer ja hier 38 Junge ich werde sie ins Abendgebet einbeziehen danke schön tschüss mein Junge ich weiß sie müssen hier lagen ok warte warte ich muss kurz Pause machen ja Moment warte doch kurz mal Sir Sir mach mal das Fenster runter ich verstehe die nicht so gut mach halt gut was wollten sie? alles alles gut danke ne komm mit Schwester wir müssen los komm Schwester wir müssen ein bisschen lauf ein paar Meterchen ich kann joggen komm ne 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 ganz müh warte ich muss mir da wird ein Wärmer Mann Wärmer müsste hier in der Seitenstraße stehen sie können hier hin was ist denn ihr Problem? was? oh mein Gott! was? oh? äh hä? das hätte ich jetzt aber nicht vor dir gedacht sympathischer Jünger Mann der hat hier richtig einen stehen lassen einfach hm 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 warte mal warte mal den hab ich mir genossen so oh mein Gott ok warte kurz ein bisschen warte mal eben wie weit ist das ungefähr? ja um Ecke Schwester warte mal ja geil ich nehm mir da auch was draus ich hab da keinen Bock mehr hier wie ne arme Sau rumzulaufen wir joggen kurz da drüben ja ist kalt es wird so viel wärmer oh da ich bin nicht zu schnell oh ich bin nicht zu schnell davon oh ok du hast schon kriminelle konnektions ja guck mal hier da steht er drauf oh ja ja was ja ich hab mich dran gewöhnt ich bin sportlich geworden nix rausnehmen na warum ist warum warte wo ist denn die knarre warte mal na 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 ja warte warte wir machen das zusammen schreck mal auf der Beifahrer ein komm junge dreh die Heizung auf endlich ein Auto oh 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 hier ist der knarre dann zwei stück warte 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 nimm dir mal eine raus ja 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 so ich möchte noch mal ganz kurz auf ausrufezeichen spenden ähm hinweisen ja heute sammeln wir für den kältebus das ist eine sehr sehr gute sache ausrufezeichen spenden da sollte alles dabei stehen hast du gehört und unten im panel gibt es einen Button was wir brauchen Geld wir brauchen Geld ja das ist ja das Ding ne ja sicher pass auf wir machen das jetzt so du gehst rein und knackst die Kasse ne oh einmal dagegen schlagen einmal ja mit der Stange die hinter dem Kopf rum ist ja 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 einmal dagegen schlagen ja ja wenn der Polizei kommt oder ich jemand höre dann hube ich da rennst du raus wie ne D-Zug wie ne D-Zug jojo aber richtig schnell rennen wirklich um dein Leben ne ja doch natürlich sag mal wie ist der nicht verfolgt von der Polizei oder so ne ich schenke die ab das weiß der doch ich hab doch ein bisschen Sorge ich hab da gar keinen Bock drauf ne die mach mal lang wenn ich Schneeschwester ich kann fahren aber was ist das jetzt ein kleines Fisselchen gell dafür kriegen wir dann die richtige Kohle mein Gott überfallen gleich jemanden wir brauchen jemanden der viel viel Geld hat oh rutschisch hier aber ja mein Gott hier wohnt hier überhaupt jemand das ist ja für ne verlassene Scheiße oh mein Gott was ist das denn für ne gelände oh mein Gott pass auf pass auf pass auf halt die Schwester ich bin zu jung um zu sterben halt die Schwester ja warte 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 oder wir machen das anders wir machen erst das Spaß und dann das Vergnügen wir wir machen guck mal jetzt hier vielleicht wohnt Enzo ja hier irgendwo oh der geile der oh mein Gott du kennst den Wort oh mein Gott der ist einfach der ist oh ich kann keine Worte verdienen oh guck mal hier vorne jetzt King Vadeck vielen vielen Dank aber es wäre super lieb wenn ihr spenden könntest das ist doch muss ich jetzt richtig beeilen ne das wäre super lieb anstatt Zapps einfach zu spenden hier bei der Spendenaktion wirklich richtig beeilen musst du dich Schwester ja mach ich einfach ausrufezeichen spenden da unten aufs Paneel klicken das wäre super super lieb von euch Oh Entschuldigung Oh Dankeschön Oh Dankeschön Oh schön Warte mal wir müssen gucken welche denn die beste Idee ist Oh King Vadeck Dankeschön Ich hab ne jute Idee warte wir müssen ja kurz ein Stück fahren ja Ja Seid ihr hier zu machen wäre ne dumme Entscheidung weil hier ist nämlich immer Polizei in der Nähe bestimmt Ob der hier schön war oh ist das so angenehm Boah ist das rutschig Oh mein Gott Die fahren hier Karren im Norden ey Die sind einfach viel cooler hier im Norden Ich bin richtig froh hier zu wohnen Was ist Was ist das denn hier für ne Laden Oh Oh Entschuldigung Ja ist ein bisschen rutschig da kannst du ja nix für Sag mal ich hab so ne Rothhaarige getroffen Ja Die hat mir erzählt dass die ob ich der ob ich der Freund bin Von dem Ob ich mit dem Verwandt bin der abgeschlachtet wurde Wer wurde denn abgeschlachtet Ja der der Ja der Fink der wird doch abgeschlachtet ne Wollt so hören Red nicht über den Zorn Wir rächen uns jetzt Wir rächen uns jetzt ganz kurz Ich Brauchen wir deine Knarre raus Schwester Ich Ich hab wohl Angst vor denen Die wollten mich erschießen oder echt nicht Die kriegen uns nicht Die kriegen uns nicht Okay Bei deiner Waffe So wir fahren jetzt da dran vorbei Sekunde Sekunde warte Warte bitte eine Sekunde ja Wir machen jetzt das Riffb Weißt du was das ist? Was Was ist das? Das hier? Pack das ein Pack das ein Pack das ein Okay Was ist da der Stimme? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So wenn ich jetzt Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt sag dann schießt er einfach richtig mit voller Karre hoch in deren Richtung okay? Okay Wo ist die Richtung? Ah da Hier auf die Karre 3 Auf die Karre 2 2 1 go Da Weg hier Weg hier Oh sie schießen ja zurück scheiße Oh Das ist gar nicht gefährlich Oh was war das denn? Was ist das denn? Kannst du bitte wegfahren? Der ist schon weg Der ist noch zum Unicorn Ach du meine Güte wir werden verfolgt bestimmt Guten Tag Weg hier Ja aber ganz schön Kannst du ein bisschen klein Ach scheiße Was? Kannst du über den kleinen Umweg fahren Ich weiss ja ich weiss ja da hab ich Du musst mal gleich gucken ob ich getroffen wurde Ja Bisschen kurz Oh Wurde 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 Scheiße Wurde Wurde Es ist auch nicht mit deinem Arm Mache, mach mal Aww Mache, mach mal die Händen hoch Guck mal Du Seid nichts mit deinem Arm Ich bin jetzt so gut und lieber Scheiße Ich bin jetzt unsere Hände hoch Wurde 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 Ist sie da geil Ja Aber scheiße Junge, muss das denn sein, Mann? Wir fahren kurz zu dem Krankenhaus, die machen eine Pflaster drauf. Oh, gepluppt. Soll ich schon wieder, kaputt, einmal hinzufahren. Halt dich, scheiße, hier. Halt dich fest, ich war. Ja. Ah, alles ist gut. Ich wohne, glaube ich, um Arme getroffen. Oh, scheiße. Fett hat das aufgefangen. Solange du noch lebst, kannst du mir Fragen beantworten? Ja, sag mal. Wenn die Polizei mich festnehmen will, was soll ich machen? Nix. Schießen. Warum sollen die dich dann festnehmen? Weil die mich schon so festgenommen hat. Wir müssen die Waffe in die Karre tun gleich. Das ist wichtig. Wenn ein Polizist sagt, die Fette da ist, soll ich das melden. Oh, mein Arme. Oh, drück mal da drauf. Soll ich fahren? Na, drück mal da drauf. Ich drücke da drauf. Oh, scheiße. Oh. Drück da drauf, Schwester. Ich drück da drauf. Ich hab da eine Fleischwunde, ey. Jetzt mach keinen Scheiß. Ich will hier noch jemanden verlieren, verdammt. Ich hab mal meine Hand da. Ich hab eine Fleischwunde. Ach, du scheiße. Junge. Kannst du da fahren? Ja, mein rechter Arm ist das. Der rechte Arm. Ich fahr mit links. Ja, dann gib mir den rechten Arm mal, ich halt den fest. Ja, mal fest, ja. Blut, hast du ihr weh? Ich drück mal drauf. Entschuldigung. Muss der Blut da hier, wir stoppen. Oh, mein Pullover ist jetzt frickig. Verdammt nochmal. Steh nicht so an, da kriegen die gleich schon schnell hin. Oh mein Gott, Junge. Oh, scheiße, Junge. Ich meine Brudi. Pass auf, ich sag, äh, ich bin irgendwo hängen geblieben, ja? Ja. Ich bin am Stacheldraht hängen geblieben. Ja. Ähm. Aber du hast da eine Krücke drin, oder? Was? Hast du mal nachgeguckt? Nee, ich guck, das ist Streitschuss bestimmt. Oh, ja, 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 okay. Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Äh, äh, drück auf. Ich drücke da drauf. Oh. Soll ich das Blut aussaugen? Ist das nicht vergiftet oder was? Oh, nee, 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 nee. Was ist, wenn die da mit Gift geschossen haben? Oh. Oh. Mit so Methankugeln. Oh, scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte fahr mal. Oh, was ist die Ding, bitte fahr mal. Alles gut. Scheiße, Schwester. Wo ist das denn in das Krankenhaus? Oh Mann, ich hab gar keinen Bock. Ah. Ich glaub, ich glaub hier irgendwo, ne, doch nicht. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Nee. Mir wird ein bisschen schlecht. Kannst du bitte ein bisschen aufpassen. Hier rechts, oder? Da ist das. Ja, ja, da ist das. Ich glaub, wir müssen eine andere Seite. Wo ist denn da schon wieder? Ähm. Oh. Weißt du, ich hab gar nichts gemacht und ich denke direkt wieder, oh mein Gott, schau wieder Sirenen. Scheiße, blick. Feier. Wir verstecken hier ganz kurz die Waffe. Ich hab meine noch dabei. Und du mal in den Kofferraum schnell, komm. Mann. Also Schwester, ich muss aber die Ebene, guck mal hier. Ich kann's nicht in den Kofferraum tun. Der Kofferraum ist voll. Ja, ähm. Ey, Jod, passt. Warte, 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 ich hab ne Idee. Nimm was raus aus dem Kofferraum. Ja, okay, Moment. Sekunde. Sekunde. Ja. So, zum mir mal zu, Junge. Was ist das hier? Scheiße. Junge. Entschuldigung. Ja, ist das. Aber, ah, Mann. Oh. Soll ich mir helfen drehen? Nee, nee, nee. Wo ist das Krankenhaus denn hier? Hoch, oder wat? Warte, warte, ich mach mal hier auf dem Navi. So. Guck mal, ich's auf dem Navi. Ja. Ist ja ganz schön rutschig hier. Boah. Geht's denn noch? Ich weiß nicht. Ich hab viel Blut verloren. Naja, mein Pulli, der war mal grau. Oh, nee. Aber ist noch kein Eiter. Okay. Was soll ich Ihnen denn jetzt sagen, warum ich ne Schussverletzung habe? Hör zu. Du hast ein Kind von dem Ertrinken gerettet. Und die Leute, die das Kind ertrinken wollen, haben noch aufs Kind geschossen. Und da bist du dazwischen. Komm, komm, komm. Komm, schnell. Ah, ah, ich will da doch mit in das Zimmer kommen, Schwester, bitte. Bitte was? Ich will da doch mit in das Zimmer kommst. Ja, bitte. Ich bin deine Schwester. Du musst das bezahlen. Ja, ich will dich als Ding ne Scheiße machen. Ich vertraue der Bullerei hier nicht. Oh, na. Oh, mein Gott. Oh, ich will nicht mehr hier sein. Oh, äh. Gibt da vielleicht was drin? Wir sind gleich zum Juni. Oh, die Korn. Junge, ich glaube, ich futter am Bein. Guck mal, wie sieht mein Bein aus? Ich hab das nicht gemerkt. Nein, das ist alles gut. Echt? Ja, oder? Scheiße. Ich hab ein bisschen Probleme mit dem Laufen. Leg dich hin, Schwester. Hilfe. Leg dich hin, Schwester. Mach ich gerade. Meist du, uns hilft dir nie. Hier sind die Reste im Boden. Oh. Hilfe. Wollen wir wieder gehen? Ja, was ist passiert? Ich hab hier mein Arm. Gucken Sie mal. Ich hab ne Fleischwunde rechts. Sag mal, mein Arm. Was haben sie denn gemacht? Ich bin da hängen geblieben am Stacheldraht. Meine Schwester am Bein. Gucken Sie mal. Wir wollten nur Hundewelpen retten. Hundewelpen retten. Ja. Dann... Letzten, da kannst du mir ganz kurz helfen, die in den Behandlungs... Alter, wo hast du denn sein? Ich lieg hier in Schusslinie. Bitte, bitte lasst uns nicht allein. Wir wollen zusammenbleiben. Wir haben hier zwei Patienten mit einer Fleischwunde, wir bringen sie eben nach hinten. Ist da ne Kugel drin? Ist da ne Kugel drin? Dann auf drei. 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 Können Sie mich mittrauen? Geht aus. Drei. 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 Zwei Sekunde. 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 Ich bin ein bisschen schwerer, deswegen dauert das mit dem Hending ein wenig. Alles gut, lassen Sie sich Zeit. Du hast die Dame hier? Ja, ja, ich hab die. Wahrscheinlich auch Schussverletzung, weil der Herr gerade gesagt hatte, sie wollten sich nicht so in der Lobby raus porsauen. Sie wurden wohl angeschossen. Das war wegen den Hundewetten. Die hatten so Anlagen, die haben das verteidigt. Ich geh mich umziehen und direkt in den OP bereiten. Okay, gut, ich schau mir das gleich mal an. Sie bluten auf jeden Fall sehr stark am Bein. Wie stark sind denn die Schmerzen ungefähr von der Skala von 1 bis 10? Boah, die sind schon ordentlich, so 4, 5. Ja, dann sind sie auf jeden Fall halt im Leben, wenn sie sagen 4, 5. Ja. Ah, okay. Ich hab schon viel erlebt, wissen Sie. Frage ist, ist das etwas Gutes oder was Schlechtes? Es härtet ab. Es härtet ab. Okay, ich würde Ihnen gleich mal einen Zugang mit Schmerzmittel legen. Ja bitte. So. Da. Oh, aber egal. Fanden Sie Rose der Füße sein? In welchen alle die Unverträglichkeiten? Ich wohl trage keine Laktose, aber ich esse trotzdem immer Kuchen. Das war's. Das geht schon. Okay. Genau. Ich hab auch schon die Couch schnell. Auch Panas Rose wurden unterreden. So. Wie kann man eine andere so schützen? Dankeschön. So. Schmerzen müssen gleich besser werden. Ähm, ich schau gleich mal, welcher OP frei ist und dann würden wir sie einmal in den OP verlegen. Ist mein Bruder auch immer OP? Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Okay. Dankeschön. Gerne. Ahhhh. Ich bleibe hier ein bisschen müde. Ahhhh. Ahhhh. So. Ich schnabuliere mal nebenbei etwas. Ich mute mich kurz. So. 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 Und wie". Genau. So. Okay. So. So Leute, Ausrufezeichen, Spenden. Liebe Motz, was ist denn der aktuelle Spendenstand? Ich habe das im OBS gerade so klein, das sehe ich nicht. Und das sind aber schöne Anziehsachen. Ja, danke schön, finden Sie? Ja, sieht sehr schön aus. Vielen Dank. So, okay, dann bekommen Sie dann gleich erstmal eine Spritze ins Bein, damit Sie dann gleich nichts mehr spüren. Ach, wird die denn wehtun? Nur ganz leicht. Okay, sagen Sie bitte vorher Bescheid, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Okay, ich werde es Ihnen sagen. Und zwar genau jetzt. War nur ein Witz, es ist schon längst vorbei. Oh mein Gott, die habe ich voll verarscht. Daher haben Sie mich aber gekriegt hier immer. So, okay, dann würde ich einmal einen Sichtschutz hier machen, da müssen Sie sich das nicht anschauen, was da gleich unten passiert. Ach du Scheiße. Manche Patienten finden das nicht so angenehm, sich das anzuschauen. Aber man kann sich das anschauen? Ne, will ich aber auch nicht. Ja, ich würde es Ihnen nicht ans Herz legen. Ach du Scheiße. Genau. Dann lassen wir das mal kurz einwirken. Ja. Also das Anästhetikum. Und dann geht es auch schon los. Dann würde ich einmal die Kugel rausholen. Das sieht nämlich sehr stark nach einem Steckschuss aus. Was heißt das? Was die Kugel noch in ihrem Bein drin ist. Also dementsprechend würde ich die einmal rausnehmen. Und dann vernähen. Kann man davon sterben? Grundsätzlich, wenn man es nicht versorgen würde, kann man an jeder Schuss Verletzung sterben. Ja, aber Sie sind ziemlich schnell hierher gekommen. Ja. Gott sei Dank. Die 09 einmal. 5864 Euro. Woo! Außer mit seinen Spenden. Vielen, vielen Dank an alle. Dankeschön. Wie ist denn Ihr Name, Ma'am? Rose. Wie noch? Rose Finkers. Ah, Rose Finkers. Ja. Und wie ist Ihr Name? Olivia Winter. Olivia Winter. Mhm. Das ist ein schöner Name. Dankeschön. Passt zur Jahreszeit. Finden Sie mich auch? Ja, irgendwie schon. Wäre jetzt hier ein Rosenwert, würde ich das Gleiche sagen. Aber hier sind ja leider gerade gar keine Rosen. Ja. Ja, das stimmt. 5000 Euro. Ist auch jetzt nicht das schönste Wetter für Rosen, würde ich jetzt mal sagen. Die wachsen bestimmt jetzt nicht so gut bei so viel Schnee. Boah. Ich... Oh, was machen Sie denn mit meinem Bruder? Okay. Er wird auch gerade operiert. Okay. Ich muss da oben. 01 für den 01. Junge. Entschuldigung, ich muss ganz kurz rufen. Ja. Äh, ich behal... Junge. Brudy. Nur noch ein Ende. So. Okay, ich glaube... Äh, ich glaube, denen geht es ganz gut, wenn ich mir so die Geräusche erdeuten kann. Ich glaube, der schiebt da gerade eine Nummer. Mhm. So, dann fangen wir gleich mal an, wenn ich hier so ein bisschen rumdrücke. Merken Sie das? Spüren Sie das, wenn ich das mache? Das fühlt sich so dick an. Okay. Gut, dann geht es auch schon los. Dann können Sie sich entspannen. Ja. Können wir auch von Ihrem Tag erzählen. Sollten... Ja, mein Tag war kalt und dann bin ich nach YouTube und da hat mir tatsächlich jemand ein Pullover geschickt. Den ich jetzt hier gerade anhabe. Genau, genau. Und dann war ich hier, weil mir ging es nicht so gut. Ich bin nämlich, als ich nach YouTube gelaufen bin, auf dem Rückweg, bin ich auszusehen ausgerüstet, bin den Berg runtergekullert. Oh je. Aber gut, das ist bei dem Glatteis da draußen, das wundert mich nicht, dass sowas passiert. Ja, genau. Dann bin ich nur den Berg runtergekullert und auf meinen Popo gefallen. Aber das war schon in Ordnung. Wir waren hier sehr nett, die Kollegen. Und wie war Ihr Tag? Ja, also eigentlich bis jetzt ganz entspannt. Jetzt ist es gerade ein bisschen stressig geworden, aber ja, so ist das halt nun mal. In diesem Job würde ich mal behaupten. Oh je. Hm. Müssen Sie denn sehr oft arbeiten? Hm, müssen nicht, aber ich mache es freiwillig. Oh. Gefällt es Ihnen denn? Auf jeden Fall, sonst würde ich den Job wahrscheinlich nicht machen. Ja, das ist ja die Hauptsache. Genau. Muss ja Spaß dran haben. Genau. Ist denn schon mal jemand gestorben? Ja. Schon öfter. Ach du Scheiße. Ja, ich gebe mir jetzt auf jeden Fall sehr viel Mühe zu überleben. Das freut mich. Ich gebe mir auch viel Mühe, das zu überleben. Und die Chancen stehen sogar sehr gut. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, Gott sei Dank. Ich will nämlich noch viel von der Welt entdecken. Das kann ich verstehen. Das ist ein sehr schönes Ziel auf jeden Fall. Ja. So, ich kann Ihnen schon mal sagen, dass die Kugel schon mal raus ist. Ja, juhu. Die ist schon mal weg, genau. Schmeißen Sie die auch in Abfall. Ich habe da ja gar keinen Bock für die gar nicht behalten. Ja, die muss sich leider ans PD weitergeben. Also, ja wissen Sie, ich habe nämlich auch mein Blindarm zu Hause. Da dachte ich, ich kürze die Kugel auch in so ein Glas. Nein. Die Kugel nicht. Mir wurde mal gesagt, ich habe zweimal Blinder. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, aber es wurde mir gesagt. Oh, das ist ja mal ein interessanter medizinischer Fall. Ja, ich fühle mich fast wie ein Superheld. Das verstehe ich. Das kann man durchaus so sehen, wenn man zwei Blindarme hat. Das kann nicht jeder. Ja. Ich weiß noch nicht, wie man damit anfangen kann, aber naja, mal schauen. Findet sich bestimmt irgendwann mal was. Bestimmt. Ja. So, jetzt einmal die Wunde schön durchsäubern, damit da auch keine Infektion entsteht. Wird das jetzt ohne Narkose brennen? Also, hätten Sie keine Narkose, dann ja, aber ich habe ja extra die Spritze am Anfang verwendet. Damit Sie nichts spüren. Das ist gerade alles sehr angenehm. Ja, ja. Das riecht auch so gut. Gerade hat es noch gerochen. Jetzt riecht aber gut. Das machen Sie sonst schon Ihre Freizeit, ne? Seien Sie froh, dass nichts verhütet werden muss. Das riecht nämlich furchtbar. Das kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie, Sie können echt froh sein, dass mein Bruder hier nicht liegt. Hören Sie mal, der ist ja nebenan richtig hart am Flirten schon wieder. Eieiei. Ja, passiert ab und zu. Ja. Ich höre ein paar Schritte. Das Gute daran ist, wissen Sie, mein Fachgebiet ist die Anästhesie. Dann könnte ich die Person einfach schlafen legen, wenn sie mich nervt. Würden Sie das tun? Natürlich nicht. Wenn es nicht medizinisch relevant ist, würde ich das nicht machen. Also wäre ich ein Gangster, würde ich mich richtig hart mit Ihnen anfreunden. Das ist schön, das freut mich. Ja. Aber warum nur, wenn Sie ein Gangster wären? Moment. Ja, Sie könnten dann Opfer einfach schlafen legen und ich kann die dann heimlich ausrauben. Hm, ich verstehe. Klingt nach einem teuflichen Plan. Ja, das stimmt. Passen Sie auf, es sind ganz schlimme Menschen unterwegs, ist was anderes. Ja, da habe ich schon einiges gesehen. Wenn man im Krankenhaus arbeitet, hat man die skurrilsten Fälle. Und ganz verschiedenen Schuss- und Stichverletzungen, Personen, die angeblich auf Messer gefallen sind, da hat man schon alles gesehen. Also Personen, die auf Messer gefallen sind? Ja, ja. Es gab schon mal Personen, die sowas behauptet hätten. Das ist aber dann sehr, sehr unglücklich. Da muss man aber richtig dämlich sein. Mhm. Ja. Habe ich danach noch normale Knie? Natürlich. Äh, gut. Mach das, dass du dann wenigstens gut sagen willst. So, nur noch ein paar Stiche, wir sind bald fertig. Sie haben es fast geschafft. Das ist schön. Kam schon mal jemand rein, er hatte komische Sachen im Po? Hm. Den Fall hatte ich noch nie. Es gab mal eine Person, die hatte eine Stichverletzung im Po. Oh mein Gott. Ja, in der linken Gesäßbacke. Au. Fragen Sie mich nicht, wie der das geschafft hat. Au. Das klingt aber total sexuell, mir empfehlen. Vielleicht hat er sich unabsichtlich auf ein Messer gesetzt. Wenn andere in ein Messer fallen, kann man sich vielleicht auch unabsichtlich in ein Messer setzen, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, auf ein Messer setzen klingt jetzt gar nicht mal so weit hergeholt, aber da muss man trotzdem schon nicht... Ich weiß nicht, ich will es glaube ich nicht glauben. Ich glaube es auch nicht, aber wir müssen immer das glauben, was die Personen uns empfehlen. Oh mein Gott. Haben Sie den Arm schon abgesägt? Ich weiß auch gar nicht mehr. Warte, mein Bruder wird der Arm abgesägt? Bestimmt nicht. Der hat gerade jetzt gesagt, das riecht abartig? Das kann sein. Was zur Hölle machen die da drin? Warum stört der die ganze Zeit so rum? Kann auch sein, dass das von den Schmerzmitteln kommt. Ach du Scheiße. Jeder verträgt das immer so ein bisschen anders. Manche Personen fangen dann auch ein bisschen an, ja, so ein bisschen Unsinn zu sprechen. Oh, ich bin doch völlig normal. Oh, dann merke ich mich für Ariane. Da geht man einfach nur nach Fleisch. Unsinn sprechen die da. Mhm. Gibt es auch Personen, die einfach die Wahrheit dann sagen? Bestimmt. Das ist interessant. Ne, so Pillen und sowas, alles, ich weiß nicht, da passe ich immer auf. Ich trinke lieber immer einen heißen Tee oder so. Das ist erlöblich. Ja, ja. So, wir haben es soweit geschafft. Jetzt bekommen Sie noch einen Wundverband drumherum. Dankeschön. Ich passe so hart auf Ariane auf, dass wir noch nie, noch nie hier waren im OP. Noch nie. Sieht schon fast so aus wie neu. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Doch, nicht dafür. Sie sind eine wirklich gute Ärztin. Gebe mir Mühe. Vielen Dank für das Kompliment. Ja. 6.000 Euro. Sie sind auch eine sehr angenehme Patientin, muss ich sagen. Ja, sie haben einen guten Tag bei mir erwischt. Das freut mich. Bei Frauen bin ich immer etwas ruhiger als bei Männern. Bei mir haben so viele Männer mein Herz gebrochen. Oh nein, das tut mir leid. Ja, ich müsste jetzt auch meinen aktuellen Freund, muss ich leider verlassen, weil ich jemanden anders kennengelernt habe. Oh. Ja. Und der gefällt Ihnen besser als der alte Freund? Der ist vor allem richtig sexy. Harald heißt er. Hat gesagt, ich soll den Tiger nennen. Oh. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Mein alter Freund, der ist aber Polizist. Da habe ich Angst, dass er den vielleicht erschießt. Ach, das wird schon nicht passieren. Sie muss sich da gerade, ja, ich muss es Ihnen heute am Anfang schon mal ein bisschen beibringen. Mein arm Sugarboy. Am besten, Sie erzählen gar nichts von der neuen Person. Ja, aber ich habe trotzdem Angst, dass der mir dann nachstellt. Weil der ruft mich immer an, der schickt mir immer SMS. Der ist wirklich sehr, sehr fürsorglich. Und das ist Ihnen dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel? Nö, der kann doch ruhig mehr machen. Ach so, okay, okay, ich verstehe. Aber Harald, Harald ist einfach ein Abenteuer. Wissen Sie, er ist einfach ein Abenteuer. Ja, ja, ja. So. Der Band ist soweit fertig. Dann will ich einmal den Sichtschutz wegmachen. Dann können Sie sich das Ganze mal anschauen. Bitte schön. Mein Knie sieht aus wie ein Smiley. Ja, ein bisschen. Das heißt, das ist das Letzte, das jetzt jemand sieht. Oder irgendwann, wenn eine Narbe ist, wenn ich zutrete. Wenn mal jemand wieder gemeint ist. Genau. Also ich habe mir Mühe gegeben, dass keine Narbe bleibt. Aber das ist halt leider immer so eine Sache. Okay, jetzt hoffe ich aber, dass eine Narbe bleibt. Hätten Sie gleich sagen müssen, dann hätte ich mir extra Mühe gegeben, schlampig zu nehmen. Verdammt, nächstes Mal dann. Okay. Ich hoffe, dass es kein nächstes Mal geben wird. Ja, das hoffe ich allerdings auch. So, dann würde ich Sie einmal samt der Liege in den Aufwachraum rüberbringen. Es wird jetzt nämlich noch ein bisschen dauern, bis Sie das volle Gefühl im Bein wieder zurückbekommen. Ja. Nicht, dass Sie dann noch stürzen, wenn Sie hier rausgehen. Das wollen wir nicht. Altkulturell. Booty, Mama, find ich da. Du weißt, da warte, komm mal her, die operiert noch mal in der Hand. Du kannst sie auch tun. Kann ich nicht. Mein Bruder sagt, ich soll da jetzt warten. Alles gut, er kommt sowieso auch gleich hier in das Zimmer. Okay. Ich nehme sie einmal rüber. Dankeschön. Dann können Sie sich da noch ein bisschen hinlegen. Ansonsten geht es Ihnen noch soweit gut? Wie schaut es mit den Schmerzen aus? Ist das schon soweit in Ordnung? Ja, ist soweit in Ordnung. Ja, danke schön. Oh, okay. Ansonsten kann ich Ihnen vielleicht noch was zu trinken oder zu essen anbieten. Da wissen Sie, was zu essen wäre schon ganz nett. Mögen Sie Pancakes? Ja, Pancakes mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Hier, stelle ich Ihnen, ich nehme das mit. Dankeschön. Kann ich mich hinsetzen? Natürlich, Sie können sich hinsetzen. Dann mache ich das mal. Wie es für Sie angenehmer ist. Genau. Danke. Gerne doch. So, spüren Sie schon ein bisschen was im Bein? Versuchen Sie es mal so ein bisschen zu bewegen. Ein bisschen kreisen. Kommt das Gefühl schon langsam wieder? Ja, es wird anzukribbeln so ein bisschen. Ja, das ist normal. Ja. Ja, ich glaube, das wird zu langsam. Ich bin nur froh, weil mein Bruder jetzt nicht da ist. Ja. Sie sehen ja, ihm geht es soweit gut. Sonst könnte er hier nicht so herumfreien. Ja, aber doch gut stöhnt. Der Bruder hat ein sehr lautes Organ auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ja, das ist wirklich. Ja. Oh, was für ein lecker Pancakes. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es ist mir immer wichtig, dass es meinen Patienten gut geht. Mir geht es gerade wunderbar. Ich fühle mich gerade wie in so einem Wellnesshotel. Das freut mich. Ich glaube, so hat noch nie jemand über ein Krankenhaus gesprochen. Ach, wenn Sie wüssten, wie ich wohne. Aber mein Bruder und ich, wir werden irgendwann Banker. Und dann gehört uns der Mace Bank Tower. Da sehe ich ihn mit so einem ganz tollen Schnöselanzug mit so einer blauen Krawatte. Irgendwann, ja. Das ist unser Traum. Immer schön, wenn man Ziele hat. Da sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Ja, genau, genau, genau. Gebt mir Mühe. Das ist sehr gut. Haben Sie auch schon überlegt, wie Sie das Ganze angehen wollen? Also ich bin ja Anwältin. Deswegen glaube ich, dass ich da ein bisschen meine Connection spielen lassen kann aus dem Norden. Und ansonsten, ich glaube, wir würden ganz klein anfangen und würden erstmal eine große Kanzlei aufmachen. Für Finanzen vielleicht. Ja. Ja, man muss immer klein anfangen und sich dann hocharbeiten. Das ist das Beste, was man machen kann. Ihr wisst es denn da vorne für ein leckerer Brust, der da liegt. Meine Güte. Ein schöner Rücken kann aber auch entzücken. Hm. Kann ich Ihnen nicht sagen, wer das ist. Ja, du auch, Mäusin. Schade, dass ich von jetzt bin gerade. Ja, gleichfalls. Aber ich hoffe, du bleibst nicht noch bei mir. Sag einfach Bescheid. Oh mein Gott. Jetzt werde ich ja ein bisschen schüchtern hier. Ich kann das doch nicht machen. Ich habe doch Harald. Und Enzo. Scheiße. Ja, das ist jetzt ein Dilemma. Vielleicht kommt ja jetzt noch eine dritte Person mit dazu. Oh mein Gott. Es ist ganz schön schwer, so beliebt zu sein. Begehrt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay. Ich würde mich dann einmal umzinken und dann bin ich gleich wieder bei Ihnen, ja? Okay. Super. Bis gleich. Bis gleich. Wer ist das da hinten? Ihr müsst gleich die Telefonuhr von Rose geben. 6.084 sind es, glaube ich, ne? Ausrufezeichen Spenden im Chat. Vielen, vielen Dank für Sammel für den Kältebus. Infos dazu findet ihr unter Ausrufezeichen Spenden. Und hier unten ist in einer der Panele noch der Spenden-Link. Vielen, vielen Dank, Alex. 6.084,50. So viel Euro. Entschuldigung. Ich bin ja mit der Stimme auf meine normale Zwitschen. Ist gerade irgendwie mega anstrengend. Oh. Dann kommt denn der Dennis jetzt endlich? Ah, da. Bruder. Bester, ich setz mich mal hier hin, ne? Soll ich mich hier hin setzen oder was? Ja, setz mich mal hin, ne? Ja, das ist recht sportlich. Ja, merkt man. Hör auf zu imponieren jetzt. Junge. Bester, kannst du mich verstehen, ja? Ja. Meine Hand hat eine Loch, Schwester. Was? Da ist ein Loch drin, ne? Ja, da kannst du dir eine Kette reinmachen. Da hast du Piercing. Das ist kein anderer. Ja, klar. Ja, klar. Du musst durchgucken da, ne? Ja. 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 Ja, sie ja. Glas rein, hör mal, du. Immer, du, selber legen, du. Da unten, dein gekackt. Ja. So. Okay. Was ist das denn jetzt hier mit dem Doktor da? Machen wir gleich eine schöne Tour mit Heizung im Auto. Ja, klar. Ja. Ja, dann mit einer Hand lenken, ne? Mit einer Hand? Ja, klar. Und dann soll ich fahren. Und warum machen? Was hast du denn überhaupt? Hat die Kugel in den Beinen erwischt, oder was? Ja, schein. Oh, sie hat mir ganz toll genäht. Muss nicht mal gucken, sieht doch geil aus. Ja, sie hat so ein smiley Gesicht. Ja, sicher. Wer ist denn der hübsche Engelchen, der bei dir steht? Sag mal. Frau Winter. Frau Winter. Hör mal, Winter is coming. Mhm. Er ist sogar wortwörtlich schon da, der Wintersurfer. Können Sie das? Mhm. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Habe sie ja geguckt, die Serie Game of Thrones. Natürlich habe ich sie geguckt. Das war ihre Lieblingsversage. Nicht spoilern. Ich bin jetzt gerade da, wo die Tante da durch den Gang läuft. Dann sagen die immer, Shande. 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 Ja, und wie mögen Sie diese Tante? Ist das Ihr Lieblingscharakter? Nein, mein Lieblingscharakter ist der kleine Mann. Der kleine Mann, okay. Ja, wie heißt der nochmal, sagen Sie? Tra-tra-tri. Tyrion. Tyrion, richtig. Ja, der muss die Scheiße immer mit meinem Bruder zusammen gucken. Der kommt immer Fick singen. Ja, meine Schwester hat das immer, hat das immer dann, ja, ja, die hat das nie verstanden, was die Leute da machen, nun. Das hat die gelernt, ne? Der hat das anders. Shande. Shande. Ja, natürlich, okay. Auf so eine Art und Weise kann man dann natürlich auch lernen. Ja, sicher. Ja, klar, ja, klar. Können wir jetzt gehen, oder? Ähm, noch nicht tatsächlich. Wollt abhören. Das Problem ist, das PD wird gleich noch mit Ihnen sprechen wollen. Oh, ne. Klar, kann man, oh, ne. Sie würden doch sich sicher wollen, dass sich das aufklärt, wer Ihnen das angetan hat, oder nicht? Es ist schabert, ich kann die Flitzerpiepen nicht mehr sehen. Ja, ich kann sie auch nicht mehr sehen, aber ich hab gar keinen Bock darauf. Ähm. Die sind immer unfreundlich. Wenn die immer alle freundlich, bin die immer unfreundlich. Ach, zu uns sind die auch manchmal unfreundlich, machen sie sich nichts draus. Ja, bei mir war einer die Dicke da. Da fangen wir mal ganz kurz an, ja. Ich möchte belehrt werden, kommen sie ran jetzt, ich kenn das schon in- und auswendig. Ich rede nur mit Enzo, der ist überhaupt gar nicht dabei. Ich kenn die gar nicht. Ja, guck mal, da sind doch ihr welche. Warum hat der eine da einen Teppich auf den Kopf? Weißen wir, was das ist. Sicher, mein Püppchen. Danke, ne, für die Hilfe. Wo ist die Frau? Ja, sicher, wo ihr wisst, ab vorne an der Kasse, oder was? Ja, klar, es ist spät. Oder wie wir noch sagen, Jungen, wissen Sie, die Frau Finkers und ich, wir gehen immer um so ein Siebel morgens ins Bett. Ich schlaf mal den ganzen Tag, da schau mal wieder auf. Jetzt bin ich mit einem Schicken im Mundwinkel, bin ich schwach geworden. Ach, vom vorgestern, ne? Du musst aufpassen, da kannst du die Zähne mit kaputt machen. Ja, ja, klar, sag ich dir ganz ehrlich. Aber hier, Schwester, guck mal, das ist so eine Nette, ne? Die hat eine Freundin hier, ne? Ja. Die Freundin ist eine Richtig, die verliegen in der Karibik fliegende jetzt dann da. In der Karibik? Ja, ja. Das haben Sie gesehen, ja. Ja, ich auch dann da, ne? Mhm. So, können wir mal... Ja, sicher, Nika, wir haben ja kein Geld, Schwester. Ja, aber irgendwann gehört es doch der Mazeman Tower. Ja, aber ich hab Angst, ob du denn aufisst. Ich hab gesagt, ich hab doch da die Kammer, mein Gott. So, Sie, hier, kommen Sie mal her, Sie. Von der Polizei, ich hab da mal eine Frage an Sie. Einer von Ihnen. Bring was hinter uns. Kommen Sie mal her, einer von Ihnen. Der mit dem Teppich auf den Kopf. Guck mal, wie die sich nicht trauen. Komm doch mal eine, her, hier. So, Sie, Jakob... Die haben voll Angst vor uns. Ich hab von das alleine. Komm doch her. So, wie heißen Sie denn? Können Sie mir einen Gefallen tun? Meine Schwester, die will gerne mit Mr. Lars, ähm, Mr. Anderson sprechen. Nein, Endso. Ist der gerade im Dienst? Endso. Können Sie denn einmal bitte... Endso. Ja, die haben nämlich noch irgendwie ein Gespräch offen. Endso. Mhm. Können Sie den mal kurz heranfunken oder sowas, ob der da ist? Ja. Ja, wer war denn denn noch mal? War der heiß? Ja, das ist ein heißer Boy. Ja, ja, ja. Ja, machen Sie, machen Sie. Das ist ein heißer Boy. Das ist ein heißer Boy. Also. Country Rose. Here we go. Take me home. I will go. I will love. The Lions lieb's. Nein. The Lions lieb's. Junge. Warum können wir denn jetzt nicht die Aussage hier aufnehmen? Ich will einmal ins Auto und fahren. Mein Gott. Ja, ich auch. Was machen die denn immer? Die Polizei, die braucht hier so lange in diesem Staat. Also wirklich, das sind wirklich richtig lange Menschen, langsame Menschen. Ja. Was machen die denn da hin? Hast du Kopfschmerzen oder was? Nee, Scholli, ich bin deprimiert, Schwester. Warum erzähl mal. Ich will in den Puff. Wir sind Puff. Ja, die Unicorn hat total eröffnet. Ein paar schöne Frauen angucken. Ach ja. Ja. Ja, was sagst du denn da, meine Freundin? Wollen wir eigentlich mal Nummern austauschen, weil wir dann sind mal miteinander. Oder mal eine Bier trinken gehen, sagst du? Ach nee, so was mache ich wirklich tatsächlich nicht, weil Patient ist für mich Patient. Eine Fanta können wir trinken, eine Sprank. Das ist nicht eine ganz klare Grenze. Ach. Aber es wäre mir sehr beliebt, wenn Sie die Herren zu dem Puff. Ja. Sehen Sie, da sind Sie doch. Da sind Sie doch. Da sind Sie doch. Drei Leute, drei Püppchen hier, gucken Sie mal. Ich wurde heute schon von denen als fett betitelt alles. Oh. So, können Sie bitte, jetzt geht ja wieder Telefonieren. So, können Sie jetzt bei Ihnen sprechen? Hier, kommen Sie doch in der Mitte, meine Schwester kann das doch mithören hier. Muss ich alles erklären hier. Ja, ich habe mal einen Polizist auch fett genannt. Und dann haben Sie mir im Rücken getreten, während ich gelaufen bin. Wissen Sie jetzt, ob der Herr Enderson in einem Dienst ist? Oh, wie gesagt. Jetzt helfen Sie mal den armen Mann da hinten. Ja, sicher. Warte, dann kram ich mal ganz kurz hier raus. Der ist ein Halausweis, ne? Wo können Sie mal? Ich bin der Rob. Hey. Ich zeig mal hin. Geben Sie mal wieder hier. Ich stelle mir nicht die Witze, ne? Die illegale hier. Ja, danke, ne? Ist er nicht von Ihnen, ne? Wo ist denn jetzt dieser Enderson? Ja, warte doch. Moment. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Nein, kannst du wissen. Nee. So. Also, kann ich Ihnen das jetzt erzählen oder können wir jetzt anfangen? Ich möchte nämlich gerne gehen. Ja, ich will auch, dass du gehst. Damit wir alleine sind. Ja, sicher erzähle ich Ihnen auf. Meine Schwester und ich, meine Schwester und ich, wir sind, boah, was ist das denn für eine Engel? Oh, nee, warte mal. Ey. Kommen Sie mal her, junge Frau mit den kurzen Haaren. Ich muss mal kurz mit Ihnen sprechen. Das ist wichtig. Wirklich. Kommen Sie mal her. Ich bin gerade noch mit ihr am Sprechen. Nee, warte mal. Kommen Sie mal kurz her, Mem. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Kommen Sie mal rum. Kommen Sie mal rum, bitte. Ich finde, als wenn Sie mich schlagen, dann rast du raus. Nein, nein, hören Sie, wie heißen Sie denn? Sind Sie, wie heißen Sie? Das ist wichtig, dass ich das weiß. Pd-11 Collins. Ich habe nur Jutes gehört. Die Frau dahinter, die Ärzten, die hat mir gesagt, dass sie die liebenswerteste Polizistin sind, die ihr überhaupt gibt. Echt? Hat die wirklich gesagt. Das sage ich jetzt. Und die mag überhaupt den Walter, weiß gar nicht. Aber warum ich jetzt hier bin, passen Sie auf, ich muss mich entschuldigen. Ich habe vernommen, dass ich letztens im Affekt, dass ich Sie verletzt habe. Und als Sie da gut machen, dürfen Sie eine Nacht mit mir Sex haben. Was halten Sie davon? Gönnen, Junge. Weiß ich nicht, haben Sie heute Zeit? Dann schicken Sie mir Ihre Adresse und dann können wir was auch im arrangieren. Also ich, können wir machen, aber es tut mir wirklich leid. Ich muss mich entschuldigen für das Verhalten. Ach, alles gut, Sie sind ja ein charmanter. Ja, die kommen direkt zur Sache. Fanden Sie es gut? So, Schwester, da war nicht. Ich bin richtig stolz, aber nicht, Bruder. Das war gut, oder? So läuft das hier. So, kommen Sie her, ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Was? Was? Nimm Sie das doch was? Also, belehren Sie mich mal. Ich kenne das Verfahren ja schon. Ja, sicher müssen Sie nachgoogeln, wie da wieder steht. Ich kenne das schon, da ist... Ich muss nur kurz meinen Zettel vorbereiten. Ja, auf dem Zettel steht nämlich die Rechte drauf, weil Sie das nicht auswendig kennen. 100% Serraten, hm? Ich bin hier übrigens das Opfer und Sie haben den Taser an der Hand. Ich drücke Ihnen den gleich so tief in den Arsch, dass ich denke, dass der Elektroschock von innen kommt. Oh mein Gott. Ach so, ja, ich bin das Opfer und die stehen hier bewaffnet, ne? Schwester. Ja, Bruder. Kann ich jetzt anfangen, hier? Jetzt geht der wieder weg, ich stehe ruhig. Sag mal, Collins, würdest du dich mit uns um die Häuser ziehen, hör mal, mit meiner Schwester und mir? Gehen wir außer Dienst, ne? Ja, wir gehen ins Unicorn heute. Ja, gehen wir schon in die Unicorn, bis sie gucken auf meine Nacken, sagt man ja, ne? Ja, da gab es aber den, hier, Peng, 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 da will ich jetzt nicht hin. Aber dann gehen wir woanders hin, gehen wir Sterne gucken, wir zwei, mit dem... mit meiner Schwester zusammen, legen wir uns auf den Boden, gucken in den Himmel, ne? Ja, können wir machen. Ich fühle mich wie das Ritterat am Wagen. Ja, der braucht eine Telefonnummer, Schwester, schreib mal die Nummer auf von der hier, von der Hübschen da, ne? Von dem Feger hier da. Wie heißen Sie, mein Mädchen? Collins. H-O-L-I-Z-Z. Ja, ja. Genau, Collins mit Z. Ja, mit Z, aber ich bin mit S geschrieben. Collins, okay, ja. Ja, mach mal. Äh, 927. 927. 842. 842. Kann man da später bisschen um die Häuser ziehen. Ja, die hat richtig Bock drauf. Ja, auf jeden Fall, ist auch ein Süßer hier, ne? Ja, natürlich. Das ist sicher. Ich weiß nicht, wie ein Augeapfel ist das. Ist das Ihr Sohn? Nee, aber ich mein... Ja, meine Schwester und... Also, Schwester, hör jetzt mal genau zu, damit du dich daran erinnerst. Meine Schwester und ich, wir sind in Sandy Shows unterwegs gewesen. War genau zu? Keiner geht dazwischen. Und da wollten wir ein Bier trinken gehen, weil meine Schwester und ich, wir sind ein bisschen trocken. Oh, ja stimmt. Ach Gott, ja. Und dann kam ein Mann da raus und hat eine Waffe gezogen und hat gesagt, wir sollen all unser Geld abgeben. Dann habe ich gesagt, aber spinnt, wir sind Bedürftige. Ja, wir wollten nur fragen, ob wir einen Trink kriegen können. Ja, ich wollte die 40 Dollar. Richtig. Und dann hat der auf einmal eine Waffe gezogen und wir sind weggerannt und er hat mich dann am Arm getroffen und meine Schwester, äh, in der Hand getroffen und meine Schwester am Bein, ne? Ja, das war es dann eigentlich. Ja, das erste hätte meine Tage gekriegt. Dann haben wir uns in irgendein Taxi oder Bus, haben wir uns reingeschleppt, ja? Und dann sind wir hierher gefahren. Oh Gott, Staradien, ich bin traumatisiert, ne? Ja, du kriegst PTSD, muss auch. Schwester, kannst du dich daran erinnern an der Geschichte noch oder hast du eine Lückenlos-Gedächtnis jetzt gerade hier, ein Problem? Nee, ich hab da heute nicht kurz im Blackout gehört, ich hab von Hundewelpen geträumt. Aber der Rest, den kenn ich noch. Ich dachte aber, ich hätte mal die Tage, haben die mich als Arm geschossen. Vor einer halben Stunde war das Schwester ungefähr, ne? Ja, 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 genau. Ja, sicher. Ja. Ja. Ich glaub Yellow Jack heißt das oder so. Yellow Jack? Ja, Elbisei. Einer war das, ne? Aber der Schuss kam aus irgendeiner Ecke, ich weiß ja nicht. Da sind wirklich Kugeln geflogen, ne? Ne, das ging so schnell, es war wirklich auch dunkel. Dass sie das dann einfach zulassen, ne? Die komische, die hat dann auch so Rützchen auf und so. Weißt du noch, Schwester, da war so eine Logo drauf, ne? Ja, ja, ja. Da dachte ich auch, es wäre ein Satansanbieter oder sowas. Aber das war alles so schnell und so vernebelt, ne? Ja. Ja, ich hab auch, mir ist auch Schweiß in den Augen getroffen von meinem Körpergewicht. Deswegen hab ich mir die Augen gewischt und dann ging es zack, zack. Ja. Können wir jetzt gehen, bitte? Ja, der war muskulös, hatte so eine Kutter, glaube ich, an. Und da war so eine rothaarige dabei. So eine lange rothaarige. Und die hat irgendwie nur geschrieben, burn! Können die Polizisten vielleicht ein bisschen lauter reden? Da reden sie aber ein bisschen lauter, die zwei, ne? Ja, nein. Eine rothaarige dabei, irgendwie schon burn, burn! Der Typ labert ganz schön viel Scheiß, wenn der Tag lang ist. Was ist das denn da hinten für eine komische Tüte? Ist so... Sonst, sonst eine Frage. Ja, wunderschön, ich schreib gerade noch mit, so. Ja, sicher, ne? Und wer hat das burn, burn geschrieben? So eine Dame mit so roten, langen Haaren, war das. Aber eine richtige, flotte Biene, war das, ne? Ich will Ihnen sagen, da will ich aber auch feuerisch werden für, ne? Richtig hübsches Ding. Boah, wird auch so eine tolle Stimme. Ja, und Sie meinen, die hat mit dem Tatverdächtigen was zu tun? Weiß ich nicht. Alles klar, also der Tatverdächtige hatte eine Waffe. Können Sie identifizieren, was für eine Waffe genau? Nee, 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 ich kenne mir nicht damit aus. Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt oder sehen. Ich war nur zehn Minuten weg, warum ist die Polizei da? Was wissen die? Ich glaube, da waren mehrere Kugeln rausgekommen. Tat, 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 tat. Na, hallo. Ach, ich habe noch Hosen. Alles klar. Da sollten Sie mal dringend hinfahren. Die sind kriminell, die Leute dort. Geisteskranke Menschen, ne? Jawohl, genau. Okay. Ähm. Hatte der Tatverdächtige ein Fahrzeug, mit dem er geflüchtet ist? Nein, habe ich schon gesehen. Ich bin ja weggerannt mit meiner Schwester, ne? Meine Schwester und ich haben eine ziemlich lange Bremsweg, wissen Sie? Wenn wir jetzt das Handy-Shouse loslernen, dann bleiben wir mal in Weinwood stehen. Das ist heiße Schwungmasse hier, die hier sitzt. Ja. Alles klar. Gibt es weitere Zeugen? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, der hat an der Flinz gegessen. Hat er an der Flinz gegessen? Ja. Ja gut, wir müssen jetzt auch los. Wir haben eine Date mit der heißen Collins, ne? Darauf müssen Sie jetzt erstmal was lichten. Sie sind ja polizeilich in Maßnahme. Ja, Sie haben ja. Ich habe ihn doch hier geschätzt. Was wollen Sie denn noch wissen? Ja, ich habe noch zwei weitere Fragen. Ja, dann fragen Sie mal. Ich bin ganz ohr, wie bei einem Interview hier mit der Presse. Genau. Also, wollen Sie noch selber irgendwas zu Ihrer Aussage hinzufügen? Nee. Aber der Todesangst gehabt. Und meine Schwester. Weil ich meine, gucken Sie sich mal die Beine an. Kann ich was hinzufügen? Sie sind in der Aussage nicht mit einbegriffen. Das war die Aussage des Jerem. Mö. Wir müssen Ihre gleich nochmal aufnehmen. Oh nee. Doch. Ach mein Gott, ich muss heute noch mit meinem Freund Schluss machen. Das können Sie danach machen. Herzlichen Dank. Es geht jetzt um die Identifizierung des Täters, der Sie angeschossen hat. Nee, dich bei mir. Was war denn jetzt die letzte Frage? Nee, die letzte Frage, die ging jetzt an meinen Kollegen. Kollege, hast du noch weitere Fragen? Nee. Gut. Alles klar, dann beenden wir das ganze Thema um 23.24 Uhr. Ich weiß, da hast du ja alles mitgemerkt, ne? Also kannst du dich daran erinnern, ne? Ja, natürlich. Also alles das, was er sagt. Ja. Ich habe bei der Aussage abkürzt. Du könntest einfach kopieren. Ich bin gerade echt nicht so gut. Ich will einfach nur zurück jetzt. Wenn es Ihnen natürlich nicht so gut geht, dann können wir das Ganze in dem Fall abkürzen. Dann werden Sie vorgeladen. Weil wir brauchen von jedem Einzelnen definitiv die Aussage. Dann machen wir es so. Alles klar. Dann kommen wir vorbei, ne? Wir kommen vorbei. Alleine wegen Mr. Lars, dann kommen wir vorbei, ne? Natürlich. Dann benötige ich trotzdem nochmal Ihren Ausweis, die Dame. Ja, natürlich. Dann werden Sie noch vorgeladen. Zwecks dieser Aussage. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich beiden eine gute Versorgung. Dankeschön. Ja, ich sage da mal in diesem Sinne, vielen Dank für die tolle Behandlung. Bleiben Sie rund, ne? Jawohl. Und ähm, ich kann nur eins sagen. Ganz kurz. Oh, ich hoffe, wir sind da mal weg, ja? Ja, muss ich nicht. Ja, wir sehen uns. Ja, hoffentlich doch. Ja. Ist der Polt mein Schwager hier oder was? Ich bin gerade aufgestanden, ohne dass Sie Zugang hinführen. Boah, Freundchen, solcher Haufen, bei der hat das einfach angekommen. Ich habe das ganze Ding hier, was hier rumwabelt. Genau, richtig. Ansonsten, wie geht es Ihrem Bein? Schon das Gefühl wieder zurückbekommen? Ich gehe besser. Ich könnte am besten, ich könnte auch nicht ein Party machen, aber ich passe ein bisschen auf heute. Okay. Dann fern ich jetzt einmal den Zugang. Davon auch befreit. Boah, wie heißt der denn? Ich bringe Sie über Oberkante frei wieder aus dem Bettro. Wie heißt der denn? So, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe, ich habe nur vorhin vom Gespräch mitvernommen, dass Sie gesagt haben, dass Sie Bedürftige sind. Und nur wegen der Rechnung, es wäre möglich, dass Helping Hands die Rechnung übernimmt. Bist du sowas? Heute ist Weihnachten und das hat mir heute schon mal jemand vom MD gemacht. Na doch, die hat welche. Warte mal, können Sie mir sagen, wie teuer die OP ist? 140 Dollar. Ja, ich nehme das sehr gerne an mit Helping Hands. Dann müssen Sie einmal 10 Dollar zahlen und der Rest übernimmt dann Helping Hands. Vielen, vielen Dank. So, Zugang ist einmal weg. So, jetzt will ich einmal die Rechnung fertig machen. Ja, guck mal, schalte das mal dahin, deine Nummer, warte, ich speichere mal deinen Namen. Oh, verdammt, geht das nur mit Karte? Es geht nur mit Karte, genau. Da müsste ich dann nochmal zu Automaten. Okay, dann machen wir das damit. Ich vertraue mir den Button nicht, ich habe eine Bar dabei. Obwohl, kann vielleicht mein Bruder für mich bezahlen? Sonsten, Sie können mir 10 Dollar sonst auch bei Ihnen die Hand geben. Dann lasse ich mir von einem Kollegen die Rechnung stellen über 10 Dollar, das geht auch. Aber das ist ja perfekt, bitte schön. Und weil Sie noch so lieb zu mir waren. Das ist schade. Oh, danke schön, das ist sehr liebvoll. Das kommt aus Spendenkonten. So, was ist denn hier los? Jetzt kann ich wieder aufstehen. Komm, Schwester, wir dürfen gehen, ich brauche, ich muss die Pillen vorne abholen. Ich habe schon bezahlt. So, genau, Sie bekommen dann auch noch Tabletten vorne. Ja. Genau. Dann begleite ich Sie einmal wieder. Ja, die Kollegin, die andere hat mich, glaube ich, habe bezahlt. Bei der anderen nicht. Bei der 03, glaube ich. Also, ich habe nichts gemacht, nur bei der Dame. Ich auch nicht. Bei der 03 war ich. Monke? So, Frau Finkas, dann würde ich Sie einmal schon mal nach vorne begleiten. Darf ich auch gehen? Also Pillen holen? Ja, natürlich, mein Rezept haben Sie bekommen. Ja, mein Schätzer war, ne? Passen Sie auf Ihren Armen auf. Ich will immer, dass Sie mich operieren, ne? Mach's gut, mein stückiges Pützchen, ne? Hab dich lieb, dann, ne? Ich gehe ein bisschen langsam. Alles gut. Wir haben keinen Stress. Ganz langsam, Schwesterchen, ne? Ja. Ja, klar, wo ist das denn hier alles? Boah. Boah. Ja. Ja. Du sagst ja, warte. Hm-hm. Hör mal. Hör sich, ja? Ja. Ich mache uns heute Abend lecker Schwannemann. Ist das denn so? Da sitzt die Collins, guck mal. Ne, das ist der unfallliche Wichser. W-wer? Hör sich gar nicht. Dann bring ich Ihnen gleich die Zettel. Besser, da ist die rote Bestie, da rechts. Guck mal, da ist die. Und zwar, Sie können das Rezept einmal bei der Leitstelle abgeben. Hör sich, ja, 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 klar. Für die geile Sau, meine Güte. Gönn dir. Mal, da sind wir ja wieder. Hallo, mein Schnüttelpützchen, wir hielt es dir. Ja, mir geht's gut, danke dir. Ja, du bist aber auch ein richtig toller Kerl. Ich weiß, ja, die schreien ganz schön, Mister. Ja, ich weiß, bewusst hat das auch jeder mitgerichtet. Also, wie heißt du denn hier, du kleiner, tapferer Boy, hm? Wenn ich mit dir fällig bin, nur, dann brennt dein Arschloch, oder? Oh, mein Gott. Ja, Junge, gönn dir. Oh, das klingt aber nach einem Abenteuer. Können Sie da filmen? Junge Dame, Sie vorherige sehen? Meim, Ihre Schmerztabletten, bitteschön. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Besserung. Die Winter, Spätschmer. Und einen schönen Abend. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Danke, ebenso. Ciao. Ja, warte mal. Hallöchen, ich hätte gerne Tabletten, würde ich gerne abholen. Guck mal, hier ist das Rezept, ja? Bitteschön. Irgendwann muss ich geben das gerade weiter. Geben Sie mal weiter. Oh, mein Auge juckt. Warte mal ganz kurz am Computer, ihr Katzen. Kannst du? Ich komme jetzt halt mit dem Autoböte hier wegfahren. Oh, da sitzt die Collins sehr heile Feger. Ich sagte das, der Schwester. Ja, welche Witze denn jetzt? Die Collins, das ist mein Engelchen. Ist das so, ja? Ja. Isabel, da ist ja hier das Mädel, da guckt mal die Collins. Die Kollegin holt sie hin, ne? Ja, was holt die Kollegin mir? Die Collins kriege ich. Boah, da muss ich aber sabbern, so wie die aussieht, ne? Gerade idiot zu mir, ist das? Sie sind mir richtig sympathisch, amigo. Warum das denn? Ja. Ja, so sieht das auch aus. Und wer bist du? Äh, Flipper. Flipper. Ich bin auch, ich bin der Rob, R-O-B, Hiwi. Der Rob? Ja, sicher. Sag mal, kommst du aus dem Ghetto? Ja. Im Ghetto? Also von unten, da aus der Gegend. Ja, das ist Fuji. Schön da, oder? Komm, hübsche Dame. Ja. Der gibt's so eine Masse. Der hat sich letztes Mal vom Yellowjack gesehen. Oh, der macht den Balls auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, bist du nicht verliebt. Komm, wir sind mal vorbei. Machst du ein bisschen. Oh nein, das sind jetzt der vierte oder der fünfte. Ich muss heute erst mal einen Schluss vornehmen, wenn mein Freund Schluss macht. Ja, aber das ist ein ganz besonderer. Ja, was kostet das denn? Oder was ist das für mich? Wissen Sie, der arbeitet bei der Polizei. Hab ich keinen Bock drauf. Dein Freund? Ja. Ja, dann mach Schluss. Ja, mach ich ja. Habt ihr jemand anderes zu sein? Ja, mach ich ja. Flipper. Willst du den kennenlernen, unseren Bruder? Ohne Scheiße. Ich bin nicht so frau. Ich habe eine neue Person machen lassen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, geil. Dann rufst du mal an, der freut sich an. Michael heißt der, hä? Mike. Ja, Michael. Ja, Michael. Ja, ich bin dabei. Ruf ich dich an, ne? Fünf, fünf, fünf. Ja. Vier, drei, sieben. Vier, drei, sieben. Zwei, zwei, sechs. Zwei, zwei, sechs. Zwei, zwei, sechs. Meine Güte, warte. Ja, sicher. Dankeschön. Wenn du den anrufst. Das ist so ein junger Traum, ne? Ja, ist so. Oh, wir zwei, wir sind doch voneinander. Komm mal. Jetzt geht doch nicht weg. Ihr wartet doch. Wenn der bestimmt fahrt ist, der kommt vielleicht gleich hier raus. Sag mal. Ja. Haben Sie die Nummer für mich von der? Oh mein Gott. Du hast doch gerade die Ärztin klar gemacht. Meine Frau ist ja mit mir im Arsch. Wie heißt die? Raven? Ja, die heißt Raven. Wie war die Nummer? Aber rufst du Mike hier an, ne? Ich ruf den noch hier in den Fall. Ja. Super, Mensch. Dann 281. 281. Sehr gut, sehr gut. 942. 942. Ich teste das jetzt. Jetzt sagen Sie denen, dass ich nicht nur vorne tippe. Danke, ne? Wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der? Ja, das hat er zu mir selber. Wie heißt er schon, mein Freund? Ja. Ich bin der Gruse. Der Gruse. Der Gruse. Ja, der Gruse. Da bedenke ich mich für die Fette. Ja, gar kein Problem, du. Ja, da werde ich mal vielleicht... Ja, das sehe ich. Die erinnert mich auch an jemanden. Ja, ja. Lecker, ne? Ja, die Ärztin meinst du? Ne, guck an den roten Mantel da. Ist auch gut. Ja, schön hören. Da kann man gut festhalten. Oh mein Gott. Warte, meine Güte. Sie sind aber auch ein Hengst, die zwei hier, ne? Ja, ganz viele. Ja, und nicht besonders. Was sagst du zu der Polizistin, die da sitzt? Die erste Polizistin ist scheiße. Ja, das stört die Marke. Die haben immer so Gesetze und so. Ach ja, verstehe ich. Das sind Drecks. Wissen Sie, ich war da unten in der Zelle, weil die mir was vorgeworfen haben. Was natürlich nicht stimmt. Und dann haben die, kam ein Polizist zu mir mit dem Sheriff-Outfit. Ja, da ist der da da steht. Gucken Sie mal den Stramm-Max. Und dann ist der schon so unsympathisch aus. Ja, und wissen Sie, dann hat er gesagt, soll ich Ihnen einen Witz erzählen? Da hab ich gesagt, die andere hat gesagt, sie sind schön, hat er zu mir gesagt. Ist das nicht nett? Na? Hat er mich auf mein Fett reduziert, ne? Oh ja. Das ist Fettshaming, mein Gott. Das ist doch traurig, ich sag es Ihnen. Der müsste mal eine Lektion erteilen, den Drecksack da. Ja, hör mal drauf da, ne? Ja, sicher. Ich hab leider kein Grau, sonst würde ich Ihnen ein paar Dollar geben, dann könnten Sie uns eins aufs Maul hauen, ne? Äh, ich bin bedient für heute so, Krücke und so. Aber mit der Krücke könnte ich die meins zu machen. Die könnten Sie eins in den Arsch rammen dann, ne? Ja, ja, ja. Da vielleicht gefällt Ihnen dann auch noch. Ja, sicher. Passt uns auf. Wir müssen jetzt noch weiter. Wir müssen jetzt noch weiter, ne? Ja, bleiben wieder gesund. Ja, das macht viel Erfolg, ne? Hat mich gefreut, die kennenzulernen. Ja, Mensch. Was steht denn da auf Ihre? Myham? Was ist das? Ham? Was ist das? Myham? Myham. Myham. Achso, heißt der. Motorradclub. Äh, Mr. Finkers? Ja, sicher, mein Püppchen. Bitte nennen Sie mich nicht so. Ja klar, mein Schneckchen. Was ist los? Und so bitte auch nicht. Okay, mein Zuckerpüppchen. Ich geb's auf. Ähm, hier haben Sie die acht Ibuprofen. Sie wissen, wie Sie sie einsetzen müssen? Ja. Ja, alle auf einmal, ne? Nein, bitte nicht. Wir haben es schon mal gemacht. Das geht eigentlich. Morgens, mittags und abends jeweils eins, bitte. Haben Sie auch Wundsalbe? Wegen? Meine Schwester, die hat immer irgendwas mit ihren Nippelchen. Ja, meine Titten riechen immer ein Ei. Das müssen Sie dann in einer Behandlung bitte angeben. Und das kann ich so jetzt nicht. Ja, jetzt will ich aber echt erstmal nach Hause. Ich habe gar keinen Bock mehr hier. Gut. Okay, dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Mach's gut, Alter. Mein Babybärchen, ne? Tschüss, mein Mädchen. Ja. So. Vollends. Ich würde mal sagen... Schwester, pass mal auf. Ja, sicher, die riecht nach Duft, ne? Nach Hosenduft. Pass mal auf hier. Ich hab halt ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Ja, damit du immer schöner mich steckst, mein Püppchen, ja? Okay. Guck mal, das hab ich schon letzte Woche. Hab ich selbst gemacht, ne? Boah, das ist aber süß. Ja. Ähm, was machst du jetzt heute Abend noch? Ich kann jetzt noch ein bisschen die Stadt sichern. Ja. Dann rufst du uns an, wenn wir eine Feier haben. Gehst du, holen wir dich ab. Sagst du. Ja, können wir machen. Aha. Schwester, hast du ihr die Nummer hier eben von dir, oder? Äh, ich hab ihre Nummer. Dann könnt ihr mir ja später schreiben. Dann schreib ihnen nach. Gib mal die Nummer da, Schwesterchen. Ich schreib mir den mal auf. Wie war das Collins? K-O-L-I-N-Z, ne? I-E-N-Z. I-E-N-Z. Genau. I-E-N-Z. Ja, sag mal. 9-2-7. 9-2-7. 8-4-2. 8-4-2. Ich schreib mal ne Test-SMS. So. Dann der andere. Ja, da kam es an. Davon hab ich alle Teile gespielt. Ich dachte, das wär das Lied. Ach so, wär sicher. Da soll ich auch noch hier machen. Komm, ich weiß nicht, wir machen uns. Ruf mich an, ja? Ja, mach ich. Versprochen. Versprochen. Bis dann, mein Kleiner. Bis dann, mein Kleiner. Tschüss. Bis dann. Die will dich. Buddy Joe! Was? Gott, ich verschenke das Habs. Dankeschön. 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 Vielen, vielen Dank. Oh, den kam aus. Wir zeigen Spenden. Ganz wichtig heute für den Kältebus. Und ich werde dich anrufen. Und ich werde dich anrufen. Ich hab so ne Spyware-App, die kann ich auf der Telefon installieren. Da kann ich mal gucken, wo du bist, ne? Gib dir mal ein Küsschen. Na gut, ist ja gut. Ich glaub, wir brauchen ein bisschen Zeit miteinander, ne? Kannst du nicht mal gehen, Mann? Was ist das? So ein Bruder? Junge, du musst dich jetzt mal echt für einen entscheiden. Meine Güte, jetzt komm mit. Ja, sicher. So ein wilder Hengst, ne? Die braucht ne Waffenschein, die halt. So, das ist nur heute los. Ich hab das Gefühl, wir sind richtig begehrt. Meine Güte. Wir leben noch. Das ist ja eher die Hauptsache. Ja, bin ja auch ganz froh. Aber jetzt geht es rund, Schwester. Hör zu, wir müssen jetzt wirklich mal ein Geld-Chat-Pod knallen. Witzig ist, dass wir die paar Minuten vorher abgeknallt haben und die haben das nicht mal bemerkt. Aber die Polizei ist auch dumm. Ich hab extra die Aussage laut gemacht, damit du nämlich nichts anderes an kannst. Ja, ich hab mich schon gewundert. Aber okay. Komm, wir gehen mal da rüber, ne? Unser Auto steht da drüben. Der bunte, bunte Lichter, okay. Ja, sicher? Ja. Ich brauch ein bisschen. Ich auch, Schwester, ne? Kuro the Demon, vielen, vielen Dank für 15 verschenkte Zappen. Dankeschön. Ich muss das danach immer sagen, Entschuldigung. Vielen, vielen Dank, Kuro. Dankeschön für 15 verschenkte Zappen. Ich will jetzt ne Kasse knacken gehen, sagst du? Ne, ich will nicht ne Kasse knacken gehen. Wollen wir ne Kasse knacken gehen? Wollen wir ne Jeisel? Ich will jetzt schon in mein Leben, verdammte Scheiße. Dann nimm mal ne Jeisel. Ich hab ne Idee. Wir nimm die Geisel, Gwendoline. Den nimm mal als Jeisel. Wer ist das denn? Polizisten ist das, ne? Bäh. Aha. Wollen wir mal gucken, ob der auf ist hier der Wagen. Du war ein bisschen bescheuert. Ja, nur mal gucken hier hinten. Ist da einer drin? War leider nicht, ne? Da ist gar keiner drin, ne? Nee. Scheiße. Warte mal. Hast du Dietrich dabei? Junge. Geh mal weg zur Seite. Geh zur Seite. Lauf. Ich kann nicht... Mein Bein. Au. 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 Bist du bescheuert? Ich wurde ein Bein genäht, du Arsch. Ich muss mit einer Hand fahren, ne? Ja, schön! So. Und ich muss auf ein frisch genähtes Bein laufen. Haben die Hurensöder verdient, ne? Ich bin jetzt schon zu lange aufgehalten. Was ist da jetzt jeden los, das Geschäft? Wir beginnen jetzt mit Operation Gelbphase. Da hab ich richtig Bock drauf. Aber ich will nicht erwischt werden, Mann. Nee, wir machen das. Wir machen das gut. Lass uns mal Geld klauen und den Bedürftigen. Achso, es sind ja wir. Wollen wir jemanden überfallen? Nee, wir machen jetzt erstmal die eine Geschichte. Ich kann heute keinen überfallen, die war alle so nett zu mir. Verstehe ich ganz genau, ne? Ja. So, warte mal. Ich hab deine Idee, wo wir hinfahren. Schwester. Bruder. Da hier bitte gut Geld. Was ist das? Das ist Schuppen. Wo wir Geld herkriegen. Ja, geil. Ja, ich telefoniere mal ganz gut. Warte mal. Welche Tabletten nehme ich denn jetzt? Warte, warte, warte. Wof ihr das Püppchen an? Welche? Nee, die von die Elos Pedi. Oh ja. Sag mal, mein Zuckerpüppchen. Was ist dann, wenn ich in Gefahr bin? Kann man sich dann bei dich melden? Ich hab den 911 angerufen. Aber hier war keiner ran. Ja, hier sind so Leute mit der Pistole. Bei der Hühnerfabrik in Palito, ne? Ja, meine Schwester und ich haben uns hier versteckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Hilfe. Schnell, schnell, schicken sie alle. Die haben so komische Kuttern an. So, jetzt lenken wir die erst mal ab. Meinst du, die haben dir das abgekauft? Die sind mich verliebt, glaube ich, die Blonde da. Ja. Ja. Die Blonde? Ja. Warte, 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 war nicht die Collins? Ne, ne Maschine, da heißt die. Maschine? Ja, ja. Das ist doch ne Maschine im Bett, was? Ja, vielleicht, ne? Aber die sind ja zwei Männer gleichzeitig, ne? Da muss ich mal ein J-Loch an. Oh, fahren wir jetzt mal los hier. Welt machen. Ja. Manchmal kann es sein, dass ich der Lenkrad verziehe. Da musst du ein bisschen festhalten. Mit einer Hand zu lenken ist schwierig. Soll ich vielleicht diese Leitstelle da auch mal sich als Sammer anrufen? Ne, 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 ne. Da rufst du jetzt niemanden an. Pass auf, wir machen jetzt voll. Ne? Da wärst du jetzt gleich ganz ziemlich dich. Nimmst du die Brechstange da raus. Ja. Dann packst du die dir schön da rein, ne? Ja. Und dann rennst du an der Kasse und drückst du einfach unten an den Knopf. Da musst du ein bisschen rumrühren. Oh, Telefon, warte, warte, warte. Ja, ja. Ja. Los, ihr scheiß Pisser. Du Kacker. Bring dich um. Ach, Schwester. Ja. Du musst dich jetzt richtig beeilen. Bist du bereit? Ja. Also, sobald die Polizei kommt, rennst du. Also kommst du in der Auto. Junge, mein Bein. Ich nehm einfach von den Schmerzmitteln ein. Da ist halt der Abin, ja? Ich brauch irgendwas dafür, die Scheiße. Pass auf. Ja. Bist du gleich auch nach South LS. Die waren da richtig nett. Ne, was Putschi hieß dann. Ey. Pass auf, nimm die Brechstange raus. Nimm die Brechstange raus. Hinten oder gehst du da rein und machst die Kasse auf, ne? Aber guck mal, mein Oberteil, da vorne. Ja, wir müssen frei um, wir müssen frei um, ne? Ich bin ein Fan von dem Laden. Wint. Langsam lauf und wegen der Bein. Ja, bin ich doch. Nimm die Brechstange, ne? Sekunde. Sag mal. Kann ich immer was geben? Ne. Doch. Ne. Doch. Ich hab, ich hab die Hände frei, nicht frei. Ja, dann pack ich das hier Handschoffer. Ne, kann ich auch nicht, lass ich meine Waffe drin. Ja, Gepärder, komm. Ja, hier. Aber wenn ich so mache, wenn zum dein Leben, ne? Verstehe. Wart der Kofferraum zu? Moment. Mein Gott, wie allein brauchst du denn, du Klop, Klop. Ich bin halt nicht so durchtrieben wie du. Buddy Joe, ich kann grad nicht. 50 verschenktes Habs, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön für 50 verschenktes Habs. Dankeschön. Was soll ich jetzt machen? Jetzt soll ich einmal den Knopf drücken. Oh. Aber hier kommt doch gar nichts, oder? Hey, hier kommt doch gar nichts jetzt. Das dauert sehr lange, oder? Oh, ei, ei, ei. Was soll, der muss mich geduld haben. Was sagt der? Dicke, ein bis zwei Minuten? Oh. Ja, dann wäre ich jetzt an der Kasse natürlich geblieben, ne? Ja, ich weiß, jetzt aber ruhig. Muss ich konzentrieren. Was soll ich jetzt sagen, wenn wir hier was dinsen? Äh, bitte hört auf die Mods, äh, Mods, ihr könnt ruhig in der Emo-Emo-Chat. Oh, das ist doch wahr. Ihr könnt doch ins Emo-Chat oder so gehen. Meine Güte, ich kann ja nix dafür. Was soll ich denn machen? Das dauert nun mal. Ich hoffe, ich mach das richtig. Scheiße. Gerade rausbereitest ein Objekt aus. Er hätte das machen sollen. Was? Hab ich jetzt? Hab ich jetzt? Was? Ja, hallo, sehr. Wie viel hast du denn? Ich glaube, ich hatte jetzt 400 rausgeholt. Nee. Ja, doch. Nee. Ja, ha, ha. Ich hab jetzt 607 Dollar. Ich weiß, wir fahren im Jägenverkehr. So, mal Hälfte, Hälfte machen wir heute. Mhm. Hast du ja gut gemacht, ne? Ja, die Scheiße war ganz schön fest, er hat echt gedauert. Das ist schön, Leute. Ja, dann fahren wir mal wieder zur Stadt, hm? Guck mal, wenn ich Unikor an die 400 Dollar abheben. Guck mal, wenn ich da alles wieder Craig geht. Guck mal. Guck mal, was ist denn da? genau wir haben gesagt was auch mal auf das Putschig kommen die Jungs dann den 1 Loppy der Bier hat gesagt in der Form eines all m wo ist denn das Unicorn rechts hier oder was ne oder aus oder was ich habe schon Bock mal gucken was das auch sind ne ob man ein paar Türschalter sieht was du mal zu trinken sag mal aber was zu trinken können sag ich dir oh meine Hand ey ich muss mal ganz kurz eine Tablette nehmen warte mal oh scheiße hey warte mal oh ich muss mal trinken ich muss mal trinken ja ich habe genug Sammer ich wollte dabei nicht trinken aus mir fließt es überall raus wenn ich will wir haben es hier schafft ne ja guckern wir mal wunderbar kann man jetzt hinkommen kannst wir mal meine Knarre aus dem Dings Handschuhfach geben da sollst du geben du hast deine eigene Knarre warum soll ich das ja ne hast du mir mal du hast alles gut behalt deine du hast jetzt einfach rausgenommen ich habe nur ein Brecheisen ich habe gar keine Knarre wo ist denn deine Knarre ja da freue ich mir ja auch in der Kofferraum ist das ne ich hoffe aber wo sind wir denn hier sieht doch ne gute Gegend hier aus wir können ja mal gucken wenn die Menschen sind helfen vielleicht ein paar Bedürftigen ja das wäre wirklich super da hätte ich richtig Lust drauf heute waren Leute auch nett zu mir na soll ich ihnen jetzt Geld geben oder was das ist ja schön hier guck mal hier finden wir bestimmt ne Wohnungsschwester das wäre die was kommen wir denn jedes Jahr in der Dude die Mann entschuldigung alles gut alles gut alles gut wir sind wir sind wir sind bedürftige keine Sorge wir haben nichts kriminelles vor oder so wir gehen wieder wir dachten man kann hier vielleicht ich versuche nach ne Unterkunft und man hat uns das hier empfohlen der floppy hat mir das empfohlen ich kann ihn auch die Nummer geben wirklich ich bin da entschuldig Bloppy heißt der der hat mb getroffen schwester geh auf die Knie wir werden erschossen geh runter mit dir oh mein Gott mein Weid und man steht auf steht auf oh Dankeschön ich wurde nämlich gerade in Md genäht ja Eid und Moe keine Ahnung steckt mit einer Brechstange aus so was soll ich da denken so ja wir haben gerade eine Lade überfallen weil wir brauchen Geld ja aber hat leider nicht geklappt habt ihr achso und jetzt wurde ihr eingebuchtet oder was ne pass mal auf wir sind also wir haben da ruf verscheuert meine schwester und ich können das nicht das ganze da ne wie ist eigentlich mit euch passiert man wurde die beim Geburt vertauscht man hat die hat ne tiefere Stimme als du Homes ne meine Schwester hat auch einen Titten am Arsch dreh dich mal um Schwester Dich am Arsch ich hab Titten da wo sie hingehören rücken und da vorne rücken und da oben dreh dich mal um Danke Gott Damm das ist ja wir sind eine Familie wissen sie meine Schwester und ich ok das klingt ein bisschen weird aber sie sind ja wirklich nette Menschen muss ich ehrlich sagen ich sage nicht so wie die Polizei wissen sie mein Name ist Rob R.O.B. drei Buchstaben und sie heißen Roos und Rob Ikeem und ich bin Sexty man Sexty 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 na gut passen sie auf ist das hier normal in der Stadt da hat meine Schwester und ich wir wurden inhaftiert in dem Gefängnis wissen sie so ein Polizist hat mich fett genannt und mir in den Rücken getreten als ich weggelaufen bin ja und einer hat mich als auch als fett betitelt und hat da ganz so hämisch gelacht das sind die Cops man ist das hier normal in der Stadt die Leute so machen ja das ist die richtige Wechsel man das ganze mal ganz kurz abzukürzen man ähm haben sie hier Wohnungen in der Nähe frei oder Karton vielleicht äh kennst du dich in Rancho aus kennst du dich in Rancho aus ne ich bin aus ich komm aus Sandy das ist da oben ich erklär dir also also hier ist halt auch ziemlich teuer man ja warte jetzt hier los ja und dann über die Kreuzung aber nicht da drüber gerade aus sondern dann links abbiegen ja sind die nette Leute da ja eigentlich schon ja die haben auch gute Jobs und die 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 ich brauche mal ein bisschen wieder Pulver wissen sie meine Nase wir haben den Cash hast man was kostet das denn ja was denkst du mach nen Preisvorschlag 15 Dollar vielleicht naja gut da befinden wir uns aber im ganz falschen Segment man ja bro eventual kriegst du Crack man für 15 Dollar also ich sag ihnen ganz ehrlich ich bin meine Schwester und ich sind Heroin und Kokain abhängig wissen sie Junge ich hab noch diese kleine Wunderdinge was hast du die Wunderdinge wer bist du denn Himmelzuckerpippchen ist eigentlich eine nette zu sein ne hi hallo bin ich gut ja wir sind ein bisschen naja wie soll man sagen aufgeriecht wieso das denn heute ne harte Tache ne ok wurden vor der Polizei verprügelt ey die sind behindert wir sind wirklich was sagen sie behindert ne die Cops sind behindert ja ja dann hat mir so ein Typ in der Hand geschossen gucken sie mal meine Hand hier ja sicher ist ein Loch drin hat die Ärztin gesagt ne wir haben sich reingeschossen achso ja gut er hat mich gefreut alles gut man ey wie gesagt den Rancho hier rausfahren hier hinten rausfahren da links runter also raus und dann sind rechts die Blocks ok dann sag ich uns Sixty schickt uns ne 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 ähm Amaru ich hab sie doch geschickt ich bin Jason man Jason schickt mich ok alles klar Schwesterchen da fangen wir dahin ne Jason's a Crack ich danke euch ne ihr seid wirklich tolle Homies ne ja dann sind sie schön dann Rob und äh machen sie gut ne Rob R-O-B ne und meine Schwesters äh wie war nochmal dein Name Schwester ich hab mal jetzt leck mir mal ich will sie verarschen oder was achso wir hätten noch was für sie warte mal dann hätten sie Hunger na wir sind jetzt weg komm Schwester bitte ich glaub wir sind hier nicht was hast du nur zu essen man ne ich hab was für dich hast du Hunger ich hab tatsächlich ich hab nur ein Bonbon tatsächlich ich hab ein Bonbon kein Quatsch und ich hab mir jemand das hier gegeben auf jeden vielen Dank guck mal ich weiß ja was das ist hier was denn könnte Dattnarr ich weiß nicht was man das mit machen soll warte ein Sekündchen ich weiß ja was das ist aber sag's nicht mein Bruder ach du meine Güte ich sag dann ich sag nichts bitteschön falls du mal Stress hast alles klar Weihnachtsmann ist hier rumgefahren ja danke kein Problem wir haben noch schöne Feiertage ne auch so der Weihnachtsmann ist hier rumgefahren habt ihr wirklich auch vor mich diese Perlen Dattnarrt da sieht Geil, ey. Ah, du meine Güte, war das ne liebe Kerl. Oh, gosh. Ja, wir müssen jetzt zur Unicorn. Wir haben nämlich schon Auftritt, ne Schwester wurde da gebucht. Das gibt bestimmt nen mega Umsatz. Weil das Problem ist. Die rotliche Schwungmasse. Er gibt da alles im Fetisch. Aber meine Schwester haben mehr Leute gleichzeitig was von, wissen sie. Umsatzmaximierung. Richtig, meine Schwester rotiert immer so ein bisschen. Die dreht sich die ganze Zeit auf so nen Teller dann. Da. Also machen sie's jod, ne? Einen schönen Abend auch. Einen schönen Abend auch. Ja sicher, ne? Wir sollen nach Rennshow fahren, wo ist das denn? Wir sollen nach Rennshow fahren. Man, ich weiß noch wo das ist. Ich hab keine Ahnung, aber soll ich jetzt im Jurikon oder nicht? Ey. Warte, wir gucken noch in Rennshow, was da ist. Ja, aber ich hab da heute den Trailer wieder angemietet, Mann. Was ist mit dein Eutern? Mein Eutern ist gar nicht so richtig ein Ei. Vorsicht. Mein Junge. Da war aber knapp jetzt mit dem. Ja. Hat er aber schon nicht gesehen. So, wo ist denn da? Der hat gesagt, hier links und die nächste rechts. Das Mädchen war sehr lieb. Ja, ne? Hat er wirklich eine Pancake gegeben? Da hab ich ihm eine kleine Wunderpille gegeben. Dankeschön. Hat er sich gefreut. Ja, was ist das denn jetzt hier? Was ist das hier jetzt hier, ne? Rennshow, glaub ich, das hier. Guck mal. Ich dachte, du bist im Jurikon, Mann. Ja, warte. Wir sollen hier herkommen, hat er gesagt. Irgendwie hab ich kein gutes Gefühl dabei. Wir sind aber freie Wohnungen bestimmt, Schwester. Guck mal. Wir können ja mal gucken gehen hier. Ja. Dann setz ich mich mal da gleich irgendwo hin. Ja. Das ist eine schöne Gemeinde hier. Scheint hier günstig zu sein, ne? Ja. Dann kommen wir mal hier. Ja. Meinst du, ist doch was frei? Wir können ja mal gucken. Ja. Was machst du denn, Mann? Oh, scheiße. Warte mal. Meine Hand. Ich kann nicht richtig lenken. So, komm, wir gucken mal. All hier, oder? Guck mal, man hat einen Blick auf nix. Ja, der ist aber ganz schön deprimiert, mein Gott. Soll ich klingel mal? Ja, nochmal. Mal gucken, wo einer ist, ne? Ich hab geklingelt, Schwester. Schwester, guck mal hier. Komm, wir einziehen. Das kann man mieten hier, die Bude. Bude? Ja. Ja. Hä? Sollen wir mieten hier? 20 Dollar pro Tag? Ja, die mietest du, die mieten nicht ich. Dann geh mal zur Seite. Warte, mach mal Hälfte, Hälfte. Ich geb dir mal das Geld, ja. Na, warte, warte, warte. Oh, hab ich jetzt gemietet. Boah, das ist ja von Luxus. Ich geb dir mal den Zweitschlüssel. Guck mal hier, hm? Und ich mach mal, ich mach mal meine Namen auf den Schild. Kann man machen, guck mal. Ja, mach mal. So, jetzt guck mal, was an der Tür steht hier. Guck mal, bei D2. Guck mal rein hier. Uh, das ist aber schön hier. Ah ja. Boah, das ist aber toll. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist ein Upgrade zu meinem Leben. Hier will ich immer bleiben. Guck mal an, wir haben eine Zuhause, Schwester. Aber guck mal, gar keine Kakerlaken. Ich glaub's nicht. Wie ist denn die Toilette? Ich muss die Toilette unbedingt sehen. Sieht sie so sauber aus, ne? Ja. Endlich weg wollen wir diese Trailer um hier. Boah, Entschuldigung. Ja, reicht. Guck mal, können wir uns hier hinsetzen? Ich setz mich mal auf der Höckerchen hier. Guck mal. Oh, ist das gemütlich. Ja, der Teppich ist hier mal mega geil, ey. Das ist schön, Schwester. Ja. Wir haben die Mieter, haben wir drin, ne? Ja, das ist geil. Oh. Sag mal, wozu soll ich denn überhaupt arbeiten? Ja, sicher. Ja. Ja, lass dich mal richtig hin hier. Ja, ist doch gut da. Mal ein bisschen benehmen. Jetzt haben wir ne Zuhause, Schwester. Kannst du die Beine zusammen machen? Das riecht. Ja, warte einen Sekunde, Moment. Ich mach's mir ein bisschen gemütlicher, wenn's okay ist, ja? Ja, mach mal. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, 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 oh. Meine Fresse ist doch geil hier. Ja. Also, wir müssen uns noch ein bisschen Geld machen, Schwester. Ja, was hast du vor? Pass auf, wir locken die Gwendoline an einem Ort. Wer ist das denn? So eine PD-Bitch da. Ja. Dann nennen wir die als Jeisel. Ja. Wir pressen die Polizei. Ging ja bis jetzt immer gut aus, soweit. Ja, sicher. Und wir machen das mit verschiedenen Orten. Ja. Ich hab ne SMS bekommen. Ja. Ich hab jemand geschrieben. Geht es dir gut? Wer ist, wer ist denn da? Ich glaub die Gwendoline hat mir geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Aber die muss doch mal kurz hinzuschreiben. Ja. Aua. Wir müssen reden. Warte, nicht, 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 nicht. Nein. Ich denke wir sind gerade in Palito nicht machen wegen Alibi. Fünf Minuten, ich geh mal ganz kurz ein bisschen. Oh scheiße, ja Mama. Ich auch. Ich pisse ins Waschbecken. Ich geh mal ganz kurz Sekunde. Ich bin eben auf mir ab. Ichah Show für euch aus attachments. Ich bin dritte, dun att die Hgas tosste was mit dem Schubbet destituiert, was mit dem, in Austin High School zurückgegriffen. Wir gesahlt einen tollen so kurz. Ich nSoft über Ads Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt war ich nicht pinkel, jetzt habe ich mir Kakao geholt, verdammt. Warte. Warte, 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 warte mal. Man ist gemütlich, aber naja, wir arbeiten uns langsam auch. Klingel mal. Was? Ich muss mir was aus dem Kofferraum nehmen. Ja, mach doch. Ja. Scheiße, warte. 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 Jetzt geht er los. Schön, ihr gefällt mir. Jetzt geht er los, Schwesterchen. Ja. Ich hab mir nur noch... Ich frag mal, die Gwendoline, wo die ist, noch? Ja, Madame. Wir brauchen aber eine Viersitze, wir müssen ein Auto besorgen. Ja, la... Oh nö. Ja, aber wo denn? Wir könnten einen Bus kapern. Oh Junge, bist du dir sicher? Die Dinger sind scheiße langsam. Ja, aber der Busfahrer, der... Dann lassen wir irgendwo raus, oder so? Ja. Wir gucken mal. Jetzt haben wir erstmal... Jetzt gucken wir erstmal, was wir machen, ne? Mal das. So. Bei Unicorn wollten wir noch gucken, das ist doch hier in der Nähe. Wo ist das denn? Wir brauchen 10.000 Dollar. Ich bin eine geile Bude. Vielleicht ist man ein geiles Aussehen. Vielleicht eine Schönheitsoperation, wenn man gut... Ja, oder ein geiles Auto. Wie können wir sagen? Bist du denn das, die Unicorn? Das ist doch hier in der Nähe, da, ne? Dann links jetzt von uns hier, sag mal. Ich hab keine Ahnung, die war da noch nie. Aber fahr mal hier links. Hier rechts, guck mal hier. Hier meine ich ja rechts. Oh, hier ist aber was los. Werken wir mal hier, ne? Können wir nicht eins von den Autos nehmen, meine Güte. Warte. Warte. Was soll ich nicht, äh... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte mal der ganze Quatsch hier. Ich hab Blut geleckt, ich will jetzt wieder in den Laden überfallen. Ja, gleich, gleich, immer mit der Ruhe, ne? Ja, wenn ich mit dir unterwegs bin, passiert immer Scheiße gleich. Vom Wegen. Also diese Pollen müssen wir mal loswerden hier. Wo ist denn die Mülltonne? Warte, mach, tu die mal so lange rein, hm? Was muss denn loswerden? Die Pollen, so lange, warte. Ja, komm, Schwester, ist der Wagen abgeschlossen? Warte, ich hab eine SMS. Von wem denn? Ich hab in der Müll einmal Kippen gefunden. Weil das Auto ist abgeschlossen, ne? Ja. Ja, gib mal Kippen. Ja, komm. Die Polizei, warte. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig jetzt. Ja, ja, ja. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig, ja. Ja? Ja. Ich geb dir eine. Ja. Ich geb dir drei, ich geb dir drei, guck mal. Ja, mach. Dann komm ich immer da rein. Was denn? Ähm. Was ist denn? Brudi, die Musik gefällt mir, glaub ich, nicht so. Ich weiß das nicht. Wir können ja mal nur kurz reingucken. Ja. Ähm. Noch mal kurz, ja. Wenn sie auf der Gästeliste stehen, haben sie auch bestimmt eine VIP-Karte, oder? Scheiße, warten sie mal, ich gucke mal hier. Meine VIP-Karte versteckt sich hier hinten. Wollen sie mal ran rumvogeln? Ähm. Dann hab ich leider nicht dabei, verdammte Scheiße. Aber kommt man auch so rein? Ich zahl auch Eintritt. Äh, der Eintritt wäre mal 50 Dollar. Ja, mach ich. Gucken sie, ich hab... Ja, Gönnung. Gib mir mal einen aus. Ja, ich... 20 pro Person. Ah, 20 pro Person, genau. 20. Wollten sie ein bisschen reibar machen, sagt man so, ne? Hier, gucken sie mal. Ich geb ihnen mal 40 Dollar für mich und meine Schwester. Schwester, gib mal weiter, bitte. Ja, du Vogel. So, bitteschön. Gucken sie mal. Schau mal, die sind runtergefallen. Alles, die einfach so scheiße Rutsche ist. Ich hab Fettfinger, Entschuldigung. Hier, nimm sie es nochmal und geben sie uns in den Tag. So. Dann machen wir einmal hier. Sekündchen. Bitteschön. Ja, wunderbar. Gut, dann die Dame, dann einmal zu meiner Kollegin und daher bitte zu meiner... Ja. ...zu meinen Kollegen. Ja, sieh schon. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen. Jetzt wollen sie mal gucken, ja, oder was? Ähm, bitte einmal an die Wand. An die Wand, ja, mach ich da gerne. Weil so ne hübsche Frau immer. Dankeschön. Haben sie irgendwie scharfe oder spitze Gegenstände bei sich, an denen ich mich verletzen könnte? Ich hab nur Bügel im BH. Die sind ein bisschen spitze, pieken mir die ganze Zeit in meine Zitzen, aber ansonsten. Ja, das stimmt. Ja. Kennt man. Ja, der ist echt beschissen. Ja, ähm, essen und trinken bitte einmal in den Wagen, wenn sie mit einem hier sind. Ja, okay. Also, die dürft ihr leider nicht reinnehmen. Oh, scheiße, wissen Sie, warte, ich fress mal ganz kurz hier, so. Äh, oder so. Ja, okay, ich bring meine anderen Sachen mal kurz in den Wagen. Moment. Okay. Brodi, mach mal Wagen auf. Äh, ja sicher, komm. Achso, ähm, an den Herren auch schon mal? Wenn sie essen oder trinken? Hab ich nix, ich hab nur Bonbons dabei, fünf Stück, ne? Okay, fünf Stück Bonbons, er hat ja Bonbons. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, Sie müssten, äh, Ihnen gehört doch der Futo da, oder? Ja. Äh, können Sie den bitte woanders hinpacken? Ja, sicher warten Sie, ich mach, ich mach. Wunderbar. Ich hab mir mal so ein bisschen eine kleine Ovo-Pax in den Ohr getan, damit ich diese Musik da nicht höre, weißt du? Ja, das wäre vielleicht. Man soll das auch mal überlegen dazu machen. Ja, ja, ich pack die mir gleich auch mal rein. Ja, sicher. So, warte, ne? Sekunde. Ja, ja. Scheiße, das ist alles voll, das muss ich alles fressen und trinken. Ich schmeiße doch in den Müll, wir holen sie gleich wieder raus. Ja, ja, mach ich. Doch, von der Kindheit. Vorsicht, immer langsam, Vorsicht, ist gefährlich. Ja. So, Schwester, bist du bereit? Komm mal los, ja? Ich muss die Ovo-Pax da reinpacken. Ja, komm, los geht's da. Ich bin langsam, die sind ja echt im Gacka-Chill, ey. Hände auch in deinem Sportwagen, dass da was ist, ne? So eine geile Karre, mein Güter. Ja, hat er sich verdient, da, ne? Ja, das weißt du doch gar nicht. Drei Jungs gesagt? Oh, meine Güter. Ja, ist... Machen wir das nochmal, da kannst du? Genau. Ich stoppe mal kurz Ovo, pack's in die Ruh an. Achso, ja. Achso, warte, Moment, da müssen wir... Kollege? Oder der Schmackfellte. Machst du jetzt, oder? Äh, wir gehen rein, ich... Okay. Du kannst ruhig weitermachen. Ich warte. Ach gut, ähm... Okay, nochmal. Machen wir mich auch vor spitzen Gegenstände bei sich, an denen ich mich verletzen könnte? Nein. Aus dem BH-Bügel? Nee, nur der BH-Bügel. Okay, gut, dann greife ich mal beim Hemd durch. Sieht gut aus. Ich greife bei der Hose, bitte nicht erschrecken. Ja, alles gut. Ähm, okay. Sieht gut aus, ja. Dann schau ich mich nochmal rein. Dankeschön. Bitteschön. Bis gleich, Brudi. Hey, warte mal. Ich bin einfach reingegangen, ne? Warte doch, oder gehen zusammen rein? Oh mein Gott. Irgendwelche Schafe oder spitzen Gegenstände dabei. Mein Penis? Aber sonst hab ich nix dabei. Entschuldigung. No Bonbons hab ich dabei. Wollen sie eins haben, mein Junge? Nee, danke. Mhm. Alles gut. Dann wünsche ich deinen schönen Abend und viel Spaß. Welches Mädel empfehlen sie am besten? Dafür eine Labdance. Ich hab keine Ahnung. Wir sind jetzt gerade hier im Crime-Gebiet, ne? Da muss man leider mit rechnen. Das ist hier nochmal. Also wir sind gerade im Crime-Gebiet, ne? Ist keine Hoi-Ti-Toi. Ah. Hallo, ich schön. Abend. Hallo. Du meine Güte, da geht mir aber der Stift. Was ist denn hier los? Da geht mir aber gar kein Stift, weil ich kann ab. Ähm. Hallo. Ja. 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 Okay. Gehen sie beide. Alle? Besser komm mal neben mich. Ja, rutsch da mal, du Fetten. Ja, warte mal. Ich muss ja ein bisschen bei der Dame ran. Ja, wow, natürlich. So. Ich bin nicht so der Körperkontaktmensch und so. Dann sitzen dann hier. Oh, meine Güte. Schwester. Kann ich Platz machen? Nein, alles cool. Was ist das denn hier für eine Geschichte? Guck mal, wenn ihr auf den Tisch getanzt. Kann ich aber auch nicht. Bro, kann ich nur hier unterwerben. Weißt du noch? Shit, Lady. Weißt du noch, als unsere Mann das auch gemacht hat? Nein, sie mich. Hast du ganz schön viel zu bieten, ha? Ja, natürlich. Die gibt ihnen auch eine Laptance, wenn sie wollen. Laptance? Scheiße, nein, 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 nein. Aber sie müssen aufpassen, der Kauf ist, dass ihnen die Oberschenkel durchbrechen. Ja, genau. Das wollte ich jetzt sagen. Ich geh ziemlich hart dran. Sorry. Wie viel Geld muss ich dir geben, dass du da hochgehst und tanzt? Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Und ich will nicht schon wieder von den Bullen angeschossen werden. Angeschossen? Schon wieder? Ja, angeschossen. Warten Sie mal, warten Sie mal, wenn wir jetzt hier fahren, ob wir das dürfen, dann wie viel Geld geben Sie uns denn? 100 Dollar. 100 Dollar. 100 Dollar. Wer bietet hier mit? Ich würde was dazu zahlen. Ich glaube, verkaufst du gerade deine Schwester oder was? Nicht gut, wir machen Kohle. Ich würde was dazu zahlen. Um was geht's? Wer würde noch mitbieten, sind wir schon bei 200 Dollar. Ich biete mit. 300 Dollar. Wer kommt noch damit? Um was geht's? 500 Dollar, dass meine Schwester tanzt. Oh ja, dann geht die da einfach mal 100 mit. Oh shit, du Geschwister, Alter. Hat man fast gar nicht gesehen. Ja, sicher. Wir kommen ja richtig groß aus hier. Wer weiß. Weasel News kommt dann sofort hierher. Wir sollten mal halten. Für 1000 Dollar würde die das machen, wenn sie alle zusammenschmeißen. Na, woher. 100 gebe ich nicht rein. 1000 Dollar. Sie alle zusammenschmeißen, ne? Sie müssen alle zusammenschmeißen. Mit dem Finger wird der gleiche ganzer Arm rausgerissen hier, oder was? Das ist das Doppelte, ja. Ist jeder die 100 Dollar angeboten? Nimmst du die 500 oder lässt das sein? Ja, ist doch 500 Dollar, denkt drüber nach. Das ist ne jute angeboten. Ja Junge, dann haben wir die Erlaubnis hier. Ich bin bereit. Können sie mal den Manager holen hier. Ich hab keine Ahnung, wer hier der Manager ist. Hm? Der Manager? Ich mein, vielleicht werden sie ja noch angestellt. Vielleicht falls sie ist einer der da? Hat hier nichts dagegen? Ich frag mal nach. Ich geh mal suchen, hm? Ja, Mama. Hm? Warten Sie mal, der lüft mich gleich an und sagt, der hat die Erlaubnis. Dann krieg ich ja gar nicht. Ich geh mit und schau, dass ich sie wirklich krieg. Dankeschön. Ich bin ein bisschen langsam unterwegs, wurde angeschossen. Ist okay, okay, okay. Mein Zuckerpümpchen, sind Sie hier die Managerin? Nein, 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 nein. Entschuldigung. 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 Hallo, sind Sie die Managerin hier? Oh, Heiligen. Sandwich, aber habt ihr so mit Bratenwurst? Was ist da Besuchende? Wo ist sie denn? Wir müssen mal gucken, drüben. Karte ganz, ich bin furchtbar. Oh mein Gott, bitte halten. Sind Sie die Managerin hier? Nein, 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 nein. Leider nicht, verstehe ich, hm? Wieso versteht der da denn? Hi, der Lübscher. Ja, vielleicht. Hallo? Ey, 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 da bitte ein bisschen nicht rein. Entschuldigung, ich hab mich vertan hier. Entschuldigung, ich hab die Toilette gesucht. Achtung meine Güte. Warten, sind Sie die Managerin? Ja. Oh, das ist die Managerin. Oh ja, das ist ja geil. Hören Sie, passen Sie auf. Meine Schwester und ich, wir haben eine Angebot bekommen. Boah, die ist aber wirklich hübsch, oder? Meine Fresse, leck mir Marsch. Und? Gehst du kurz raus und sagst Security Bescheid? Wegen was denn? Was denn? Wegen Empty. Achso. Hören Sie, meine Schwester hat eine Angebot bekommen von Leuten. Wenn die einmal kurz auf der Bühne tanzt, kriegt die 500 Dollar, würden sie dazu stimmen? Nein. Warum nicht? Und wenn sie 100 Dollar davon abkriegen? Ich bin nicht käuflich. Aber... Nein. Also... Sie betreiben ein Bordel? Ich betreibe hier kein Bordel. Was ist das denn hier? Das ist ein Tanzclub. Das ist Stripper. Das ist Stripper. Sie haben aber einen radikalen Schnitt, Junge. Und ich dürfte auch niemandem Labdance geben. Sie können... Nein. Sie dürfen deine Labdance... Also... Sie können... Sind Sie zusammen? Sind Sie ein Paar? Nein, wir sind Bruder und Schwester. Aber aus Alabama, da sagt man, das ist normal, ne? Aber wir kommen aus Sandy Shores, ja sicher. Und Sie beide sind auch zusammen hier, Sie zwei? Nein, nicht so wirklich. So, ich hab jetzt gedacht, ne? Weil die Dame ist... Waren Sie eben zu einer in den Privates, da? Nee. Das heißt, Sie haben da niemandem irgendwie Schaden zugeschickt, ja? Kann man Ihnen helfen? Nee, wir sind... Wir müssen wissen, wie es vorangeht mit der... In der Mittelsenkunde damit. Wir haben nur die Managerin gesucht... Wem Schaden hinzugefügt. Weil wenn ich jedem einen Schaden hinzufüge und setze mich auf den drauf, breche ihm alle Knochen, dann müssen wir aufpumpen. So sieht die Person ein bisschen aus. Gott, ne, da hab ich nichts mit am Hut, wirklich nichts. Ich bin hier ganz friedlich am Mission, ne? Ich hab nur ne Bonbon, dabei hätten Sie gerne eins. Kommen Sie, ich geb' mir mal ne Bonbon. Ich kann mich grad nicht drum kümmern, wenn du nicht drum kümmerst, dann geht das. Geh nach vorne und dann... Schwester, gib mir mal ne Bonbon. Ja, ich geb' mir nochmal ganz gern ne Bonbon. Okay. Spence? Spence. Ah, Ultrin oder was? So, ähm... Wo hab ich das denn jetzt hier hingepackt, meine Fresse? Leck mir am Arsch. Bitteschön. Wahrscheinlich ne Arschwarte. Bisschen warm. Bisschen angeschmolzen. Also, wir können nicht hier tanzen. War schön. Sie können gerne im Separieren auch für sich selbst tanzen. Ich tanze nicht für meinen Bruder. Warte, warte, warte. Also, wenn meine Schwester... Wenn wir hier ganz viele Leute haben... Und die würden für meine Schwester... Meine Schwester würde für die in einem separat tanzen. Wäre das in Ordnung. Nur nicht auf der Bühne, ne? Ja, da noch habe ich. Na ja, haben Sie dann viele Leute, die ihre Schwester tanzen sehen wollen? Zehn Leute. Deswegen haben wir ja gefragt, ob wir das auf der Bühne machen können. Wo sind denn die zehn Leute? Ja, Schwester, hol die mal alles schnell zusammen hier. Keine Ahnung. Hab mir nicht gemerkt, wie die aussehen. Und, wie sieht das aus? Oh, super. Da kommen Sie mal kurz mit. Ja. Wie heißen Sie denn? Guck mal, hab schon jemanden gefunden. Was denn? Deine Freunde. Die wollen meine Schwester tanzen sehen. Sie sind zusammen hier, oder? Haben wir uns grad zufälligerweise getroffen. Kennen Sie das schon länger? Nein. Nein. Und Sie wollen, dass die Dame für Sie tanzt? Ja, ein paar von uns wollen das, ja. Sehen Sie? Das ist ja ernst. Passen Sie auf. Ich mache einen Deal, Mr. Boko-Lukovic. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie meine Schwester tanzen lassen auf der Bühne für zehn Sekunden, ja? Dann gebe ich Ihnen 100 Dollar. 100 Dollar? Dann können Sie nochmal zwei Nullen dranhängen. In 10 Sekunden 100 Dollar verdienen? Ja, was meinen Sie, was ich sonst so verdiene in 10 Sekunden? Weiß ich nicht. Sie sind aber interessant. Ist das nicht was für dich, Schwester? Der Herr, oder wie? Außerdem, naja. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen den Standard wahren, ja? Also, ich würde Ihnen das vielleicht hier hinter Ihnen gestatten, oder hier in den Separatus. Ja, gut. Okay. Okay, dann machen wir das so. Aber nicht auf der Bühne, ja? Weil der Standard muss natürlich gewahrt werden. Ja, dann holen Sie mal alle zusammen hier, Ma'am. Ja? Ja? Ja, hier ist für den Russen da jetzt. Ja, klar. Ich hole alle. Holen Sie mal alle. Schwester, geh schon mal dich ein bisschen einrufen hier. Ja. Hm? Hm? So, wie heißen Sie? Jetzt sind Sie die Schäfer hier von der E-E-E-Tile-Bismore. So. Neun Sie sie- Ich bin der Rob, ne? Er Rob, ne? Hm? Pfff. No, bitte nicht! Bitte nicht! Oh, Rose! Rose, nein! Rose, nein! Rose, nein! Oh Gott. Was ist das hier heute? Ich will weg! Ich will weg! Ich will weg! Ich will weg! Liebe Motz, was ist denn gerade der Spendenstand? Ausrufezeichen! Spenden im Stream! Letztes Mal haben wir mit Ari hier schön gestrippt. Jetzt ist es Rose. Oh Gott! Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Ich hab noch die Unschuld genommen. Mel? Ja, doch. Beim letzten Spenden-Stream. Aber nur zu Hause so alleine. Das ist mein Ehemann, ja? Oh, das Lied. Kann jemand das hier recorden irgendwie? Ich hab ein bisschen Angst, dass Twitch vielleicht da irgendwie was mutet. Also, falls jemand so die Möglichkeit hat. Es gibt ja Leute, die recorden sämtliche Streams. Ja, da müssen sie hier Bescheid zeigen. Sehen Sie, hier ist ne Boykott langsam vom Laden. Ja, der geil. Boykott? Boah. Huch. Ja. Ordentlich ins Schwitzen gekommen. Warten Sie mal. Wenn Sie ne dicke Tanzen sehen wollen, dann kommen Sie mal her. Das ist nur heute im Eingebot. Kommen Sie zu mir, hm? Hallo, Nana. Hier, ich bin der hier auf den Treppen, den man nicht übersehen kann. Der mit der blauen Käppi, der war der Erste, der hier verachtert. Kommen Sie ruhig her, hm? Oh, ist das gemeint! Ja, Rose! Ja, hier auf der Treppe. Kommen Sie ruhig her zu mir. Seien Sie nicht zimmerlich, hm? Ich tue so, als würde ich ihn nicht hören. Na, gucken Sie mal. Ich sollte mir ne Gewichtsübergrenze einführen. Ja, alles gut, ich wies da rein da in die Kabine. Ich dach nicht, ich dach kein. Es geht jetzt los. Wir müssen damit nehmen, es ist dieses Gebiet. Wir müssen damit nehmen, es ist dieses Gebiet. Es ist dieses Gebiet, wir müssen damit nehmen. Wir müssen damit nehmen. Ich hab' nicht gehört, lady komm schon. Dich was denn jetzt, dann setzt euch da rein! Ja, ihr müsst euch da rein setzen, geh da rein! Ich äh, will mich da... Ne, du setzt dich da jetzt rein, los mit rein, da komm'n wir. Ich setz dich da rein! Jetzt wir hier los! Ich hab' nur eine Wünfein an kleine Butterhofe. Ich hau mich da nicht rein, da komm ich nie wieder lebend raus. Ja komm hier, du mit der rote E-Cola Pullover, komm mal her hier Zückerchen, du hier hinten, komm mal her, du setz dich mal da rein. Junge, komm, setz dich da rein, genau ganz lieb. Gönn dir. Da komm jetzt, sei nicht so zimperlich, rein da. Komm, ich muss da mal durch. Dankeschön. Nee, 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 das kann ich mir nicht antun, das kann ich mir nicht antun. Warum haben die denn Angst vor mir? Ja, wie heißt du denn hier? Wo soll man denn jetzt hin? Frederike, komm mal mit da. Hier vorne. So, Frederike, setz dich mal hier rein da, guck mal. Ja. Oh nein. Einfach ein, setz um. Das ist ja. So, wer denn noch? So, du auch hier, komm rein hier. Nee. Setz dich mal rein da, jetzt seid aber nicht so zimperlich. Jetzt seid doch mal nicht so muschig, jetzt kommt doch mal hier rein, meine Güte. Heißt, ich arbeite, ich kann mir jetzt hier kein Dance von dir geben, scheiße. Komm mal nicht hier rein. So, dann kommen auch alle mal rein hier. So, setz euch mal hin hier, ne. So, hier du mit der tollen Frisur hier. Du auch, kommen sie ruhig rein hier. Tun sie nicht weh, ne. Die Security man nicht braucht. Nee, ich mein die Lady hier. Mach's euch mal gemütlich hier. So. Ich müsste einmal durch. Ja klar, ich weiß, ich muss viel Platz machen. So. 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 So, Schwester. 3. 2. Nee, kein 3, 2, 1. Ich muss erst im Innenlicht gehen, meine Güte. Ja, sicher. 3. Nein. Mach jetzt. Sie haben alle Zeit der Welt. Ja. Jetzt werde ich ja doch ein bisschen schüchtern, ne. Aber dann fangen wir mal an. Oh mein Gott. So. So. Man kann mir natürlich Geld zustecken. Obwohl das glaube ich wahrscheinlich nicht. Ich werde es trotzdem tun, keine Frage. Ja, stellt sich ja alle an die Bissen legen, mein Gott. So, Schwester, gib alles, ne. Zeig auf die Bilder, was. Kannst du dich mal bitte umdrehen, du perverses Schwein. Oh. Dreh dich um. Okay. Gönnt euch alle den Private. So, Schatz, das hättest du doch schon mal gemacht. Ja. Irgendwie, ne. Hier so. Guck mal. Das sind meine Bemelze. Wenn sie wüssten, was ich damals hab gemacht hab. Das war echt sehr nahe, Alter. Hör mal, dann würden sie aber Glas rein denken, das sei. Oh, das ist sehr nahe. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Das ist so nett. Ja, guck mal. Äh, äh. Tschüss. Ich hab ne Windel an. Mein Arsch ist gar nicht so fett. Was sagst du an? Eine Windel. WTF? Ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Oh, vielen, vielen Dank. Ich bin ne ältere Frau. Oh, mein Gott. Gucken Sie mal, wie ich mich noch bewegen kann. Ey, so für... Wie alt bist du denn? Also, ich finde, sie machen das richtig gut. Vor allem, wie gelenk ich dich? Ich bin 32. Guck mal, guck dir das mal an. Guck dir die Körperspannung mal an. Hast du auch einen Namen? Wer alles hier ne Phänomenen will, sehen will, kommen sie her. Ich heiße, brauche ich einen anderen Namen. Wie würdet ihr mich denn nennen? Sag mal. Wie alt bist du? 32. 32 hat sie gesagt. Wie wär's mit Chantal? Mein eigener Mann. Chantal gönne ich mir. Das hört sich besser an als... Oh, Entschuldigung. Ich mein natürlich... Ja, Chantal hört sich ganz gut an. Jetzt guck mal hier. Das machst du richtig gut, ne? Oh, den Tiefen machst du... Also, ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Oh, wow. Scheiße. Pass auf, da drüben. Du hast mich aber doch ein bisschen am schwitzen, da muss ich mir ganz kurz hier... Das ist mein erster Private Dance, ich fühl mich sehr geehrt. Das ist mein erster Private Dance. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich freu mich da, dass ihnen gefällt. Hörgens mal. Von Gefallen kann keine Rede sein. Ich muss sagen, Sir, sie dienen aber echt gut als Sichtschutz. Oder? Hast du grad gehört? Sagen sie mal, kennen sie Schwaddemagen? Ob wir was kennen? Schwaddemagen. What the fuck ist das? Was ist das? Was ist das? Schwaddemagen ist eine Spezialität, da wo ich herkomme. Ah. Wir machen das eigentlich mit Genatine, aber ich mache das immer aus geschmolzenen Gummibärchen. Die legt man dann in die Sonne in der Pfanne und dann kommen da so kleine Wurststückchen rein. Da müssen sie mal wünschen. Schwaddemagen? Okay. Ich krieg Hunger. So wie Süß-Sauer, oder? Siehst du das immer, was ich sehe? Oh Schwester, jetzt gib alles runter. Und du kriegst Hunger? Dreh runter, perverse Schwein. Dicke Fragen können auch wunderschön sein. Ja, natürlich. Aber das ist sehr nah an. Das ist sehr nah an mir dran. Ich sehe sehr viel. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Wissen Sie, ich stelle mir einfach so ein bisschen die Musik vor. Boah, die Musik hier sagt mir nämlich nicht zu. Ja, kenne ich. Und dann lasse ich mich einfach so gehen. Einfach so. Einfach richtig fühlen. Genau, man muss es fühlen, denn man kann sich immer so fühlen. Weißt du, meine Freundin neben mir ist Friseursin vielleicht. Oh mein Gott, hi. Hallo. Ascha, wir können sie mal frisieren von der. Die haben eine eigene Frisur. Das dauert aber nicht so lange. Ich merke schon ein bisschen, wie ich am Ausdünsten bin hier. Oh, oh. Oh, ich komme leider nicht so gut rum. Oh, ich kann nicht mehr an mich halten. Ich finde die Kurzhaarfrisur bin nicht schlecht. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Oh, warmes Essen zu Hause. Dankeschön. Wir sind heute erstmal umgezogen, dann kann ich meinem Bruder was Schönes kochen. Oh, das ist doch schön. Mir hat mich keine Lust mehr auf kalte Erbsensuppe. Oh, meine Güte. Kalte Erbsensuppe? Kalte Erbsensuppe. Wie viel verdient man denn so als Friseur? Ähm, ich glaube... Ey, man, nichts für ungut, aber ich glaube es ist sehr eng jetzt bei dir drin. Also ich verdiene eigentlich so, ja, 50 ungefähr die Stunde. Oh. Ganz genau kann ich nicht zahlen. Aber das hört sich ganz gut an. Ja. Oh, vielen, vielen Dank. Hier bitte den ganzen Schweiß. Aber ich glaube, ich habe meine Profession gefunden, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich würde mich bewerben hier. Schwester, sag mal, was hast du denn verdient jetzt? Ein bisschen viel. Wir können heute feste Speisen. Wir können heute warmes Essen essen. Es ist ja auch Weihnachten. Mhm. Ja. Ja, ist so. So, eine Hunde gibt's jetzt noch. Ja, und die Freundin hier wurde ja auch vom Nikolaus besucht. Moment, ich hole noch ein paar, Schwester. Warte, 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 warte. Ich, nein, nein, nein. Wir sind ihm nachgefahren und haben den gestalkt, Leila. Wirklich? Ja. Ihr habt den Weihnachtsmann gestalkt. Warte mal, Weihnachtsmann, da müssen sie, da müssen wir mal, da müssen sie mir immer mal mehr erzählen. Ja, der Penner wollte, dass ich ihm was vorsinge. Als ich das verneint habe, hat er gesagt, dass ich ihm ein Gedicht vortragen soll. Oh. Wie sah denn aus? War der bisschen heiß? Er war richtig schlank. Ja, das ist kein richtiger Weihnachtsmann. Ich würde nicht sagen, dass er heiß war. Bäm. Das ist kein richtiger Weihnachtsmann. Aber ich habe mich trotzdem wie eine Fünfjahrrecke gefühlt, dass ich vor einem stand. Oh. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr als der Penner mit 80 Sachen in einem voll beladenen Lkw über den Highway rast. Ach du Scheiße. Wow. Aber ein Rennen wollte er trotzdem nicht mit mir fahren. Ich sage euch, ich bin der Satz, setzt euch auf den Schoß. Wenn ihr erwachsen seid, macht er bitte nicht mehr. Nini. Hallo kleine Mops. Wow. Da da da. Da da da. Da 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 da. Was ist das für ein Shampoo, was du trägst? Das Shampoo? Ach so, das ist... Ich trau mir das gar nicht zu sein. Ich leute Shampoo aus dem MD, aber ich habe keine mehr. Ah. Oh. Ja, das riecht halt nicht ganz gut. Ich glaube, Leila hat einen Gutschirm für Gratiss Shampoo. Ja, Gratiss Shampoo würde ich... Also wenn ihr da Gutschirne habt, immer gerne. Was denn? Wo können sie mal hier? Ich glaube, ich habe einen Gutschirm noch Angelina gegeben. Hast du keine mehr? Nee. Sie hat einen Spitznamen. Das ist die Fettina. Nein, das ist Chantal, habe ich gerade gesagt. Ich habe aber keine Schmerzmann. Ja, Chantal. Chantal hängt sich hier voll rein, Leute. Ich sage es nur. Naja. Sie gibt sich richtig mehr. Die Frau hat was drauf. Oh mein Gott, mein Rücken. Also wenn hier einer Blut- und Wasser schwitzt, dann ist sie. Ja. Die tanzt besser als die Mädchen, die dahinten an der Schatten hängen. Mehr Wasser als Blut, aber okay. Oh. Oh. Ich fühl mich so ein bisschen... Ich fühl mich schon ein bisschen jünger, muss ich sagen. Also langsam kommt das ja jetzt, ne? 32 ist ja auch noch nicht alt. Ja, 23 ist ja auch noch nicht alt. Ja, 23... Nicht wahr, Lele? Ich muss so gehen, das ist mein Gefühl, das ist alter. Ich bin ein bisschen älter. Ja, Lele ist so alt wie du. Ja, ich bin so alt wie sie. Natürlich, aber toll. Oh mein Schatz. Nee, zeig ihn dir vor, lieber nicht mein Ausweis, ich bin ja schon starren. Entschuldigung. Da ist mein Fuss. Nee, nee, das geht nicht der Dame persönlich. Kannst du noch mal Chantal so sexy sagen? Oh, vielen, vielen Dank. Oh, vielen, vielen Dank. Noch mehr Leckeres. Gerne so. Ich glaub, wir können uns so... Andro daran leisten. Oh mein Gott, stellen Sie mir vor. Oh. Ich bin grad so glücklich. Ich bin grad... Wenn ich wünschte, ich wäre empathisch, dann würde ich jetzt auch oh sagen. Oh. Ja. 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 Mist. So langsam... So langsam geht's wirklich in den Rücken. Herr Klein, wir müssen sich so anstrengen. Wie wär's, wenn du dich dann jetzt mal hinsetzt und dein Bruder ein bisschen tanzt? Also... Können Sie mir die Augen dabei zuhalten, bitte? Sag mal, ich glaube, du sagst, ich hast eine gute Idee eigentlich. Mach das dann aufgeräusch, ne? Okay, wo steckt der denn? Rob, komm mal her. Ja, Raffi, du kannst ruhig ein paar Wildschwein-Geräusche, oder? Ja, warte mal. Dann find ich wirklich richtig gute Idee. Oh. Das will ich auch sehen. Heu, 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 das ist ganz schön anstrengend. Das glaub ich. Und deswegen tanze ich so nicht. So, wir machen jetzt den Tänzerwechsel, hallo? Na du. Na, na. Mein Pusso. Sind Sie öfter hier, Mädchen? Mhm. Mhm. Ich nicht. Das erste Mal für die. Mhm. So. Dann könnt euch. Mal los, bisschen erstmal in Wallung bringen, ne? Scheiße, was? Ein bisschen erstmal in Wallung bringen. Ich bin wirklich froh, dass er die Klamotten anlässt. So. Ich sag's euch, der VIP-Raum hier ist verschwindet. Der muss auf die Bühne. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schon hier oben den Propeller machen. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie diese Kardashian. Erinnert ein bisschen die Figur. Und. Schauen Sie. Es ist so unangenehm. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich jetzt? Ja. Sophia? Oh, vielen Dank. Oh. Was haben Sie denn da reingesteckt? Wenn ich fragen darf? Ja, warten Sie. Geht weiter. Ich hab noch mehr drauf. Passen Sie mal drauf. Was halten Sie denn von dem hier? Finde ich gespannt. Ja, das ist der. Die Welle. Die Welle? Die Welle. Das ist die Welle. Die staut immer eine halbe Stunde, bis es stoppt. Oh. 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 Take that ass. Oh nein. Jetzt hab ich gleich noch. Vielen Dank. Wie heißt du denn hier mit dem Ernst? Mit dem roten Pullover? Sag mal, Kleiner. Was hab ich dir gesagt, wie ich heiße? Ich hab schon vergessen, was hab ich dir gesagt. Weiß ich nicht. Sag noch mal. Irgendwie so, Francesca. Franziska. Franziska. Gibst du mir deine Telefonnummer? Dann mach ich für dich den hier. Guck mal den Dreher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Meine Güte, ich fand deine ganze Kotzen hier. Jetzt hab ich alles gesehen. Ich hab noch nicht alles gesehen. Guck mal. Oh mein Gott. Pass auf, deine Hand. Au. Das riecht immer ein bisschen, ne? Also wenn die Beine breit gehen. Ähm. Dankeschön. Ich kann auch hier gucken. Das ist ja nochmal für Sie hier, ne? Ich will dann immer den Saturn hier, sehen sie. Der Saturn? Ja. Du weißt wie groß der Saturn ist, ja? Sag mal Rob. Rob. Ich glaub das ist mehr so der Jupiter. Ja. Ich denk eher die Venus. Das ist mehr der Jupiter. Zieh dir mal die Kurven an. Die Venus. Ja die Venus. Ich glaub jetzt, wo du das Loch in der Hand hast, kannst du sogar noch Grundstückchen damit machen. Aber bleib mal angezogen. Welches Loch? Dein Loch in der Hand. Meine ehrliche Verehrerin steht hinter mir. Guck mal wie die mich studiert. Was? Die Dame am Eingang, da hab ich schon ein Auge drauf geworfen. Ich kann auch privat für sie tanzen, für ihren Freund und sie, wenn sie wollen. Mit meiner Schwestern. Mein Irrmann tanzt eh so gut für mich. Ja, sehen sie mal. Gucken sie mal. Oh, ich bin schon eine andere Verehrer. Oh. Ja. Ich glaub das Talent liegt in der Familie. Ja. Wollen sie das Fleisch? Das Talent ist echt in der Familie, ja. Ja? Wollen sie das Fleisch? Ach man, ich hab so viele Kommentare nach. Halt die Fresse. Jetzt reicht das aber hier erstmal. Ja, ja. Ich bin nämlich jetzt komplett aus der Puste. Ja, ja. So. Ich muss nur einen Drink. Ja, da könntest du mir einen bringen. Meine Schwester auch bitte einen. Ja, kann ich machen. Das ist aber richtig nett von dir, ne? Ganz schön kalt jetzt, ne? Vielleicht das erste Mal in meinem Leben einen Drink. Ich brauch auch einen Drink, Alter. Ja, ich nehm... Was? Ne Blowjob? Was ist denn jetzt los? Ein Getränk. Ach so. Dankeschön. Ersatz mich mal. Genau, setz dich mal hin. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön ihr lieben Mädchen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß noch. Danke für diese wundervollen Tänze. Noch ein bisschen Abend. Ist das schön. Auf Wiedersehen. Vor Weihnachten. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich das beschreiben soll, dann war das unbeschreiblich. Warte mal, du hier mit dem roten E-Cola. Wie heißt du? Sag mir bitte deinen Namen. Franziska, glaub ich. Nein, wie ist dein richtiger Name? Sag mal, komm bitte für mich jetzt. Und gib mir deine Telefonnummer. Für den Papa. Ich hab dann was du damit machst, Mann. Nein, ich mach nix damit. Ich mach damit nix. Sie ist Single. Sie ist Single. Ich bin auch Single. Ne, guck. Ich bin auch Single. Dann bin ich ein Album, okay? Also. Ich hol mal dein Telefon raus. Single also. Sag mal deine Nummer. Oh Mann, na gut. Wie heißt du denn? Ich weiß, ich werd's bereuen. Ich heiße Nana. Nana? Aber das ist wirklich dein Name, ja? Ja, ja. Weil das klingt wie ein Teletubby. Kennst du auch Nono, den Staubsauger? Sag mal die Nummer. Wenn du mich jetzt Nono speicherst. Nein, mach ich nicht. So. Ich boxe dich auch. Ich hab keine Skrupe gesagt. Ne, mach ich nicht. Aber mit dem Teletubby. Ich glaub nicht, dass du hier reinboxen willst. Weil du kriegst ja die Faust immer wieder. Jemand hat mir meine Magen geboxt und seine Hand ist in meinem Bauchnabel verschwunden. So. Danke für die Vorwarnung. Ich riskier's. Ist sie wieder aufgetan? 1, 3, 6. Nein. 1, 3, 6. 1, 5, 9. 1, 5, 9. 1, 3, 6. 1, 5, 9. Ne? Ich teste mal, Nana. Teste mal. Ja, Test ist gelungen. Ja, gut. Nana, pass mal auf. Ich ruf dich an, mein Zuckerpüppchen. Nenn mich nicht Zuckerpüppchen, Mann. Was ist denn los mit dir? Und dann gehen wir zusammen mal schön einen Becher mit zwei. Was sagst du? Mal sagst du mir deinen Namen, damit ich dich auch entdecke. Mein Name ist Rob. R-O-B. Mit drei Buchstaben. Rob. Ja, und da ist meine Schwester hinter mir. Das ist die Sibylle. Rose. Wie war nochmal dann Rose? So, willst du mich verhaschen oder was? Lippen wir mal. So. Und, äh, haben sie die Blowjobs? Ja, hab ich ihnen schon gegeben, Mensch. Oh ja, richtig. Was ist denn da drin? Ist der Bauchnabel verschwunden? Alkohol. Alkohol. Blaubeere. Zitrone. Schwester, hast du auch einen? Schwester? Ja, natürlich. Dann trinken wir auf drei. Nennst du sie immer Schwester? Das hört sich an wie im Krankenhaus oder so. Drei. Schwester drei. Ich gucke nicht, dass man hochkommt. Mein Gott. Ja, sicher. Ja. Da. Drei. Zwei. Zwei. Los. Los geht's. Hopp in den Nacken. Ach du meine Güte. Oh, ist das intensiv? Boah, ist das intensiv? Ja. Boah, lecker. Das steigt mir aber gleich zu Kopf. Das weiß ich jetzt schon. Ja, das steigt mir auch gleich zu Kopf. Boah. Dann hab ich schon mal weggehext. Achtung meine Güte. Ich kann mir das bildlich richtig vorstellen, weißt du. Und wie heißt du nochmal mein Pöppchen hier? Sag mal. Anna heiß ich. Anna gib mir mal deine Telefonnummer, bitte komm. Viel Spaß. Ja. Ja, für den Private-Dance dann, ja. Okay. Ich denn von dir? Nee. Wir buchen dich. Okay. Scheiße, benehmt euch ja. Ja, machen wir doch. Okay. Fünf, drei. Fünf, drei. Neun, null. Neun, null. Sieben, null. Sieben, null. Sieben, null. Wie heißt der denn mit Nachnamen? Navarro. Navarro. Anna, dann pass mal auf. Ja. Ich mach mal den Testanruf. Ja. Mhm. Oh ja. Ja. Und dann rufst du mich an. Ja. Ja. Äh. Rob war es, ja. Rob war das, ja. Rob. Rob. Und dann rufst du mich an. Und dann kommen meine Schwester und ich vorbei. Meine Schwester bringt das Equipment für mit, ne? Schwester, hast du ein Kameraset hast ja noch, ne? Die alte VHS-Kassette. Ja. Dann machen wir, dann machen wir eine Video, ja? Oh du meine Güte. Da bin ich mir nicht so sicher. Dann bin ich mir nicht so sicher. Anna, ja? Ja. So. Aber sonst geht das dir gut, ja? Willst du mal vielleicht mit auf ne Spritztour kommen mit mir und meine Schwester? Auf ne Spritztour? Mhm. Wir beide sind nämlich, weißt du, beide sind nämlich Mitglied in einem Club. In was für einem Club? Motorradclub Mayhems heißen die. Wir haben einen Motorradladen, das ist ja interessant. Ne, wir sind in einem Motorradclub. Ja und wir haben einen Motorradladen. Ach ne. Ja. Da sehen sie, kann man ja eins miteinander verbinden. Mhm. Aber bei dem Wetter ist glaube ich nicht so gut mit dem Motorrad. Ja, da sagen sie was. Haben wir können sie uns ein Motorrad schenken? Nein, das können wir nicht. Schade. Gut. Schwester, wir müssen jetzt auch los. Wir haben noch einen Anschluss. Ja, ja, ich hab ja auch jemanden, den wir noch treffen können. Ja, gut. Anna hat mich wirklich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Da würde ich dir mal gerne die Hand geben. Anna, ne? Mach halt gut hier, gib mir mal den Händchen da. Ja. Gut. Zwei Wochen bitte waschen. Ne, Spaß. Alles gut, ich auch nicht. Ah, siehst du. Fassen sie alle auf dich auf und schöne Weihnachten. Jetzt sind vier Wochen so. Ja, pass auf dich auf. Tschau. Tschüss. Schöne Weihnachten. Hallo. Guck mal, der geht mit der Tasche in den Laden. Hallo. Was ist das denn für ein hochgepokerter? Ja, da ist wahrscheinlich ein ganzes Geld für das Treppeln drin. Also, ich muss mich bedanken bei Ihnen allen. Folgen sie uns auf Venture, die Finkas. Ja? Und denken sie immer dran, Kondome zu benutzen, sonst kommen so Unfälle raus wie meine Schwester und ich. Leck mich am Arsch. Was glaubst du für eine Scheiße? Raus jetzt hier. Ich hab sie alle lieb, sie sind alle meine Familie. Und vor allem der Typ mit dem weißen Tanktop, der hat immer meine Schwester besonders auf den Ass geguckt. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss am Tag noch. Tschüss am Tag mit dem клиiken. Jaa auch. War wood, war cool. War war fan. Ava richtig toll Ai, schönen Abend noch. Einen Wunderschönen Abend? Woche Weihnachten! Jop, schönen Abend noch, Ihnen auch! Ihnen auch! Wen treffen wir jetzt, sag ma? Nö mer, der Typ der mein Gefährt geklaut hat. Ist mir die ganze Zeit am Schreiben. Wollen wir den zusammenschlagen? Nee, du willst so eine Geisel haben. Ja, wo ist der denn? Dann treffen wir den. Komm. Wir müssen den unter dem Vorwand irgendwo hinlaufen. Ja, sag, wir treffen uns am Stadtpark. Ja, warte. Moment. Einer betrügt meine Schwester, ne? Warte. Da wird ja aber ganz unmöglich, ja? Hör mal zu, mein Junge. Hallo, wie geht es dir denn? Äh, gut und ich. Ich habe ganz viel Geld verdient und wir machen jetzt mal fett einen drauf. Kannst du mal kurz zum Stadtpark kommen? Ja, doch. Wir stehen mal da, wo die Taxen immer stehen. Wie ein Fett drauf machen. Ja, aber richtig, ich sage es dir, dafür burnen. Was bedeutet denn? Das wirst du gleich schon erfahren, mein Junge. Sag mal, mein Schätzlein, hast du gerade ein bisschen Zeit, gell? Okay, Stadtpark. Ja, bis gleich. Meine Schwester und ich, wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen die Stadt zeigt. Wir kennen uns halt ja nicht aus. Wir kommen aus St. Deschamps. Wir sind... Wir sind halt in der Feierabend gehen und dann mit uns ein bisschen durch die Egel ziehen oder so. Wir haben gerade 1000 Dollar im Stripclub verdient. Warum? Meine Schwester habe ich verkauft und die hat getanzt. Ja? Wolltest du mitkommen? Wir wollen das Fressen aus der Mülltonne. Ja, hol mal ein Fressen aus der Mülltonne. Oh mein Gott, die Armel Rose. Es war schwierig, das zu spielen, weil Leute auch so gemein waren. Aber dann waren auch wieder so nette Leute und oh mein Gott, Hilfe. Was? Ey, hier hat jemand einfach meine Essen geklaut. Meine Getränke nur sind geklaut, ihr Ficker. Ich war da nur kurz drin. Wer hat denn die Getränke rausgeklaut? Gott, Mann, die haben einfach nur die Erbsensuppe dagelassen. Boah, wie geil das hier aussieht, ne? Ja. Ich bringe meine Freundin mit, dann kannst du denn was tanzen, okay? Was für eine Freundin? Bei meinen besten Freundinnen. Na, komm mal lieber alleine. Ich bin mir nicht sicher, wer das ist. Nein, du kannst mich vertrauen, denn es passt so wie Barbara eigentlich. Ich will wissen, wer das ist. Du kannst ihn kennenlernen. Ich vertraue heute keinem, deshalb meine ich hab meine Gründe. Okay, den heißt Isabel. Ach, die Collins, ja, die kenn ich doch. Weil dann ist, wie, wie du kennst den? Ja, natürlich. Die will was von meinem Bruder, die wollten sich heute treffen. Was? Ja. Dann ist es doch gut, wenn ich den mitbringe. Ich sag dir gleich Bescheid, ob das geht. Mein Bruder ist grad scheiße in der Mülltonne. Äh, weil den muss gehen, weil ich hab den schon gefragt, ob der mitkommen will. Ich weiß nicht, ob das geht. Bis gleich. Kacke, Frau Collins ist so ein Blizistin. Aber die könnte Dennis eigentlich als Geisel nehmen. Oh, die haben Frau Collins schon wieder. Mann. Mann, ey. Ja, die ganze Zeit hier sind überall meine Autos wegen dem Milabau. Guck mal. Warte. Hat das Auto denn schon aufgemacht? Ne. Toll. Für Geld hat Rose insgesamt... also wir hatten 600 und ich glaube ich werde mit Ariane einen anderen Berufszweig einschlagen. Nein, wir hatten 600, jetzt haben wir 962, heilige Scheiße. Wir müssen uns eigentlich irgendwo einzahlen. Ich glaube hier war auch irgendwo ein Automat. Warte mal. War doch gerade bei Dennis geschaut und musste ein großes Lob ausbrechen, ich kann nicht mehr. Oh, ist ja sehr lieb. Jetzt kommt es C73 Doktor und ich bin so what the fuck. Der Thrift Shop ist da. Oh dann ist hier kein Automat. Krass, diese Welt, mit der wir halt hier so gar nichts zu tun haben immer, ne? Wirklich so gar nichts. Hör mal Rob. Da bin ich wieder. Hör mal los. Es gibt also erstmal jemand aus den Müttern meine Getränke geklaut. Ich habe jetzt nur noch Erbsensuppe. Und zwar... Und zweitens, dieser Typ hat mich angerufen und meinte, er nimmt noch jemanden mit, ne gute Freundin von ihnen. Das Problem ist, ja, aber es könnte Fluch oder Segen sein, es ist deine Collins. Das ist du? Ja. Komm, wir fahren. Scheiße, ich habe Enzo immer noch nicht Bescheid gesagt. Wo müssen wir denn hin, ne? Oh, pass auf, da ist das Mädchen. Äh, Stadtpark. Stadtpark. Warte mal. Ich sag ihm mal Bescheid, ja. So, mein Püppchen, ne? Pass mal auf, wenn dein Mann dich mal verlässt, ne? Wir kommen jetzt. Dann rufen sie mich an, ne? Stadtpark. Die Collins kann mit. Pass auf dich auch, ne? Nein. Ach du Scheiße. Junge, ey, das ist mal hier ganz schön errutscht. Das ist an meiner Hand auch. Gerade bin ich aber auch fast ausgerutscht. Ich habe mir so viele Komplimente gemacht. Meine Fresse, läd mir mal auf. Sag mal, wie viel Geld haben wir denn heute verdient, sag mal? Ich habe jetzt insgesamt 962 Dollar. Ich habe, warte mal, ich guck mal, bock mal ne, ich habe 1191 Dollar. Was? Warte mal, wo ist denn das denn der? Ich habe keine Ahnung, das haben die mir die ganze Zeit zugesteckt, ne? Scheiße, what the fuck. Wir lassen mal eine geilere Bude, ey. Nee, wir bleiben da wohnen erst mal und dann sammeln wir Geld. Ja. Ja, warum die Scheiß, Pissama? Guck mal hier, was ist das denn hier rechts? Watt denn? Der Backplatz. Backplatz. Der LKW meine ich ja. Guck mal, der LKW. Cola LKW. Wo der, ich sehe nichts. Rechts von uns zu, Titchkop. Ähm. Ah ja, steht da. Ja, ja, genau, der meinst du, ja, ja. Ja. Ja, da. Ja, den mein ich hier. Ja, sind die da, ist das, äh, da. Das war ein schnelles Jahr. Oh, ich kann ja hier parken, ne? Ja. Ja. Warte mal, ich finde, dann weiß ich. Ja, drei Monate genau hier gestartet haben. Heide ich ab. Na, wie geht es? Gut, ja, ganz gut. Ja, vor Weihnachten. Du weißt da, komm mal her, ne? Ich muss pinkeln. Ja, dann macht er ruhig ins Gebüsch, ne? Ja, mach ich das, ja. Mhm. Genau. So, wie geht es Ihnen denn heute? Ich bin schon wieder mit der Bullerei, meine Güte. Mein Gott, die geben mir so oft den Sack einfach. Ja, die geben mir so oft den Sack einfach. Das ist doch nicht wahr. Ja, geht ganz gut, ne? Ähm, äh, ja. Müsst du mal, glaube ich, umpacken. Warte, ich brauche ein paar Stunden. Okay. Äh. Äh. Ne, die hat eine dicke Jacke an, das sieht nur so aus. Hm? Müsst du auch nicht los, ey? Ja, hier leider nicht so, so wichtig. Ja, es ist ziemlich schön. Boah, ist das rutschig. Ja. Hm? Ja. Boah. Wacke mal hier, hm? So. Ja. Ja. Hm? Ja. 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 Ach, da. Sag mal, Kollegen. Schössens. Wie geht's? Mit was bist du denn unterwegs? Da war das Tate von nachher ein Junge hier, ne? Ich sag doch, das ist der Mann, mit dem ich halt unterwegs war. Hast du dich in denen verliebt? Na, das ist wie Familie halt, wie bei euch zwei. Meine Schwester habe ich gerade im Unicorn verkauft, macht ihr das auch immer? Ich habe 900 Dollar verdient. Und ich habe 1100 Dollar verdient, weil wir haben eine Private Dance gemacht. Ja. Und alle haben gesagt, das wäre eklig, aber tatsächlich haben sich alle immer mehr drum herum gestellt und da sind die Tuffis geflogen, ne, Schwester? Sag mal, wie hieß das denn, der komische Raum da? Private? Äh, äh, Priva-Private. Ja, jedenfalls so ein scheiß französischer komischer Name da. Äh, scheiß französisch. Doch, Schwester, was ist das mit der Mo- Was war das jetzt, was du vermisst? Und was geht's denn hier? Wieso treffen wir uns hier? Ich vermisse meine Harley. Achso, Noel. Ich will meinen Schlüssel und meine Harley wieder haben. Weil den habe ich doch natürlich hier. Ich dachte, meine Schwester abziehst, mein Freundchen. Wie soll ich denn abziehen? Was würde da nicht mehr... Dann, äh... Beruhig dich. Gib mir mein Schlüssel. Nee, da ist nur mein Rücken. Nein, da ist noch eine kleine Hand. Bitte mein Schlüssel, Junge. Bitte mein Schlüssel, Junge. Hallo, da ist eine kleine Hand. Das ist die Schule, schön. Ja, um mir den Rücken zu kratzen, was denken Sie dann? Warten wir mal. Ah, warte mal hier, Collins, ganz mal unten kratzen, ganz unten, bitte. Gib mir mein Schlüssel wieder. Ja, geh mal her. War essig, ne? Ich hab die ganze Zeit schon einen Quersitzen heute. Geht, oder? So, passt jetzt, ne? Also... Was? Komm, da... Scheiß, das wollen wir sein. Oh, shit. Besser machst du den Tomaten. David, hast du den Schlüssel abgegeben? Oh mein Gott, das ist ja mal ein Suppen-Louis mit Beefy, ich sag's euch. Da können Sie mir mal ganz kurz... Wem gehört das Auto hier? Die haben sich mal eingebissen. Mein Kumpel. Können Sie mir mal ganz kurz den Schlüssel ein? Nee, das war nicht cool. Weil ich muss... Nee, Moment, ganz ruhig. Ich muss mal pissen. Wir müssen nur jemanden abholen. Und wir brauchen eine 4. Das ist ein Suppen-Louis mit Beefy. Ich muss mal jetzt kurz die Tür... Sekunde... Ich muss mal jetzt kurz die Tür... Sekunde... Sekunde... Äh... Rosen... Nö... Boah... Scheiße... Ich glaub, wenn man sich mit den Leuten versteht, dann... es sind auf jeden fall nötig ich nehme ein Schwester, hör mir zu, wir machen jetzt auf bedürftig und das sind unsere Sozialarbeiterinnen. Ja, los geht's, komm. Meine Güte, er war ein Sturzparisade. Geld drin weg, komm. Wieso läuft das? Was macht ihr? Au, au, au. Au, 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 Junge. Könnte weiter, der kann ich mal nennen. Aber die zwei kriegen immer wieder hin. Was machst du denn? Was hast du denn jetzt vor? Geht's euch gut? Nein. Ich wurde heute genäht. Ey Junge. Was ist dahinter genommen? Wieso, was macht ihr denn jetzt? Weil wir, ihr macht, du und dein Bruder macht oft bedürftig und wir sind euren Bewährungshalter oder irgendwie sowas. Sag mal, darf ich mal vielleicht auch mal vorher Bescheid wissen? Ihr Kacker. Ey, nenn uns nicht so, okay. Was denn jetzt? Komm, wir gehen mal hin. Was denn? Muss gleich noch jemand treffen. Oh, ich... Auf den sind Kops, ich weiß noch, ob du den so schaust. Doch, das geht schon. Okay, nein. Ja, doch. Noch ein bisschen, dann habt ihr den. Komm schon. Komm so, Ma'am. Oh Gott, ich wünschte ich heute warmes Essen. Hallo. 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 Hi. So, wen haben wir denn hier? Mein Name ist der BD63, Skinner. Und sie sich. Ja. Mein Name ist Roberto. Ich kann nicht, ihr muss lachen. Ja, mit Nachnamen Blanko-Check. Blanko-Check. Wow. Ich komme aus Polen. Polen ist bekannt für Blankos. Und das ist meine Schwester, hm? Ja. Sibylle Blanko-Check. Ja, genau. Howdy. Ja, hören Sie, wir beide leben auf der Straße. Wir leben beide auf der Straße. Hätten sie vielleicht ein paar Dollar für uns und könnten sie uns hier in den Fallen tun. Meine Schwester, die würde gerne Mr. Anderson treffen. Ja, bitte. Ja, meine Schwester hätte noch eine Überraschung für ihn. Könnten sie den herbestellen? Aber sagen sie nicht, warum. Sagen sie einfach, hier ist ein Einsatz. Hier ist eine Überraschung. Ist eine Überraschung. Ist eine Überraschung, wenn es eine Prise. Ja. Mr. Anderson, also. Mr. Anderson, ja. Ich habe zwar kein Bargeld dabei, aber ich kann den Blank sponsern. Mögen Sie das? Ja, sicher. Ich nehme alle, was umsonst ist, ne? Ich schluck davon dünn Schüsse. Also, ich schluck wie das, was umsonst ist. Und dass du doch auch so schluckst. Nein. Okay. Aha. Sag, wie sieht Skinner denn jetzt aus? Das ist ja... Das sollte der immer tragen. Was ist das denn? Danke, Skinner. Ja, ich lege noch ein Club-Sandwich obendrauf. Wie heißt du denn? Ui. Boah, die steigt mir richtig zur Kopf. Die steigt dir aber richtig zur Kopf immer. Miller, ha? Miller-Milch? Gut, haben sie denn in der Kunst? Nee, einfach nur Miller. Oh, lecker Sandwich. Alter, wollen wir, wollen wir die Schwester hier, äh... Meine Schwester möchte gerne eine Umarmen haben. Bitte eine Sekunde. Ja, Skinner-Kobo ist eine Umarmen. Oh Gott, was ist, was ist los? So, ey, ich lasse es. Ui. 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 Glaser-Kausch, sch שה Sesetrauch, Schwester Laser-Kausch. Oh, mein Gott, das ist in Zunglui, sagst du? Ja, schaulft dir, komm raus damit. das entwässert mal so ein bisschen und das war was läuft doch noch alles so heiligen respekt das kriegen manche morgen nicht besser hin wir kommen aus den landen beleidigt werden sie jetzt der ender sein anrufen wenn sie jetzt ein ender sein anrufen ja wir gucken jetzt erst mal mein freund ja wir verabschieden uns in der stelle tatsächlich ja wir leben ja okay dann werde ich auf jeden fall die nachricht weitergeben ja danke naja wo kann sie mal die driften hier lang wie dumm der ist der so blöd dafür ja ich würde mal los haben der immer so langsam naja weil denen redet auch immer richtig viel polizisten mützen auf mit denen sie nicht gucken können du scheinst aber ziemlich traurig zu sein collins wie heißt denn du mit vornamen isabel isabel ja mein name ist ob drei buchstaben er ob das eine abkürzung reinigung so war das ist aber schon gesagt meine güte okay und wofür steht isabel ist dann auch eine abkürzung die isabel ist für isabel tatsächlich naja hey danke für den schlüssel hast du mir doch bei pissen gegeben oder was bei was beim pissen naja ich hab dich denn doch vorhin gedrückt was macht er denn da drüben dieser ditchkotter dankeschön ja kein problem da ist aber wann heiraten wir beide denn mal ich hab noch keinen antrag gehört ja warte oh mein gott bitte ach du scheiße ist es nicht so gut sekunde lass mich mal kurz hm hm liebe isabel isabel collins ich der rob äh wie heißt ich mein benachnamen äh pinkers du idiot pinkers will ich hier an der stelle im stadtpark fragen ob du zu meiner göttin gattin werden willst ich habe mich innerhalb der letzten fünf minuten so tief in deine augen verliebt dass ich das gefühl hatte ich habe das universum gesehen und nochmal zurück das war wieder vom interstellar ich habe auch gesehen dass matthew mekanemeyi in deinem auge saß mekanemeyi in deinem auge saß in deinem auge saß und ihr weint hat in dieser dramatischen szene hm hm isabel und jetzt frage ich dich hier und heute im namen der fincas ob du ein teil der familie fincas werden wolltest und meine gaule ich werde doch kein skinner erpne ich musste jetzt grad schon einfach so lachen ey ich wollte ihn halt auch beleidigen und alles das ging einfach nicht weil ich unter den bedingungen ja komm nicht hast du das gehört schwester wat wir können das testament äh die ist kopp das heißt wir verdienen Geld wenn die krepiert ich bin ich bin oder hier du今日 du kannst du woher nicht schon hochzeit ich bin verliebt warte machte mich Da? Hast du gehört? David? Was? Muss jemand für mich abholen? Beim Auskriegen? Der hört mich gar nicht! Nimm mich ernst! Du fetter Knobel, warte doch! Du bist silberfett! Au! Au! Aber Junge, wir machen es genauso wie früher! Wir machen es genauso wie früher! Ja, das ist wirklich wie früher, du Heusauce! So, jetzt beruhig dich mal hier! Wir machen das nicht immer so wie du willst, verdammte Scheiße! Aber warte, wir müssen jemanden abholen! Wen denn? Die von der PD hier, die komische Kante mit den blonden Haaren! Ja, 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 ja! Weil die wollte uns die Stadt zeigen mit dem Bus, hat die gesagt! Mit dem Bus, ja, das finde ich eine geile Idee! Da ist einer! Warte mal! Stopp! Warte! Ähm, wo fahren sie denn hin? Ich bin leider eine Valenciperin! Halten sie beide mal Alice P.D. noch? Ja, ja! Ähm, Jahrling, sass am Ende da runter! Let's go! Ungefähr 25 Minuten! 25 Minuten hier, die Fahrt! Ja, können sagen, was ich würde den Norden angucken! Ja, gut, dann fahre ich mal da mit, ne? Wo kommen sie rein? Rein da? Steine Schwester! Ja! Sag ein, Darling! Ah? Die Darling! Schönen guten Abend! Ja, alle schön, Darling! Ne, meine Verlobte nenne ich Darling! Das ist nämlich die Isabel Finckers! Mich nennt da auch manchmal so! Hi! Unser von mir wird immer größer! Kann ich Dave jetzt adaptieren? Der hat mir nämlich das Ding wiedergegeben! Wo steht das übrigens? Äh, bei mich zu Hause! Wo wohnst du? Krassenburg! Wo ist das? Äh, kann ich nicht später zeigen, das ist einfach so! Kann mich mit der Is Society ja nicht aus! Weiter sagst du was? Aha! Hatten sie denn einen schönen Tag bisher? Ja! Meine Schwester hat ziemlich viel durchfaut! Er hat mich im Unicorn verkauft! Ja! Okay! Er hat getanzt wie ein dickes Brathähnchen an der Stange, ne? Ich hab 900 Dollar verdient! W-w-w-was? Ja! Da war ich auch ein bisschen der Wachasch! Was ist das denn jetzt für ne Announcement? Nächster Halt! Holter! Ey, warte mal hier! Stopp! Nö! Warte! Warte! Das war ein Bruder von mir, das war der Gustav, der da gerade mit dem Pfarrer lang fuhr! Der hätt ich gar mitgenommen! Äh! Tja, geh leider nicht! Aha! Der Bruder ist einfach so... Ich geh zum... Holter! Holter! Ich werd einfach oben anhalten! Das geht nicht! Ist das so? Ja! Hm? Die haben keine Klamotten in meiner Größe, die Schweine! Geht mir immer noch so auf den Sack! Was ist die nächste Haltestelle? Ist das denn das dann Harmony West? Was ist das? Ah ja! Ich erinnere mich! Hmhm! Ist der Haltestelle? Harmony West! Da Isabel, wie wünschst du dir denn die Hochzeit? Also wir können die gerne im Unicorn machen! Können wir machen! Oder hast du da ne spezieller Wunsch? Ich hätt eigentlich gerne in der Kirche geheiratet! Na, warum machen? Ist die auf? Die Kirche ist immer auf! 100 pro! Ja, dann guck mal! Und wann da jemanden erreicht, einen Pfarrer oder so, dann machen wir das einfach! Warte, ich ruf mal an! In Morningwood gibt's ne Kirche! Morningwood hab ich morgens immer! Ja, ja! Ja! Sehr gut! Kirche und Morningwood ist ja auch nicht so abwegig, ne? Mhm! Du hast... Wann war das? Ruhig! Boah! Dave, muss das denn sein? Warte mal eben! Warte mal eben! Den hab ich weggerochen! Den hab ich weggerochen! Der kommt doch jetzt hinten wieder raus! Ich hab das weiße! Dave! Boah! Ich werde nicht! Lass uns sein jetzt! Der Juni behemmt! Wer ist das denn der Fußfahrer, der hier rülpst oder was? Sorry! Nee, eigentlich nicht! Na, gut! Sorry! Das war ein kleiner! Wir fahren jetzt ein bisschen schneller! Sorry! Na gut, dann verteilt er sich gut! Ich weiß, wo ich heiraten will! Boah, Alter! Wo denn? Beim Alarmussee! Dann fahren wir da hin jetzt, ne? Oh, das ist ne schön, das ist schön! Wir brauchen jemanden, der trauen kann! Ja, der Busfahrer! Das kriegen Sie hin, Sir! Wie heißen Sie denn, Busfahrer? Heißt Hilo! 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 Mischke! Nee, da können wir machen! Ja! Arg! Ah ja! Nach Harmony West fahren wir jetzt also! Wollen Sie mal die nächste Ansage machen? Ja! Machen Sie das Soundkulisse hier an, da! Nächste Haltestalle! Der liebes Bahnhof von Isabel und Rob Finkers! Kass! Harmony! Wow! Wow! War das romantisch, ne? Scheiße! Romantisch! Harmony West! Ach Scheiße! Machen wir nochmal neu hier! 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 Machen wir nochmal neu! Meine Damen und Herren, hier spricht der Busfahrer! Nächste Haltesteller! Harmony West! Umsteigermöglichkeit! Richtung... Ne, umsteigermöglichkeit! Hauptbahnhof! Was? Umsteigermöglichkeit! Richtung Zurück! Richtung Zurück! Ähm... Erst wieder mit Spoochipidi! Nee! Nicht kurzen Rosen! Entschuldigung! Entschuldigung! Ach, bitte nicht im Buskorb! Ach, bitte nicht im Buskorb! Ach, klar! Ich schluck's wieder runter! Wo wohnst du denn aktuell, mein Darling? Sag mal! In, äh, Downtown, aber ich würde nach Rancho ziehen für dich! Echt jetzt? Ja, klar! Fester, wir müssen dir gleich die Wohnung zeigen! Wir haben so eine schöne Wohnung, das ist so! Ist echt so! Ist ein Upgrade zu dem, wo ich jetzt wohne! Dave weiß, wo ich wohne! Hast du meinen Zettel gelesen, Rosen, den ich dich hinterlassen habe? Ne, wo war der denn? War ja auf diesem Tisch draußen in deiner Wohnung! Was stand da drauf? Da hab ich dich mehr erinnern! War das gut oder schlecht? Bestimmt gut! Bestimmt! Bestimmt! Hallo! Oh, klar! Bleibt doch was im Bus passiert, im Bus, oder? Hm... Ach, Glück gehabt! Uuuuh! Dave! Prosen! Äh, Harry plus zwei übrigens! Ähm, Harmony West! Wie, wer schmal? War das die nächste, alter Schammer? Er hat schon wieder grübst! Harmony 8! War ja selber grübst! War ja selber grübst! Uuuuh! Wer sagt denn jetzt schon wieder? Uuuuh! Bleiben sie mal stehen! Bleiben sie mal stehen! Bleiben sie mal stehen! Hallo, ich muss pinkeln! Warte! Uuuuh! Uuuuh! Meine Fresse, Alter! Uuuuh, Rosen, ey! Ich mach mit, Hilo! Uuuuh! 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 Ich geh auch mal pinkeln hier! Uuuuh! Na, machen wir mal! Hab hier ne Jacke an! Uuuuh! Oh mein Gott! Das ist romantisch hier! Echt teuer! Mh! Rosen willst du mal ein Schlitten sein? Ja! Ey, Junge, das ist so, als würde ich jetzt gerade ins Totenreich gehen! Ich sag dir, das ist so wunderschön hier! Warum ist das hier so schön? Denn das ist schön! Wir sollten uns vielleicht einfach mal hinlegen! Na, bin ich aber dabei! Mein Gott, ist das romantisch! Ja! Das ist... Cool! Schön! Oh! Das geht nicht! Mein... Ja, mein Bruder ist noch piffen! Äh, bissen! Ist noch jemand auf Toilette? Bitte eine Sekunde warten! Oh mein Gott! Was ist das hier einfach? Was ist das? Was ist denn dumm? Was denn? Mein Bruder ist noch auf Toilette! Bitte eine Sekunde warten! Oh, wir haben einen Fahrplan! Wir müssen beeilen, bitte! Ja, der ist auf Toilette! Es kam plötzlich! Da kann er nix für! So, kurz jetzt! Ich halte jetzt diesen Bus hier auf! Machst du gut! Oh mein Gott! Tut mir Gefallen und fahren sie nicht los, bitte! Der kommt sofort wieder! Ah, alles gut! Ja! Du bist noch stark! Wow! Sag mal, beeindruckt dich das du da war! Ja! Es war ja ein bisschen... Ja, ist das so! Oh ja, klar! Wenn mal jetzt, wo ich mich dich so richtig angucken, hör mal! Oh ja! Mein Gott, mit der Bluchtzeit! Du erinnerst mich an meinen verstorbenen Ehemann! muss man kurz auf die wange geben und dann kommt sowas an einem abend wir beide das ist so scheiße romantisch ich flippe aus waren in richtigen familiengründung ja wir machen den winkels clown warum soll er nicht auf die kalt ist ach in denien ist mir nicht kalt rosen So einen warmen Aura aus. Ich glaub der ist vom Scheißen wieder da. Wo? Das ist so neu. Nein, da. Weiter geht's. Wieso bin ich für Arian und Skinner nie in solche Orte? Oh, guck, ist das schön. Was macht der denn da? Boah, wer möchte die nächste Ansage machen? Was ist denn die nächste Halte? Harmony Ost. Ist das schön. Boah, guck mal. Wer möchte die Ansage machen? Ja Schwester, mach mal die Ansage Harmony Ost jetzt. Mit dem Charakter und den dazugehörigen RP-Kids sind im Moment alles unglaublich. Was? Warte mal, Kowalski ist das? Ne, aber ist das Kowalski, Kowalski, die wir ne ganze Zeit raiden wollen? Wo wir immer auf unsere Chance warten? Zorell, dankeschön. Ich glaub, hier ist Wasser. Oh, wir wollte die ganze Zeit raiden, aber es kommt nie dazu, weil ich dann doch wieder zu lange streamen. Oh. Was? Oh. Warte doch weiter! Kurz mit dem Gesicht aufs Knie geniegt, ey. Was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da ist sie noch. Was denn? Oh, ja. Die hat kurz mit der Stirn die Knie geküsst. Die hat kurz mit der Stirn die Knie geküsst. Wann ist dann der nächste Haltestelle? Yellow Chicken. Dann ist der Testriecher, weil meine Wände schon wieder voll ist. Was? Ja, da war ich die Haltestelle am Sager. Oh, ne. Nächste Haltestelle. Dreck und weg, ne? Bleh. Ich glaub, da müssen wir auch aufsteigen, ne? Na ja, kommen wir nicht an der Hallermaussee, oder? Ich finde das so... Der Schnee ist so schön. Der ist einfach so schön. Ich finde das so toll. Ja. Ist ja der noch grad schön gelb geworden. Was? Was? Was denken Sie, wie ich pisse? Ich piss natürlich nur in nem Busch. Meine Güte, ich hab Anstand. Ich hab die Windel wieder angezogen. Hab hier keine frische Ball. Nächste Halt, Sandy Shores, er fehlt. Nächste Halt, Sandy Shores, er fehlt. Nächste Halt. Echt gut gemacht. Dankeschön, Dave. Sehr schön, genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf deiner rechten, linken Seite sehen Sie, bleibe jetzt. Auf der rechten Seite ist gar nichts, du Affe. Noch ein Trailer. Also. Von einem LKW. Wunderbar. Ja. Ja, Deja Vue. Oh mein Gott. Auf den Schnee. Geil. Was? Was ist mit der Busfahrer los? Der dritt am Rad, glaube ich. Und ist auf Drogen oder so. Was hat denn hier das Spiel? Ja, ja. Nächste Halt. Hier ist ein Alarmusen. Ja, wir brauchen jemanden, der die beiden traut. Ja, ich hab schon jemanden. Ah, ja. In wen denn? In so ne Tante vom Alice PD. Wen denn? Maschine heißt die. Ui. Maschine. Okay. Dann mal raus hier, ne? Hallo. Hallo. Der Bus, der hat Endstation hier. Sie müssen auf den nächsten fahren. Hallo. Okay. Ja, der kommt in ner halben Stunde, ja? Genau. Sie können fahren, Busfahrer. Die Frage ist, wollen Sie von hier wieder weg? Ja. Ja? Ja, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen hier, ne? Was hältst du denn mit dir? Ja, wir kommen schon klar. Stimmt. Ich geh mal kurz was zu fressen holen. Entschuldigung. Bring mir hin. Danke Ihnen. Ich begleiten dich. Dankeschön, Dave. Du kommst dann nicht mal in den Regal an, ne? Ja, wir haben für Sie. Ja, machen Sie das gut, ne? Ich bin halt verletzt, ne? Mhm. Ach, was ist denn passiert? Ich fühl mich heute, als ich bin heute Morgen aufgestanden, hatte Lust, irgendwie die Welt brennen zu lassen. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe tatsächlich mir die Achsel erstmal rasiert. Was? Heute ist Feiertag, Schwester. Junge. Nur ein paar Bohnen. Mal zu saufen. Mein Gott, Junge. Ich bin direkt in den Dunstnäbel gelaufen, ey. Boah, ich alle, Junge. Das ist ja Bifiloie extrem. Meine Güte. Oh mein Gott. Oh lecker. Und dann nehme ich mal eine Dose mit, und ein Geschenk für mein Hochzeitsbaby, für mein Schneckchen. Das ist ein Einmocks. Ich sag dir, was hast du denn da stehenlassen? Oh na. Ja, muss ich verarschen, ob ich ihn hier trinke. Geschenk für meine Verlobte kaufen. Haben die hier Schwaddemagen? Boah, guck mal hier, Schwester, komm mal hier an den Kühli hier. Boah, sorry. Ich geb mir hier mal die Milch hier ein. Was ist das denn, ne? Warte mal. Geh mal weg da. Danke, David. Dave heißt er. Genau, Dave. Dave, bleib mal so stehen. Okay. Noch am Telefonieren, hm? Oh, du bist doch schön warm. Ich will noch ein bisschen schmutzig. Aber du bist doch schön warm, hm? Ach, du bist doch mein Sohn. Mein Sohn Fink vermisst sich so sehr. Ja, wir vermisst ja nicht den Bengel. Ja. Boah, du bist doch recht schwer. Ja, tut mir leid. Komm, halten. Ui, ui, ui. Boah, du Scheiße. So weit, ich sitze mit heiraten. Ja, wir warten ganz kurz auf jemanden, der uns da traut. Wie lange dauert die Scheiße? Weiß ich nicht. Hier kannst du mal rüberkommen. Kannst du dich auch mal bei der Isabel abstützen. Oder wie, ich kann nicht mehr meine Schulter. Nö. Hm? Viel Spaß, Isabel. Isabel, die ist stark. Das ist ein schönes Familienfoto. Mach mal ne Foto. Wachen bitte ich? 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 Verschall ich mal daneben. Ui, ui, ui. So. Hm? Mach ne tolle... Ja, warte, ich mach auch Umarmung. Wir umarmen alle die Isabel. Dauert kurz ne Sekunde. Oh, die Frau riecht so gut. Die riecht so nach Moschus. Komm bei mich bei, Rob. Na, warte mal. Ach, wie schön. Hosen mit den Sneakers. Alter, ich bau mit Ariane ne andere Frisur. Jeder hat die Frisur, da hat jeder und die Farbe. Oh, den kann man einräumen. Ach, ist das Honey jetzt? Pfff. 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 Boah, ist das schön. Pfff. Boah, dann ist doch richtig so... Mädchen wird jetzt so eine Hübsche. Weiß ihr das eigentlich? Oder? Hast du Wunder gemacht? Danke, Schwägerin. Hm? Schön, schön, schön. So, nur das Beste für meinen Bruder hier. Hm? Was ist denn jetzt? Also, da drüben die zwei Hübschen. Kommen sie mal her, hm? Das ist die Maschine. Das sieht ja aus wie ne Makrillnose. Wer ist dann die andere hier? Das ist mein Google. Ja, wir sind Zwillinge. Zeig mal. Wir sind Honey und Nanny. Achtung, meine Güte. Ich hab das Gefühl, die ganze Stadt hat diese Frisur. Ja. Ja. So, wir machen jetzt Wolken, ne? Ich kann da noch so ein Zicken, den hat auch so. Also, sie arbeiteten ja bei der Bundespolizei. Richtig. Richtig. Die mach ich fertig. Ja, ich bin der Praktikantin. So, können sie die Isabelle und mich trauen? Haben sie ne Boot oder so? Weil Isabelle hat ja gesagt, bei deinem Heidach. Das ist das Nächste, was man haben kann. Ariane und Rose. Ich kann nicht mehr Boot fahren. Steht euch einfach vor, das ist Ariane. Aber können sie wenigstens Frau vor sprechen? Wir sind ja die Familie beisammen. Was sollten wir denn hinkriegen, wenn Isabelle Collins zu Isabelle Finkers werden möchte? Das hört sich einfach viel geiler an, ne? Das ist mein größter Traum. Easy, das willst du doch, ne? Ja. Aber denk dran, wir haben dann auch alles von dir, ne? Isabelle, wenn du das nicht möchtest, dann huste einfach mal. Doch, doch. Den will, den will. Ich hab hier auch ein bisschen verguckt. Ah. Ariane bei Rose. Ariane hätte Helferkomplex, wie immer. Das ist so ein bisschen innig. Die würde erstmal super irritiert sein. Ich seh mich schon, dass das ja innig ist. Wie bei Barbara so, Barbara! Wir nennen uns auch nur noch immer Rob, ist ja mein Spitzname. Von Rob abgeleitet. Und wird den Helferkomplex haben und wird versuchen, Rose auf den richtigen Weg zu bringen. Und Isabelle nenne ich sie noch Easy, ne? Witzname, ne? Auch Flinkertiger genannt. Ja, passt ja. Easy ist ja auch ein Auto, ne? Und wenn wir uns shippen, wie die halt im Internet machen, dann heißen wir Rollins, ne? Rollins. 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 Rollins in the deep. Oh, das kann Kate singen, oder? Ja. Kannst du doch? Ist das ein Hochzeitsgeschenk? Sag mal, wer sind die jetzt hier von der Polizei? Ja, die zwei hübschen vor uns hier. Ich bin die Praktikantin. Die mit dem... Ich bin Praktikantin bei der Polizei. Ich auch. Okay, wer von ihm kennt ein... Sekunde, ich muss heute echt was erledigen. Wer von euch kennt ein Enzo? Ich muss nämlich mit den Schluss machen und traume ihn. Ich kann ihm das jemanden vielleicht übermitteln. Ja, ist kein Problem. Ich probier mal, hab ich den jetzt erreicht. Rufen Sie mal anzurufen. Der soll mal herkommen, ist wichtig. Sag doch mal. Nein, ich kann das nicht. Ich mach das, Schwester. Ich kann nicht. Ich werf einfach eine Titte von dir auf den drauf. Nein, da wird der wieder geil auf mich. Ich möchte, dass es ihm gut geht als Zucker. Das ist wie bei der... Wo du damals bei der Supertalent warst. Dass du doch auch mit deinen Titis immer die Dose zerbrümmert. Weißt du nicht mehr? Ja, kann ich auch immer. Das ist so richtig. Ja, da haben wir eine Million Dollar. Kannst du mir eine neue Nummer von St. Clair raussuchen? Da haben wir eine Million Dollar gewonnen. Aber meine Schwester hat das investiert in... Äh, Valkart hieß das glaube ich irgendwie. Valkart. Das soll schon eine sichere System gewesen sein. War eine gute Idee, ne? Ja. Sehr gut, ne? Enzo. Genau. Genau, eben zur letzten Kopf. Ah. Ah. Nö. Hm. Dein historisches Ereignis heute hier, ne? Ja. In Stimmbwell. Oh, 8-8. Hm. Ist aber... Du musst ja eine Trimme trinken, hm? Danke dir. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hab extra eine Hochzeit geschenkt für dich. Aber wir haben jetzt kein Kleid für sie. Okay, warte mal. Gibt's ein Kleidungsgeschäft irgendwo? Ich brauche kein Kleid. Wir machen das nackt. Wenn ich mich aussiehe, kann ich mich da vorstellen. Boah, sagen sie aber rechtzeitig bescheid, ich will mich umdrehen. Ui. Eine weiße Jacke wär gut. Ja, eine weiße Jacke wenigstens. Hm? Dave! Was denn? Weißt du, wo hier im Bekleidungsgeschäft ist? Hm? Ich hab'n Zähne Schuss. Ja. Boah, Milch. Ich weiß es nicht. Es ist nicht mehr wach. Es ist nicht mehr wach. Leckermilch. Scheiße. Du kippst dir aber auch direkt alles weg. Leckermilch. Ja, dann lass ich mich meine Dosen buchen hier, ne? Hm, leckermilch. Dann ist die Hunde von der Knochen. Einfach reingönnen, ne? Ah, wenn das der Unge sieht. So. Wer? Milch nicht gift oder so? Der Lunge. Ich hab' keine Lungen mehr, die hab' ich gespendet. Lecker, ne? Ah. So. Was machen wir denn jetzt? Ja, heiraten, dachte ich. Also ihr. Ja, dann gehen wir mal zum Allermusik, ne? Ey, warum packt ihr ne weiße Jacke? Ich find' das ganz furchtbar. Ja, warte, ich bin auf jeden Fall, biebelt hier ne Klamottenladen. Oh, das weiß ich nicht. Kön' mich hier nicht aus. Wir können nicht immer anrufen. Wir müssen an der Isabelle auch noch schön einkleiden mit dem Kleidchen. Ich könnte Mike anrufen. Ne, warte mal. Ja, ruf mal Mike an. Wer ist Mike? Wer ist Mike? Ja, die mit den, mit den komischen... Du hast Michael ne Telefone weiße... Ja, hier diese Mike-Habs. Die haben gesagt, ich soll Mike anrufen und der wird von euch stehen. Warte mal, ich ruf da mal an. Du hast recht. Ich ruf mal hier der Michael an hier. Was ist auch die Nummer von denen oder was? Ja, ja, sicher. Ja, mach mal. Da will so ne weiße Frauenjacke mitbringen. Ah, klingelt. Mhm. Ganz ziemlich, geht da da dran, da geht nicht dran am Telefon. Für 22 oder? Das ist ja wunderbar. Ja, wen kann ich dir noch anrufen? Mhm. Mhm. Wo war denn der Nono an? Nono? Ja. Ist das der Staubsauer? Ja. Staubsauer. Ja. Auch nie ran, ne? Schau mal, die frag ich einfach. Ja. Ja, frag die mal. Sagen wir mal kurz, ob die ein Kleid hat, die alte. Ähm, Entschuldigung junge Dame, ich möchte nicht... Nee, hab ich nicht. Ich klinge aber traurig. Ist das alles in Ordnung? Scheiße. Mann ey. Ja, dann komm mal. Ist alles in Ordnung? Ach so, sind sie immer traurig? Wollen sie eine Dose Bohnen haben? Warum klingeln sie dann so gemein, hm? Hä, klingt doch gar nicht gemein, klingt doch verliebt. Ja, ja, was ist mit der? Traurig vielleicht, wegen Weihnachten allein oder so. Haben sie liebens Kummer. Haben sie liebens Kummer. Nee, hab ich nicht. Haben sie liebens Kummer. Ja, ich hab liebens Kummer. Würden sie mir helfen? Unangenehm, ich geh mal. Anscheinend ist das Gespräch sehr wichtig. Und wir sind nicht so wichtig. Ich hab einen Stock im Arsch geholt. Die war aber wirklich... Das war aber eine Furztrockene, ne? War das im Verein, ne? Das ist so eine, wie wenn der Furzt und da kommt nur Luft raus, ne? Ja. Dann büttet sie sich noch was drauf rein. Wollen wir... Wollen wir dann jetzt... Also wir haben ja leider kein Kleid. Wollen wir dann jetzt um die Ecke zum Allermose gehen? Ja, ist okay. Wir können Isabelle auch mit Schnee bedecken. Ja, dann hat sie auch was weißes an. Ja, dann hat sie auch was weißes an. Ja, gut. Dann machen wir uns raus. Ich wollte gerade dann, ich kann ein paar Schneebälle aufheben. Dann machen wir uns auf den Weg. Komm, wir machen jetzt schon lange. Ist ihr nicht frisch? Okay, bisschen? Ich hab ne Jacke an. Ah, ja, ja klar. Wollste gleich. Ist doch wohl schon stark gebiss? Oh, wirklich geil. Warum dauern die? Ich hab das gelogen. So. Geht das mit dem Rücken? Ja klar, gehen wir los, ne? Ach du Scheiße. Ab geht's, Freunde. Wollte denn jetzt sind wir so. Wir beginnen zu heiraten. Mann. Ich bin ganz sehr nervös, ne? Ich bin ganz schön langsam auf die Beine. Ja. Ich bin ganz nervös, ja Schwester. Da wurde es eingeschossen. Oh, Junge, Junge, hör mal zu. Mhm. Mhm. Dann ist die schönste, die du jemals hättest. Mhm. Lass es dir nicht hingehen. Versau es nicht, ja? Das hast du was, ne? Ja. Ich brauche ein bisschen welchen Auto, glaube ich. Ja, das machen wir, ne? Wie auch immer. Ich brauche gleich unbedingt ein Auto. Das ist ja ein Traum. Das ist ja romantisch hier, ne? Ja. Oder? Ist noch hier mit dem Ding? Watt denn, was ist denn los? Es ist kriminelle Aktivität hier um uns herum. Es kann nichts passieren, wenn du mit der Bullerei unterwegs bist. Watt denn, was ist denn los hier mit euch? Cool, alles schön. Watt denn? Natürlich auch nichts. Habt ihr Angst, oder was? Was ist denn los hier? Was ist denn los hier mit? Ja, wir sind halt nur Praktikanten, ne? Was ist denn das hier für ne Stimmung, Mann? Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn euch mal was tut, dann werfe ich mich einfach auf die drauf, ne? Meine Schwester auch. Das ist ja... Arschbomben, oh mein Gott. Das ist der Bodycatcher, nennen wir das. Das können wir mal mein Jockloch von innen sehen. Meine Schwester und ich, wir waren mal in Mexiko. Und da waren wir ja professionelle Wrestlerinnen. Echt? Könnt ihr uns das mal vormachen? Meine Spitzname war der Flotte. Wester, wie hieß du nochmal? Bishops, ne? Ey, ich bin voll Fan von dem Laden, mein Gott. Ja, ich merk dat. Collins, streck dich mal. Ja, Schwägerin, okay. Ja, mach mal Isabel. Danke, Isi, ja. Seid alle so unhöflich, dat kann man ja wohl mal jemanden drauf hinweisen. Na klar, ne? Dat gehört so. Brrrr. Ja. Der Weg wird ziemlich lang sein zu diesem Weg, zu dieser Rede. Dieser Weg wird kein leichter sein. Der wird steilig und schwer, ich sag's euch. Dieser Weg ist fett und ekelig. Schöss. Der ist wunderschön, der Weg. Oder das ist der Jakobsweg, ja? Der Jakobsweg. Bist du dir schon mal gelaufen? Von den Muscheln? Ich bin den Jakobsweg schon mit meiner Schwester gelaufen. Echt? Wie lange hast du dir gebraucht? 14 Tage. Komisch, dass ich immer dabei bin, ne? Wir machen ziemlich viel zusammen. Ja. Hör mir zu, du machst das falsch. Okay. Hm, okay. Wap, 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 wap. Kennst du dat? Ey, ich hab ne richtig schlimme Ohr. Wormwürzel, dat mal. Ich hab ne richtig schlimme Ohr. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Ne, Scheiße. Ja, gut. Passt doch. Sagst du was? Mh. Puh, puh. Könnt se dat? Ey, Rob. Mh. 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 Der ist aber noch zwischen den Arschbocken. Da fängt es an zu laufen und langsam löst er sich so raus. Immer so platt, platt, platt. Ja, ja, ja. Man klingt wie so ein V8-Motor, ne? Ja, genau. Ich weiß, was du meinst, ja? Ich würde es nicht hinter mir laufen. Naja, deswegen bist du auf einmal so schnabel, ja? Natürlich. Weißt du noch, wo wir beide Fahrrad fahren früher? Aber war das doch so, dass wir beide immer gefurzt haben, wenn wir schneller hier fahren, weißt du nicht mehr? Also Nitro-Antrieb. Ja, sicher. Ja, sehr. Das war eine tolle Zeit, ne? Ja. Mhm. Telefon. Oh, no, wo bist du denn? Kannst du mal ganz kurz nach Sandy-Shows kommen? Ja, hier gibt es jetzt gleich eine Hochzeit, ne? Ja, eine Hochzeit, hier wird es gleich. Kann ich das nochmal durchgehen bei denen? Ja, mach ich gleich. Wo sie ist, Sandy-Show ist, ne? Bis gleich, mein Schätze, weiter. Ich würde sagen, machen dich. Weiter geht's mit einem anderen, wo sie ich. Äh, da, pass auf. Ich sag dir, wo genau. Du weißt doch, wo der, wo dieser Fitzelchen ist, nördlich von der Sandy-Choris. Hm? Der geht so ein Fitzelchen zu Wasser, da treffen wir bei uns, ja? Oh, oh, ist Rose heute doch tot. Bis gleich. Ich bin stark, Reitwer heute hier. Was ist denn hier los? Warum haben denn alle hier so Angst gerade? Nee, die sind alle so nervös. Ich auch nicht. Können wir nicht einfach weiter gehen? Jan Göns? Ja, scheiß doch doch. Maschine, alles in Ordnung mit dir? Soll ich dich tragen, mein Püppchen? Nee, alles gut, alles gut läuft, ja. Die einzige, die ich trage, ist mein Isabellchen. Ihr seid auch nicht so die Schmerzen. Isabellchen klingt auch wie so eine kleine Käseplatte, die ich mir kaufen würde. Lecker. Lecker, lecker Isabellchen. Ja, dürfte man in diesem Staat eine Waffe tragen, dann würde ich mich jetzt auch sicherer fühlen. Hm? Eine Waffe? Habe ich dabei? Ja, ich leider nicht. Ich bin unter meiner Fettschicht, natürlich. Ich bin die Waffe, meine ich. Ich habe keine Waffe dabei. Und ich bin ein Weihnachtsgeschenk. Ja, okay. Hm? Ich bin auf die. Hm? Wo hin denn jetzt? Ja, zum See müssen wir da drüben, ist es gleich, ne? Hier rechts dann. Hattest du den Berg hier hoch? Hat schon mal von euch jungen Damen jemanden Muschipups gemacht? Könnt ihr das? Ach du meine Güte, was ist das denn? Ich könnte nicht gewesen sein. Da kann ich nicht hoch, da komm ich nicht hoch. Das ist wie man eine Kugel bergab holt, ne? Bergauf holt. Ja, das ist gut. Du bist da beherrschig, meint's it, ne? Ich habe gar nichts gemacht. Was ist denn Muschipups? Ja, klar mal, ja? Ja, kennst du nicht Muschipups? Na, weißt du, was das ist? Das ist, wenn da so viel Luft in die Momo reinkommt. Ja? Ah, ja. Und das geht ja, das endet ja irgendwann da drin. Weißt du, das geht jetzt weiter nach oben. Weißt du? Wie der Darm. Und dann kommt er muss dann irgendwann wieder raus. Weißt du, noch? Genau, genau. Was heißt sowas? Was macht die denn da? Die machen den Film da. Ist doch ganz geil, kannst du gucken. Ammal rechts? Ammal das Schlammbecken? Ammal rechts? so schön das ist schön zu stellen hier ist toll an den Behälter da wird die Heizung denn hier in der Kirche hat das ist auch romantisch wir haben das nicht so ein Steg schon mal ein Wunder auf dem Steg machen wir das wenn man nicht kaputt geht so wie Titanic im Haus sollte er sind gerade telefoniert mit der Nono die kommt auch auf wie ist das denn jetzt schon wieder? Nono ist ne Freundin von mir die uns gerade gerade im Puff gegeben hat als du getanzt hast die hat mir auch ein Uni zugesteckt ja ja klar ja mhm mhm uh auf einmal ah 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 einmal bin ich viel schneller unterwegs guck mal da vorne ist der Stohl da sitzt mein Isabellchen bitte wo passen wir alle hier drauf? oh mein Gott ja dann wird schon klappen sieht er schön aus der Steg ist oh Vorsicht der Meeresspiegel ist zu stehen oh fuck ja ich bleib mal kurz hier stehen geht mal alle vorbei am Meer Schwester wenn du das nochmal machst dann ersaufen wir und ganz Amerika ist weg nicht da reingehen der Meeresspiegel steigt an aber warte mal ne nein schau nicht ne schau nicht da oh meine Güte oh 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 scheiß oh das ist ja wie schön ja ganze Arsch ist zwar nass aber scheiß drauf Fimper es kommt kein Wasser durch und keine raus alles kommt alles kommt was ist das denn für ein Mashup Featuring ne der würde auf den Reifen sitzen verdammte Scheiß oh 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 den geht kaputt wo ist denn jetzt der Beutiger äh ähm Dings hier mein ich hm was machst du denn da was machst du ich will mich ein bisschen ehrlich ja warte mal ich setz mich mal auf deinen Schoß Rosen ja jetzt muss ich mal von uns ein Foto machen und darunter schreiben wir explizit ne also gar mit dem Ausdruck hab ich mal ein Foto Alter das ist so fucking romantisch hier ja aber ist doch so schön wer sind die Rollins ne poste das auf Mensch Schwester schubst du mal die Treppe runter da ne doch nicht oh mein wunderschönen Foto ok machen wir jetzt grad das Achtung Rosen ich setze mich kurz auf deinen Schoß warte mal wenn wir jetzt schon mal zufragen wenn wir jetzt schon mal hier wenn ihr auch hier seid wollen wir das nicht so machen dass ihr beide auch heiratet ja hast du Bock David wohl klar ich bin dabei ja wir sind danach dann ja gut dann dann brauchen wir mal jemand der singt dann holen wir mal die hier die die Karte da ist doch wie heißt die Karte Karte komm mal her na komm mal heran hier zum Papa was machst du da Schwester meditierst du oder was hey setz mich hin was los ja Bishops also ähm also Kate meine Frau wünsche ich meine künftige Frau wünsche ich einen Song welchen wünschen dir Schwesterchen äh Freuchen war nicht schon so jung oh ist schön freu mich auf gleich was romantisches Kate ich auch ja was romantisches und ich wünsche mir dann einmal Hartwell ähm so eine Techno Song ja sicher das kennt ihr glaub ich besser als ich so wie ich das raushör ja also jetzt fangen wir erstmal an du musst ne und hier das die von deinem Alice PD die muss mal herkommen mit den Hörnchen da oben die muss mal herkommen die muss jetzt uns trauen ja der Steg ist nicht so groß ich hab bisschen Angst ist ok ganz entspannt gar kein Problem mach es einfach ein Steg ihr wollt euch jetzt wirklich mal der Praktikantin im Alice PD trauen lassen naja sicher das ist mein größer Wunsch das ist alles praktisch orientiert jetzt würde ich erstmal den Song hören den romantischen Song und da müssen wir ja auch noch ne Rede hier da an dem Partner äußern ja richtig ja dann fangen wir an mit dem Song schön das wir uns heute hier versammelt haben zur Hochzeit von Rob Finkers und Isabel Collins ähm hier kommt das romantischste Lied das wir auf die Schnelle zur Verfügung haben ähm mit Orchester ja ich spiel die kleine Violine in der Welt wir brauchen gar keine Windmaschine ich kann ein darf ich bitte ein romantisches Lied anmachen ne jetzt singt erstmal die Karte ja ok dann darfst du uns schmerzen letztlich mal den Reifen du sitzt da wieder zack ja ja letztlich mal den Reifen ich seh nix ja so dann Karte fang mal an weiß man say kannst du dir Rob den Reifen den Reifen ist die 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 sind die 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 Hm? If I can tell I'll go in and lower you Like a river flows Sure knee to the sea Darn it so it goes Something Something to be Make my hand Oh Gott ist das romantisch? Oh echt Wie voll schön mit dem Ich glaub wenn ich heiraten würde mit Ariane dann irgendwann wirklich im Schnee lustern Wahrscheinlich wird es dir leid Wahrscheinlich wird es dir leid Wenn überhaupt My whole life To I can't help Spenden im Chat I can't help I can't help Wie möglich Bei dir sein Oh ja Warte mal Oh ja Das ist mir irgendwie zu intim Ich guck einfach dich an Stell dich jetzt nicht so an Ich dachte Es gibt sowas wie Liebe auf dem ersten Blick Oh wie schön Das ist so toll Alter Kann man das schon mal klatschen Kann man das schon mal klatschen? Weiß ich dass es es wirklich gibt Oh ja Ich hoffe wir werden in Rancho Die Gruppe Die Gruppe Familie Die Gruppe Das sind doch noch Nachbarschaft Ich hoffe du bist immer für mich da Bis das der Tod uns hoffentlich scheiden wird Ja Was Was Ja dann hören wir jetzt das Ehegeliebnis von Rob an Isabel Ja Moment Ebergen Rob gebier Ja sicher Moment Ich muss mich kurz in Moment Kurze ja Scheiße ist das alles süß Ebergen Nö So So Weißt du bescheuert? Ja So Warte Warte Moment Moment Oh Ihr wart denn jetzt? Warte Du Wir haben ja einen gefühlefreien Lauf hier Oh so Ich bin ein bisschen nervös Ich muss kurz improvisieren Wir haben uns uns heute hier Gib mit dir ab Ich hab'n Also wir haben uns Moment So geht doch mal los hier oder wat? Warte kurz Oh so Jetzt aber mal hier ein bisschen ne? Also ganz ruhig jetzt hier Also mein Schatzbärchen Wieso lebt Rose noch? Wir haben uns heute im Mondschein Hier An einem romantischen Pier getroffen Mit einem Industrie-Look Ein Moment kurz Telefon Alles gut Ja bitte Aber du heiratest gerade du Idiot Warte scheiße aus Einfach zu dem Steg Nördlich von Wie heißt das denn hier? Sandy Corris Da wo der Steg ist ne? Richtig Ja da in Sandy Corris Ja da in Sandy Corris Ja da wo der Steg ist ne? Bis gleich Oh da trinken wir Da machen wir jetzt natürlich nochmal von vorne Also mein Zuckerpippchen Wir haben uns heute hier versammelt Am Mondschein Ja wie bei Twilight Da folgen Nur das ist ein Glitzer Wir wollen Bitte auf Beide wollen uns heute das Ja-Wort geben Nachdem wir uns schon so lange kennen Ich muss sagen Was mir als erstes bei dir gut aufgefallen ist Du hast ne geile Figur Und ein tolles Gesicht Das gleiche kann man ja auch von mir behaupten Und ich würde Und ich kann nicht einfach nur sagen Dein Charakter ist auch toll Aber Was mir richtig tief ins Herzen gegangen ist Ist der Blick in deine wunderschönen braunen tiefsinnigen Augen Grün Grün Easy be easy Ja Ich seh Ich seh da Hoffnung in grün Grün wie die Hoffnung Grün Und ich glaube, dass wir beide in Rennshow Mit meiner Schwester zusammen Die immer bei uns leben Die immer bei uns leben Mit David Ja Du merkst schon, ihr seid eine große glückliche Familie Mit Familie Schön Du bist der Hirner Wir werden Wir werden immer Wir werden immer Gehts noch weiter? Wir werden immer glücklich sein Ja Und ich hoffe Mein easy beasy Das ist aber die geilste Hast du eigentlich einen Sohn oder so? Wolle ich nochmal fragen zwischendurch Nee, tatsächlich nicht So, dann stellen wir uns mal gegenüber jetzt Oh, endlich So, dann würde ich jetzt die richtige Trauung vollziehen Ja 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 Doch, doch, ist gegeben Eine Traumfrau hier Ja Ja, dann erkläre ich sie hiermit Nachdem sie beide mit Ja beantwortet haben Mit dem mir nicht rechtsmäßig verliehenden Amtes So, nicht Mann und Frau Sie dürfen die Braut jetzt küssen und ich drehe mich ganz schnell um Ich würde das nicht sehen, es tut mir leid Wieso? Hi Baby Okay, ich guck's mir an Isabel Nur für dich Komm her mein Kleiner Oh mein Gott ist das schön Ich flippe Oh, das war das erste Mal, dass ich eine Frau geküsst habe Ey bravo Die anderen habe ich schon mal bezahlt Ich habe auch eine Hochzeitgeschenk für euch beide Oh, was denn? Schau mal Wir machen das schön richtig die nächsten Tage Irgendwann Ja Und dann Warte, ich habe auch eine Geschenk für meine Isabelchen Guck mal hier Ja, das ist gut Ich habe nichts anderes gefunden Ich brauche was für dich Und hier, bitteschön Hier, herzlichen Glückwunsch zur Eheschließung Oh mein Gott Oh mein Gott Die ist wohl ins Wasser gefallen Oh, die ist muss los Ja War auch noch ein Geschenk War auch noch ein Geschenk Hier Warte Nimm mal Der hat auch ein tolles Geschenk für euch Ja, gib mir mal die Tüte Ein bisschen wird nicht räuschen Darf ich Ich nehme dir mal ganz kurz die Tüte Dankeschön Du bist wie ein Model jetzt Dankeschön Gott hat das wahrscheinlich das schönste Geschenk für euch Sie hat noch einen Song extra für euch Danke Warte, es passt Könnt ihr bitte noch jemand ein Foto von beiden machen? Was ist denn? Was ist denn da drin in der Tüte? Ich steig nicht schon mal genau an Das ist so romantisch eigentlich, so schön mit dem Schnee und dann kommt sowas So, jetzt ist David und meine Schwester dran Wir wechseln jetzt einmal durch Ich freue mich insbesondere auf den feuchten Kuss Dann haben wir die Schwester Die wird immer der Kluwak genannt Ne, ich will den Ne, 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 ich heirate den so richtig Standesamt nicht Das machen wir schon ordentlich Ja, aber hier können wir schon mal anfangen Das ist ja schon mal der Antrag Das ist hier die Free Show Genau David, da muss er erstmal den Antrag machen Vielleicht erst mal der Antrag? Ja Ach schön Das ist der Antrag hier, junge Mama David, ab nach vorne mit dir Jetzt los geht's Antrag Oh mein Gott Und da machen wir den Antrag Ja, Junge Oh, das ist aber kalt Oh, da habe ich aber kalte Füßchen bekommen Oh, Tsunami Das ist ja wie wenn der reinsteigt, ne? Ach du Scheiße Jetzt bin ich gespannt, was da gesagt wird Ja Ich bin hier aber auch Ja, sehr Hm Okay Oh Auf die Knie sonst jottloch Oh lieber so Okay, ich aber Entschuldigung, ich brauch nicht ein bisschen Was stinkt hier so? Oh Was wird los? Irgendwas stinkt hier auf diesen Ebenen Egal Was ist das denn hier? Moment mal eben Hm Was das? Kannst du mal Oh mein Gott, das ist ja Oh mein Gott, das ist ja Heimock, MacNuggets Geh weg jetzt Da waren die drei Oktave, hm? Lieben Rosen. Ja. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich meinen Augen nicht geglaubt. Das riecht... Sekunde, Sekunde, warte. Was denn? Schwester. Das riecht dir nach Beefy. Entschuldigung. Ja. Ich habe gerade ein paar Probleme. Das ist ja so romantisch. Ich habe die Nebelmaschine gemacht. Bitte weiter. Ich kann noch nicht so gut ziehen gerade. Ich wusste von Anfang an, dass du für mich den Richtigen bist. Weil keinen anderen den... Boah. Jetzt verpiss dich doch mal. Warten, der ist doch gut. Was ist denn? Achtung. Was denn? Könntest du bitte mal... Oh, scheißen. Oh, Karte, das ist ja arschkalt. Seid ihr scheißen, oder? Oh, scheißen. Okay, hörst du, die Oktave ist im Wasser gefallen. Oh, scheißen kalt. Das wird so nichts. Wir machen das unten. Das ist ja der Antrag. Jetzt machen wir richtig, da Jüngchen. Oh, scheißen. Leute, das ist arschkalt. Oh. Das ist zu früh. Das ist die Hochzeitsnacht, du Idiot. Was macht er denn jetzt? Er wollte die Flanken direkt. Ja. Er hat sich mit sich an deinem Gelegenheit. Willst du mal eine Frau werden, Rosen? Ja, sehr. Jetzt steh wieder auf. Wir müssen gleich jetzt Autoheizung anmachen. Was? Wir müssen gleich jetzt Autoheizung anmachen. Beeil dich. Ach, bitte. Komma, gib mir doch mal einen Kuss jetzt da, Junge. Ich bin jetzt verheiratet. Wir haben gar kein Auto hier. Scheiß, ich muss gerade einstehen. Okay, dann zum 7-Eleven oder irgendwo einbricht. Was ist denn der 7-Eleven? Äh, nein. Was heißt 20%? Ich schenk fest. Meine ich doch, das ist doch mal eine Matheaufgabe. Überleg mal, dann könnte man das auch so nennen. Meine Güte, muss man dann griffen ein bisschen anstrengen. Wir müssen dann gucken, wann der nächste Bus kommt. Oh, scheiße. Oh, Alter, ich frier gar nicht fest. Ich muss mich irgendwo unterstellen. Irgendwo rein. Irgendwo. Wisst du, was das ist? Ja, da oben sind Leute. Guck mal, die haben uns ausschaut. Guck mal, die haben uns gespioniert. Wer? Da oben ist so ein Spitzbube. Da guck mal, oben links auf dem Dach. Ich glaube, die sind einfach sehr stück. Ja. Wir sind vor die Gänge. Oh, sie sind mal 30, ja schon. Also, wir müssen jetzt im Polizeicomputer bestimmt eintragen. Isabelle Winkers. Das wird jetzt offiziell gemacht. Ich bin mit meiner Jacke und meinen ganzen Klamotten ins Wasser gefallen. Darf ich mich mal kurz hinten reinsetzen? Sie machen Heizung an. Ich bin wirklich ins Wasser gefallen. Kann ich mich bitte kurz hinten reinsetzen? Sie machen Heizung an. Kann ich bitte? Ich bin auch runtergefallen. Er ist auch. Wir sind beide runtergefallen. Ja, vielleicht holen wir gleich noch mal kurz mal. Nur kurz. Ui. Sollten Sie mal anhalten, die Herrschaften. Wir sind uns beinahe in den Stock. Warten Sie kurz, bitte. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Ach, das ist die von Honey, Steiner. Okay. Das ist die Glopzlerin, meine ich. Leute, die Honey heißen, sind potenziell vertrauenserweckend. Ja, das ist die 100 Pro. Soll ich wärme dich mal auf? Dave, kannst du mich mal ein bisschen wehren, bitte? Komm mal her, Dave. Wir rubbeln mal ganz kurz an der Hose. Der muss da auch. Der ist da auch. Ja, rubbelt mal an der Hose, kommt der aus dem Spiel, bitte. So, oah, das ist aber echt ein runden Bauch. Dave kommt zu mir. Ach, wie das? Der wärmer. Ihr steht da vor dir. Ich bin doch vor dir. Ui. Ein wunderschöner Tag. Sieg gut so, Rosen. Warst du einen interessanten Männergeschmack heute bewiesen, Isabel. Hm. Wie wärmer, schon ein bisschen besser, ja. Was soll das denn heißen? Brüßt du dein kleines Hühnchen da drin, Rosen? Ich glaub, normalerweise war unser Männergeschmack nicht deckungsgleich, aber heute haben wir einen Unterschied gefunden. Aber wir sind jenerer Werte. Okay, klar, also nicht. Wir sind wohl in Rentshow. Ja, ich kenne Bestaus. Ja, okay, gut. Fast. Ist gut so. Man tanzen kann er auch noch. Das ist, das ist ja mal so. Es hat die Hähnchen. Hast du gehört, Rob? Was denn? Ja, Obi, ja, das bin ich. Der fährt bei uns immer nachten. Ja, geil. Aber auch Isabel auch. Und Isabel auch. Oh ja, super. In so einer Show. Lass die beiden alle in einem? Ja. Oh, das ist, das ist schön. Ein Heimat, ne? Wir haben voll den geilen Teppich. Und wir haben ne Aufsicht einfach auf nix. Ich geh auf den Teppich. Ja. Wann kommt denn der Bus jetzt? Die war über, ja. Äh, ja. Kommt wieder so einer. Vorsicht, da kommt wieder so eine Stalle. No. Das ist doch... Wer ist das denn? Das denn jetzt? Was wollen denn von uns? Ist das denn da? Das ist komisch heute. Ach, das verstehe ich auch nicht. Ach, das ist doch Nono. Das ist Nono. Hier eine Freund von uns. Ach, nein. Oh, ja, echt schön. Wir haben den Kopf eingeladen, Mann. Da ist der, ne? Da ist der Diana. Hallo, ihr Pschmädchen. Hallo. 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 Ja, was geht, Bro? Äh, es ist, äh... Also, ich bin jetzt verheiratet, Nono. Ich bin vom Markt, ne? Tut mir wirklich leid. Sowas für Pech auch. Ich hab die Collins geheiratet, also die Isabelle Fincas, ne? Wir sind jetzt eine Familie und wir wohnen jetzt in Rancho zusammen. Komm davon vorbei, auf Kaffee. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie, wie, was? Ich hab euch ein Dessert mitgemacht. Ja. Das ist ein Dessert. Ich hab hier... Ich trink mal ganz kurz ein bisschen Milch. Ist euch nicht kalt? Mag ihr Milch? Ne? Noch ein bisschen. Wir wollten wissen, wann der Bus geht. Nicht, dass ihr die Milch zur Kopf steigt, Mann. Aha. Aber von Milch hab ich schon mal ein kleines Problem. Oh nein, sagt er nicht so was Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz. Ja. So, komm, wir gehen mal langsam zum Bus. Wäre vielleicht ganz geil. Da fahren wir mit dem Bus nachher nicht schon nach Hause. Was wollen die Cops hier? Das sind Freude von mir. Wer geglaubt. Denn die Frau hier, da drüber mit dem Rentier, das sieht aber komisch aus, das ist nämlich die Praktikantin von Allespedie und die hat uns getraut. Die Praktikantin, das sind doch alles Praktikanten. Ja, genau, richtig. Ich hab mir Mühe gegeben. Das ist die, guck mal, das ist die Frau Maschine, so heißt die. Hallo. Die Frau Maschine, was geht ab? Ja, nicht so viel. Ein bisschen Leute verheiraten, was man halt so macht, nachts um kurz vor zwei. Darf man das als Praktikantin? Ich hoffe mal bei der Haut. Hör mich zu, wenn der Bus nicht mehr fährt, müssen wir den Partybus suchen. Ey, darf ich den Buffalo mal fahren? Wollen wir uns die Frau aufwerben gehen? Nein. Jetzt sei nicht so. Nein. Nein. Die ist Single, ne? Die ist Single. Da sollten die Dame da, die Nono, die ist Single. Boah, solange sie bei mir auf die Luft so ein bisschen raus sind. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Welcher Partybus? Heute ist denn der Partybus, Schwester? Ich freue mich, dass es euch gefallen hat und meine Internet-Connection ist grad scheiße. Ui. Geht schon wieder los. Ich hoffe, ich bin noch da bei euch. Wir sind in wenigen Minütchen da. Wissen Sie, wann der Bus nach Rancho kommt? Nach Rancho? Ja, da wohne ich mit meiner Frau und ich. Wir wohnen da mit meiner Schwester. Ja. Und Dave. Scheiße, kommt jetzt die Hochzeitsnacht? Mhm. Oh mein Gott. Jawohl. Wir haben nur einen Raum. Scheiße. Ui. Schwester. Du weißt, was du getan hast. Schwester, du drehst dich einfach um. Ey, blinzeln zweimal. Wir werden verheiratet. Ich habe ein zweites. Leila, ich hole dich gleich wieder ab, ja? Ich dachte, schön. So. Nono, hast du eine Karre, wo alle mitfahren können? Nein, hab ich nicht, natürlich. Ich bin doch kein Taxi. Du willst aber eine Freca. Ja, die sollen mal einen Bus schicken, oder? Ja, die sollen mal einen Bus schicken, oder? Ja. Einmal eine Rancho, oder? Ja. Probiert ein Taxi, wollte ich gerade sagen. Okay. Oh, die sind nicht erreichbar. Beide? Das ist aber ganz schön beschissen. Ja. Komm, sie haben aber ganz schön mal. Okay, hör zu. Ich habe eine Möglichkeit. Wie heißt er denn? Rob, hör zu. Das ist Nani. Manni? Okay. Nani. Ich bin Nani. Ja. Wie heißt er denn? Ich habe meine Wohnung hier noch. Die ist hier in Sandyshows. Wir können alle da übernachten. Machen wir das, ne? Wo ist das denn? Bei YouTube. Hey, ich hatte eine Idee. Prügelt euch, dann müssen die Cops das MD holen, und die holen euch sowieso ab. Und das MD, seit den Jahren... Das MD kommt doch eh schon. 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 Ich habe keinen Bock darauf. Ich will einfach nicht. Bitte. Wir beide wohnen in dem MD, wissen sie. Ja. Ich dachte, die wohnt in der Rancho. Nein, wir gehen alle... Wir pennen alle bei mir in der Bude. Alles in Ordnung. Okay, cool. Wir müssen nach YouTube. Wie viele Finger habe ich eigentlich? Zehn. Ne, neun habe ich, ne? Acht und zwei Daumen. Ne, ich habe tatsächlich neun Finger. Warum? Ich habe beim Bowling mal einen Finger verloren. Ich bin mit dem Finger in der Kugel hängen geblieben. Einfach von der Geschichte. Es hat einmal... Daumen Kugeln oder Kugeln empfangen. Früher haben immer Frauen zu mir gesagt, ich bin der flinke Zweihändige. Aber das geht ja nicht mehr, ne? So haben wir noch zwei Hände, nur einen Finger weniger. Ja, kompliziert, ja. So, warte denn jetzt. Es ist spät, Junge. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier weg, sag mal, auf der Huckebacke? Wir haben heute den heiligen Abend. Wir müssen jetzt hier... Ja. Ah, Moment, ganz kurz. Ja. Heiligen Abend. Ungeschitten. Wir können Stille Max singen. Ja, Moment. Du hast recht, was du sagst. Wir können Stille Max singen. Du hast recht, was du sagst. Ja, kannst du singen. Wir können noch leise Riesel der Stille singen. Wir können noch leise Riesel der Stille singen. Wir können noch leise Riesel der Stille singen. Jetzt kannst du dich ohne Wumms so halt in Wumms. Ruhig jetzt! Was kann drauf ist? Was kann drauf ist? Ich glaube an meinen Mann. Okay. Okay. Das ist ja nicht Commitment. Na, man, na, ma. Tatsächlich bedeutet nichts, sie haben noch alle mitgemacht, weil sie doof sind. Ich möchte trotzdem mal kurz sagen, dass die Uniform verdammt heiß ist. Aber warum sind sie komische Mützen auf, wo sie nicht gucken können? Glaub ich... Weil es warm ist. Ja, aber da sehen sie doch nichts. Ja, ist nicht schlimm. Besser warm als das Tod, oder? Ja, da kommt der Krankenwagen, Schwesterchen. Wieso kommt der nicht der Krankenwagen? Mal fettbiss ohne Decke raus. Ich geb dir gleich fett. Warte! Bischops! wie weit ist sie dann weg von ihr zu fuß so was wir müssen alle hingeschaut ist echt schwierig dann laufen wir da eben hinten und wie seht ihr dann aus vielleicht kommen wir gar nicht erst an bei dem bett haben sie mich vielleicht so gepackt da guck mal wir können uns beim feiertag oben auf der auf der wagen setzen die geilen sind da guck mal das ist ja der geile arzt oder und egal ich bin leider vom markt jetzt weg isabel und ich wir haben geheiratet es ist aber finkers nicht mehr kollins ja wollen sie immer gratulieren kommen sie mal komm mal her schatzelein ja ja du musst noch mal den notfallkontakt eintragen und der ausweisdokumente bei ihnen vorlegen damit sie das ändern können sie sind ins wasser gefallen ich denke das ist notwendig ist schon mal zufrieden brauchen wir uns erst mal nicht wir müssen gehen wir uns erst mal in der tv rein dann ist es schön warm und dann gucken wir weiter ok es wurde geheiratet es wurde geheiratet und die dame ist ins wasser gefallen wir kriegen wir auf jeden Fall hin ne? ja kommen sie mal mit wer heißt die muss? ah die kann uns mitnehmen genau wie wir ähm ja kleines problem was für ein problem? hey sophia so warte war das freiwillig bitte sag mir dass das freiwillig war natürlich ich guck doch mal sag doch mal was meinst du? keine rettungsdecken da kann das mal fotografieren kriegen wir hin kriegen wir hin da kommst du mir hin miss finkers da kommst du mir hin nee da kannst du dich auch gerne auf meine rückgänge setzen ich merke dann sowieso nicht bei der hohenhaut steigen sie ruhig mal ein und wenn du dich schon mal so weit um miss finkers nein äh ich glaube ehemann Dave ist noch mit einem das ist der mit der Karamelljacke die kleine Dave ja steigen sie mal grad ins in rtw rein da ist es schön warm ja aber fahren sie mich bitte nicht weg nein 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 natürlich nicht oder? ne da gibt es schon welche wenn wir mich jetzt wegfahren ne? verkaufen wir bald als Merchandise hab ich mal ne Rettungswagen fahren? ich weiß ich weiß da kümmer ich mich drum da kümmer ich mich drum aber wie kommen wir denn jetzt hier weg dann ist eigentlich die Frage jetzt ist ja immer noch nicht entschieden haben sie hat haben sie erst jemand ne Viertüre hier? oh mei ich will nix böses aber kann mich nicht da Arzt suchen auch der Polizeiwagen ich hatte so lange kein Sex mehr ich will seine Stimme hören ich bräuchte einfach gerne mal ne dicke Blanne für den Unterzücker ich hab nämlich Diabetes im Endstadium ist das schon ein Fremdkind wenn ich nur Minimine zu seiner Stimme mach es ist grenzwertig sagen wir mal so sie sind tatsächlich ein sehr gutes Mädchen wissen sie das halten sie sich den Typen der ist ganz schön geil ja ich weiß ich weiß ja okay ich schlag jetzt meine Decke um sie ne wir halten sie jetzt mal ein bisschen warm und ich schau mal mit nem Thermometer nach ihrer Temperatur ja ja wo schieben sie das Thermometer denn rein? es ist ein Stirnthermometer ich halt's an die Stirn und kann dort die Temperatur messen über das hat sich zuletzt ist ein bisschen groß wohl ich hu 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 die Mühe als gepasst warum denn nicht? ich hu 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 so einen Tschuldigung ja Wie lange fahren sie denn im Wasser Mrs Finkel? wir wissen wo bist du überhaupt jetzt grade? nur ganz kurz mein Bruder hat mich einfach reingeschubst ok eh ist ihm denn sehr kalt? es geht wieder ich wollte mich ins Polizeiauto sehen Oh. Ähm. Was war das gerade am Fenster? Oh, ist ein langer Tag. Ich merk's. Ja. Entschuldigung. Nein. Du bist echt nur auf der... Alles gut. Alles gut. Bär, steh doch mal. Wollte ich nicht. Ich wollte nur in den Fenster gucken, was die da mit der machen. Ich wollte hier auf die Kante steigen. Wahrscheinlich wird sie jetzt ausgezogen. Oh, ne. Du hast mich gerade im Juni geöffnet, das sagst du. Okay. Bei 35 Grad. Was? Also jetzt ist auf jeden Fall schön. Könnt ihr losfahren, bitte? Kann irgendjemand bitte aufs Gas treten? Ja, wir warten jetzt mal ein bisschen ab. Bitte nicht losfahren, Leute. Der Praktikant ist jetzt weg. Kann ich jetzt bitte mal kurz... Ja, es geht. Es geht jetzt wieder. Aber meine Windel ist halt ein bisschen nass geworden. Hätten Sie vielleicht eine neue? Das wär wunderbar. Ich brauch keine... Sie tragen Windeln? Ja. Moment. Ich musste grad pinkeln und musste die wieder anziehen, weil ich keine anderen Bei hatte. Bleibst du? 48 für die 91. Oh, Bro. Wow. Die Arme... Ich sag mal... 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 Ähm... Unsere Patientin bräuchte eine neue, deswegen frage ich. Mann, die sollen alle in den Van, das wär so lustig, weil zu eng sind. Hau rein dann, Leute, ne? Danke für die Einladung. Ja... 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 Ab nach Hause, ne? Schatzlein. Gut, dass Sie nämlich anders behelfen... Äh... I don't know. Nun rum, ne? Man sieht sich. Hau rein, wir sehen uns. Bist ne cooler Homie, yo. Boah. First of all, ich bin immer noch nah... Oh, Scheiße. Ja, okay. Weiß Bescheid noch. Nächstes Mal. Ne, lass lieber. Warte, die kommst doch nicht da. Wir haben ja hier Verbände und... Lass lieber, bitte mach nicht. Ich hab nämlich... Wenn du in mich reinschlägst... Könnt sie bitte mal ganz... Könntet ihr mal bitte von dem Van weggehen? Ich sei zu laut. Und dann schleif ich dich die ganzen Jahre mit, ne? Das ist hier so schlund. Ich verdaue dich ganz langsam. Äh... Verlaufen? Ja, richtig. Ich höre sie so schlecht, ne? Weil die alle so laut sind. Junge! Warten sie mal. Warten sie mal. Kommst du da mal bitte runter? Ja, tut mir wirklich leid. Ich setz mich mal kurz hier rein. Mir ist ein bisschen kalt. Äh... Doch nicht. Ich bin grad in Behandlung mit der Frau Finkers. Können sie uns nach Hause fahren? Es wäre sehr... Es wäre sehr, sehr lieb, wenn die ein bisschen weggehen würden. Weil es ist sehr schwer, sich zu unterhalten. Wenn so viele... Ja. Wenn so viele Leute gerade hier stehen. Ja. Es ist unglaublich wie ein Anstalt, oder? Ist es das, worin du dich verliebt hast? Hm. Mist. Ja. Wollen wir den Weihnachtsbaum dahinter klauen? Ich hab schon einen geklaut. Nichts! Ich will jetzt langsam mal nach Hause nach Rencho. Wir knien nach Rencho mit. Ja, dann komm Isabel. Dann ist unser Wagen tiefer gelegt. Blitterwochen. Ey, könnt ihr mal auf mich warten, ihr Idioten! Fürs kleine Geld. Ist es kalt? Könnt ihr die Kopf aufmachen? Ja, okay. Ach du Scheiße. Wann nehme ich nach Rencho? Wollen wir die eben kurz nach unten nach Rencho? Wollen wir die eben kurz nach unten nach Rencho? Eh, wir müssen demnächst ein Weihnachtbaum klauen. Oh, Entschuldigung. Wollen wir auch noch ein Weihnachtbaum klauen? Ja, Junge. Okay. Schatz, du musst nach hinten mit ihr. Wollen wir beide sitzen? Ja. Wir sind da Pärchen. Ah, wie Kate und William, weißt du? Der Eva wie wir mit? Wir sind die Royalen. Kate und der William. Kennen sie denn nicht? Das sind Royale. Das sind Prinz und Paar hier aus England. Los Santos, Rencho. Rencho ist mein Königreich. Und von meiner Königin auch. Ja, und das auch die Drachenmutter und die Befreierende Ketten. Ja, dann, ähm. Wut? Ne, mal bist du satt. Hallo Kate. Schön Abend noch. Ja, ne? Maschini. Nach hausensichert. Pass auf dich auf und grüßt den Gatten. Sie ist aber. Ja, zwei Männer gleichzeitig, hat die gesagt. Ja, zwei Männer, einer ist nett und einer ist lieber zu bringen. Äh, nein, wir benötigen keine Unterstützung. Wo ist die Bude denn? Wir können uns drücken. Äh, in Rencho. Die Bude ist, äh. Schöne Hochzeitsnacht. Danke. So, Mrs. Finkels, können Sie mich jetzt besser hören? Ihr. Viel, viel besser. Ja. Ungefähr hier. So, wunderbar. Ich bin eine alte Frau, die kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Ja. Ja. Also wir haben keine Windeln hier, aber ich würde jetzt was provisorisches machen. Ne? Also wir haben ja Verbände hier. Oh ja. Und Kompressen. Ich würde daraus einfach mal, ja, wenn sie es zulassen und es in Ordnung ist, dann würde ich daraus halt so, so eine Art provisorische Windeln basteln. Wir müssen nur unterwegs irgendwie meine Windeln wegwerfen, meine Alte. Mhm. Ja. Ja. Wenn du gerade... Schatz, ich hab gerade mit der, äh, Patientin gesprochen. Okay. 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 Also ich würde jetzt eine provisorische Windel anlegen bei der Finkels. Ja. Alles klar. Du tust. Okay. Was sollten ein provisorischen Windel sein? Ähm. Hm. Ja, das, was man lieben. Ich berühre sie, es ist unsinnlich, es ist nötig, es ist nötig. Nein, ich stelle mich mal hier so hin, ein bisschen breitbeinig, ne, alles gut, alles gut. Ja, 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 alles klar. Ich, ich hoffe, dass der RTG jetzt nicht als sehr wackelt und... Soll ich sie auch noch ein bisschen sauber machen, oder? Ja, wenn sie da so ein Tüchlein haben, dann wäre schon ganz gut. Ist das nötig, dass ich sie sauber machen? Ja. Ja. Gut, alles klar. Ich zieh mir gerade mal meine Handschuhe an, ja? Ja. Ihr bist süttert, das soll ihn. Alles klar. Ja. Ja. Gut, ähm, ja. Also wie gesagt, sollte Ihnen was unangenehm sein, dann sagen Sie mal einfach Bescheid. Okay, alles klar. Mhm. Gut, wunderbar. So. Ja, ja, ja. Mach ich Sie mal ein wenig sauber? Hab ich Sie mal ein wenig sauber? Entschuldigung. Ja, oh, schön. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Und, äh, ja. He-Heiraten. He-Heiraten. Also als erstes werde ich, ähm, sozusagen wie eine Art Einlage. Ja. Ja, den brauche ich auch. Diese Kompresse benutzen, die man normalerweise benutzt, um Wunden abzudrücken. Ja. Ich bin's auch fisch. Äh, und wenn dann... Man hört es dir auch an, dass du, dass du richtig happy bist. Ja, ich bin, äh, Glichardinier tatsächlich mit Rose. Und, ja, dann nehme ich ein paar. Schön, schön, schön. Damit sie da ein bisschen mehr vorhaben, sozusagen. Ja. Äh, und werden halt ein paar Verbände um sie herumwickeln und, äh, dass sie dann auch hält. Ich muss mal ganz dringend auf Toilette.